John Katzenbach, der Psychiater, aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreuzer, gelesen von Uwe Teschner. Und wenn ihr uns beleidigt, so sollen wir uns nicht rächen. Sind wir uns in allen Dingen ähnlich, so wollen wir es euch auch darin gleichtun. William Shakespeare, der Kaufmann von Venedig. Teil 1. Gespräche zwischen Toten. So viel hatte Moth begriffen. Sucht und Mord haben einiges gemein. In beiden Fällen sollst du ein Geständnis ablegen. Ich bin ein Mörder. Beziehungsweise ich bin suchtkrank. In beiden Fällen erwartet man von dir, dass du dich dem unergründlichen Ratschluss einer höheren Instanz beugst. Für den Mörder im klassischen Sinne ist es das Gesetz. Polizei, Richter, Gefängniszelle. Der gemeine Drogen- oder Alkoholabhängige muss sich dagegen vor Gott oder Jesus oder Buddha oder sonst einem höheren Wesen verantworten. Eine Macht, die stärker ist als Drink und Drogen. So oder so. Fügt dich. Es ist der einzige Ausweg. Er war anders gestrickt. Solche Bekenntnisse und Zugeständnisse gingen ihm gegen die Natur. Im Unterschied zur Sucht. Die Sache mit dem Töten ließ er offen. Fest stand nur, dass er es in absehbarer Zeit herausfinden würde. Timothy Warner entdeckte die Leiche seines Onkels, weil er an diesem Morgen mit einem unwiderstehlichen und beängstigend vertrauten Verlangen aufwachte, einer Leere, die wie ein falscher Akkord auf einer E-Gitarre tief in seinem Innern dröhnte. Zuerst hielt er es für den Nachhall eines Traums, indem er ungestraft einen Wodka nach dem anderen heruntergekippt hatte. Doch dann rief er sich ins Gedächtnis, dass er an diesem Morgen seit neunundneunzig Tagen trocken war und ihm dämmerte, dass es ihn einen gewaltigen Kraftakt kosten würde, bis zum Schlafengehen nüchtern zu bleiben und seinen hundertsten Tag zu erleben. Die Lage war ernst, und bevor er die müden Glieder gestreckt oder auch nur einen Blick aus dem Fenster geworfen hatte, um nach dem Wetter zu sehen, griff er nach seinem Smartphone und klickte auf die App, die automatisch zählte, wie viele Tage er ohne Rückfall trocken gewesen war. Gestern war sie von achtundneunzig auf neunundneunzig gesprungen. Einen Moment lang starrte er auf die Zahl. Der anfängliche Höhlenflug war längst der Ernüchterung gewichen, nicht der leiseste Anflug von Stolz oder Befriedigung war geblieben. Nach dem ersten Enthusiasmus hatte schon bald die Erkenntnis gesiegt, dass die Zählung eher einer tickenden Bombe glich und ihn unerbittlich an das fortwährende Risiko erinnerte, schwach zu werden, sich gehen zu lassen, zu resignieren. Und es würde ihn umbringen. Vielleicht nicht auf der Stelle, doch über kurz oder lang. Seit er nüchtern war, fühlte er sich manchmal wie auf einer sturmgepeitschten Klippe, als beugte er sich zaghaft über den Rand, starrte in die schwindelnde Tiefe. Eine einzige kräftige Böe, und der Sturz ins Bodenlose wäre unaufhaltsam. Es war eine Gewissheit, und jede Verharmlosung war reiner Selbstbetrug. Gegenüber seinem Bett lehnte ein dreiviertelhoher billiger schwarzer Spiegel an der Wand seines kleinen Studios. Daneben stammt das teure Fahrrad, mit dem er zur Uni fuhr, nachdem ihn sein letzter Rückfall den Führerschein gekostet hatte. In der Oversize-Unterwäsche, in der er schlief, stellte er sich vor den Spiegel und betrachtete sein Ebenbild. Ihm gefiel nicht unbedingt, was er sah. Statt des schlanken, durchtrainierten Kerls von früher blickte er auf eine ausgemergelte Gestalt. Statt Sixpack konnte er die Rippen zählen, und von einem der schmächtigen Schultermuskeln grinste ihm ein trauriges Clownsgesicht mit zerzausten Haaren entgegen. Ein schlecht gemachtes Tattoo als Andenken an eine durchzechte Nacht. Auch er selbst trug sein pechschwarzes Haar lang und ungepflegt. Im Unterschied zum Clown hatte er dunkle Augenbrauen und ein gewinnendes, doch wie dieser ein wenig schiefes Lächeln, mit dem er auf andere freundlicher wirkte, als er nach eigener Einschätzung war. Er wusste nicht, ob er gut aussah, auch wenn es ihm dieses wirklich schöne Mädchen vor Jahren bescheinigt hatte. Er hatte die langen, dünnen Arme eines Langstreckenläufers. Im Football-Team der Highschool war er Außenstürmer gewesen, zudem ein Einzerschüler, den andere um Hilfe baten, wenn sie bei einem schwierigen Chemieexperiment oder einem prekär verschleppten Aufsatz in Schwierigkeiten waren. Einer der besten Spieler im Team, ein bulliger Lionman, strich eines Tages einfach so vier Buchstaben aus seinem Namen und begründete seine Umbenennung damit, Tim oder Timmy passe einfach nicht zu Moths getriebenem Gesichtsausdruck. Der Spitzname blieb an ihm hängen, und Timothee hatte eigentlich nichts dagegen einzuwenden, weil Motten außergewöhnliche Qualitäten besaßen und sich in ihrer Suche nach Licht tollkühn in offene Flammen stürzten. Moth also. Basta. Von da angriff er nur bei seltenen Gelegenheiten auf seinen vollen Namen zurück, bei formellen Anlässen, Familienfesten und vor 99 Tagen auch bei seinem ersten Treffen mit den anonymen Alkoholikern, wo er sich mit den Worten vorstellte »Hallo, ich heiße Timothee, und ich bin Alkoholiker.« Eher unwahrscheinlich, dass sich seine weit entfernt lebenden Eltern oder die beiden älteren Geschwister, zu denen sein Kontakt ebenfalls seit Jahren eingeschlafen war, überhaupt noch an seinen Spitznamen erinnern konnten. Der Einzige in seiner Familie, der ihn nach wie vor fast immer und mit Zuneigung so anredete, war sein Onkel, dessen Nummer Moth hastig wählte, während er sein Spiegelbild anstarrte. Er wusste, dass er sich vor sich selber schützen musste, und ein Anruf bei seinem Onkel war praktisch der erste Schritt, zu dem ihn sein Selbsterhaltungstrieb drängte. Wie nicht anders zu erwarten, schaltete sich der Anrufbeantworter ein. »Hier spricht Dr. Warner. Ich befinde mich gerade in einem Patientengespräch. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich melde mich so bald wie möglich zurück.« »Onkel Ed, hier spricht Moth.« »Heute Morgen hat mich das Verlangen derart erwischt, dass ich nicht weiß, wie ich es über die nächsten Stunden schaffen soll. Musst du einen treffen. Könntest du vielleicht auch hinkommen. In der Redeemer One, heute Abend um sechs. Also, falls möglich, bis dann. Ich warte auf dich, und vielleicht können wir hinterher noch ein bisschen reden. Tagsüber werde ich es wohl irgendwie packen. Dieses windelweiche Versprechen nahm er sich selbst nicht ab, und sein Onkel würde das genauso wenig tun. Vielleicht, überlegte Moth, gehe ich zu diesem Mittagstreff drüben im Campuszentrum. Oder der kleinen Vormittagsrunde in dem winzigen Zimmer hinter dem Laden der Heilsarmee. Oder ich lege mich ganz einfach wieder ins Bett, ziehe mir die Decke über den Kopf und trete bis zu dem Sechs-Uhr-Treffen gar nicht erst vor die Haustür. Die abendlichen Meetings wurden in der First Redemption Church abgehalten. Im geheimen Jargon zwischen ihm und seinem Onkel firmierte die Erlöserkirche, schon wegen der Kürze, aber auch wegen der Anspielung auf das Raumschiff, als Redeemer One. Diese ein wenig elitären Zusammenkünfte waren ihm am liebsten. Nur selten fehlte er in dieser Runde von Anwälten, Ärzten und anderen Leuten aus den gehobenen Kreisen, die sich lieber auf den weichen Polstersofas in dem behaglichen, holzgetäfelten Versammlungsraum der Kirche zu ihrer Sucht bekannten, als auf den harten Metallklappstühlen im unbarmherzigen Neonlicht eines niedrigen kalten Souterrains, dem üblichen Austragungsort anonymer Alkoholiker, treffen. Ein betuchter Wohltäter der Kirche hatte einen Bruder an den Alkohol verloren, und seinen großzügigen Spenden waren die weichen Sitzgelegenheiten sowie der frische Kaffee zu verdanken. Der Redeemer One hatte etwas von einem exklusiven Club. Moth war mit großem Abstand der Jüngste. Die trockenen Trinker und Junkies von einst, die es allabendlich dort hinzog, lebten ausnahmslos in jener fernen Welt, für die Moth, wie er ein Leben lang immer wieder zu hören bekam, ebenfalls prädestiniert war. Wer ihn eher flüchtig kannte, sah in ihm den künftigen Arzt, Anwalt oder erfolgreichen Geschäftsmann, wenn nicht mehr. Natürlich nicht einen Arzt, der erst einmal selbst zur Spetze greift, bevor er seinen Patienten fragt, was kann ich für sie tun? Oder einen Anwalt, der sein Schlussplädoyer mit schwerer Zunge vorträgt. Und ebenso wenig einen Geschäftsmann, der seine Kohle in Koks investiert. Ihm zitterte die Hand. Niemand, dachte er unwillkürlich, erzählt seinen Kindern, sie hätten eine steile Karriere als Trinker oder Junkie vor sich. Nicht in den guten alten USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nein, man hämmert ihnen ein, sie hätten das Zeug dazu, eines Tages Präsident zu werden. Dabei spricht die Statistik eindeutig für die Sucht. Harte Fakten. Nicht von der Hand zu weisen. Mit einem schwachen Grinsen fügte er im Geiste hinzu, wahrscheinlich sind hier ein, zwei Kinder, die tatsächlich zu hören bekommen, sie würden als Säufer oder mit der Nadel im Arm auf dem Boden eines öffentlichen Klos enden, ausgesprochen motiviert, diesem Schicksal zu entrinnen und werden irgendwann tatsächlich Präsident. Im Bad ließ er sein Handy auf der Ablage, um das Klingeln nicht zu verpassen, und stieg in die Dusche. Mit einer halben Flasche Shampoo und brühend heißem Wasser bekam er vielleicht die vielen Schichten in verkrusteter Ängste herunter. Als das Telefon ging, hatte er sich gerade halb abgetrocknet. Ocleet? Hey, Moth, mein Junge. Hab gerade deine Nachricht abgehört. Gibt's Probleme? Ja. Wie ernst? Bis jetzt nur ein Wahnsinnsverlang. Bin praktisch davon aufgewacht. War irgendwas? Ich meine, ist was Besonderes vorgefallen, das es ausgelöst haben könnte? Sein Onkel, das wusste Moth aus Erfahrung, interessierte sich immer für das Warum, das ihm dabei helfen würde, sich ein Gesamtbild zu machen. Nein. Keine Ahnung. Eigentlich nichts. Es war einfach nur da, als ich heute Morgen die Augen aufmachte. Als würde ich wach und da säße ein Gespenst an meinem Bett und ließe mich nicht aus den Augen. Ach, das klingt furchterregend, sagte sein Onkel. Auch wenn dir das Gespenst nicht ganz unbekannt sein dürfte. Er legte eine Pause ein, in der er sich, ganz der Psychiater, jedes Wort so genau überlegte, wie ein Schachmeister seine nächsten Züge. Hältst du's wirklich für eine gute Idee, bis heute Abend zu warten? Wie wär's mit einem früheren Treffen? Ich hab fast den ganzen Tag Seminare. Ich sollte's bis... Vorausgesetzt, du gehst hin. Moth erwiderte nichts. Wäre auch zwecklos gewesen. Vorausgesetzt, spann sein Onkel den Faden weiter, du trittst nicht aus der Haustür, wendest dich scharf nach links und landest in diesem riesigen Spirituosendiscounter in der Lejeune Road. Du weißt schon, der mit dieser riesigen, blinkenden, roten Neonschrift, die jeder Alkoholiker im ganzen County-Date in seinen Träumen sieht. Und dann haben sie auch noch einen gebührenfreien Parkplatz. Die letzten Worte triften vor Sarkasmus. Wieder schwieg Moth, während er sich fragte, wäre es darauf hinausgelaufen? Irgendwo in einem versteckten Winkel seines Kopfes lauerte vielleicht ein Ja, das sich nur noch nicht lautstark bemerkbar gemacht hatte, jedoch gerade Luft holte, um es ihm ins Gesicht zu brüllen. Sein Onkel kannte all diese inneren Zwiegespräche schon im Voraus. Du glaubst, du schaffst es, auf das Rad zu steigen und im Eiltempo zur Uni zu fahren und dann hintereinander weg, deine Seminare zu absolvieren? Was hast du eigentlich heute Morgen? Ein Kolloquium zur Bedeutung von Jeffersons Prinzipien für die aktuelle Gesellschaftssituation. Geht darum, ob das, was der große Mann vor 250 Jahren gesagt hat, uns auch heute noch was bringt. Und nach der Mittagspause sah er seine zweistündige Pflichtvorlesung über Statistik. Wieder legte sein Onkel eine Schweigeminute ein und Moth sah im Geist das wohlwollende Grinsen in seinem Gesicht. Naja, Jefferson ist immer verflucht interessant, Sklaven und Sex, unglaublich kluge Erfindungen und großartige Architektur. Diese Statistikvorlesung dagegen, ah, öde. Wieso haben sie dir denn sowas aufs Auge gedrückt? Wozu braucht man das für eine Promotion in amerikanischer Geschichte? Da greift doch jeder lieber zur Flasche. Darüber hatten sie schon oft gewitzelt und Moth konnte sich zu einem kurzen Lachen aufraffen. Aber echt, sagte er im Rückgriff auf einen längst überholten Teenie-Jargon, den der Historiker in ihm genoss. Was hältst du von einem Kompromiss? fragte sein Onkel. Wir treffen uns, wie du vorschlägst, um sechs in der Redeemer One. Aber vorher gehst du zu dem Mittagskränzchen im Campuszentrum. Das ist genau um zwölf. Du rufst mich an, wenn du reingehst. Von mir aus machst du da nicht mal den Mund auf, es sei denn, dir ist gerade danach. Hauptsache, du bist da. Und dann rufst du wieder bei mir an, wenn du rauskommst. Du meldest dich erneut, wenn du in diese Statistikvorlesung gehst und, du hast es erraten, sobald du wieder rauskommst. Und halte das Handy jedes Mal so hoch, dass ich mitbekomme, wie der Professor im Hintergrund seinen Sermon hält, ja? Genau das will ich hören. Sicheres, langweiliges Vorlesungshintergrund rauschen und keine klärenden Gläser. Für den Alkoholiker-Veteran gab es unter Millionen von Erklärungen und fadenscheinigen Ausflüchten, um an einen Drink zu kommen, nicht eine einzige Ausrede, die er nicht aus eigener Erfahrung kannte. Seine persönliche Strichliste an trockenen Tagen musste sich auf mehrere Tausend belaufen, aus Moths Sicht eine schier unerreichbare Zahl. Onkel Ed war mehr als ein Betreuer. Für Moths betrunkenen Dante war er vergil. Moth wusste, dass Onkel Ed ihm das Leben gerettet hatte, und zwar nicht erst einmal. Abgemacht, sagte Moth. Dann sehen wir uns also um sechs? Ja, er unterhalt mir einen bequemen Sitz frei. Möglicherweise verspäte ich mich ein paar Minuten, musste für einen Patienten noch einen Nottermin anschieben. Jemand wie ich? fragte Moth. Ach, Moth, mein Junge, von deiner Spezies gibt's kein zweites Exemplar, antwortete sein Onkel. Nee, denke eher eine Hausfrau aus der Vorstadt mit melancholisch gesenktem Blick, der die Medikamente zur Neige gehen und die Panik schiebt, weil ihr Seelenklemmner gerade in Urlaub ist. Ich bin nichts weiter als ein heiß begehrter, überqualifizierter Rezeptblock. Also dann, Moth. Bis heute Abend. Aber vorher ruf an. Jedes Mal. Du weißt, dass ich darauf warten werde. Mach ich. Danke, Onkel Ed. Keine Ursache. Eine maßlose Untertreibung. Moth hielt sich an die vereinbarten Telefonate, bei denen er mit seinem Onkel jedes Mal ein paar Minuten über Trivialitäten scherzte. Moth hatte nicht vorgehabt, bei dem Treffen in der Mittagspause den Mund aufzumachen, war jedoch auf Drängen des jungen Theologie-Professors, der die Runde leitete, am Ende doch noch aufgestanden und hatte sich zu seinen Ängsten über den starken Drang nach Alkohol am Morgen bekannt. Daraufhin hatten fast alle genickt, als sei es ihnen genauso ergangen. Nach dem Treffen fuhr er mit seinem Track-Mountainbike, das über stattliche 20 Gänge verfügte, zu den Sportanlagen der Universität. Die gummierte 400 Meter Hightech-Rennbahn mit einem Football-Trainingsplatz in der Mitte war eingezäunt, doch trotz des Warnschilds, das Studenten untersagte, die Bahn ohne Aufsicht zu benutzen, hob er das Rad über das Drehkreuz am Eingang, blickte schnell nach links und rechts, um sich zu vergewissern, dass er unbeobachtet war, und fuhr die ersten Runden. In kürzester Zeit hatte er sein Tempo stark beschleunigt. Er genoss das Klicken der wechselnden Gänge, die gefährliche Schräglage, mit der er in jede neue Kurve ging, den Geschwindigkeitsrausch, den Nervenkitzel unter dem azurblauen, wolkenlosen Himmel eines typischen Wintertages in Miami. Kaum trat er mit voller Kraft in die Pedale, spürte, wie sich seine Muskeln spannten und die Energie seinen ganzen Körper erfasste, registrierte er, dass das Verlangen allmählich nachließ und sich in irgendeinen Winkel verkroch. Aus vier Runden wurden im Handumdrehen 20. Ihm brannte der Schweiß in den Augen, vor Anstrengung begann er zu keuchen. Er fühlte sich wie ein Boxer, der mit einem rechten Schwinger seinen Gegner zu Fall gebracht hatte. Dreh schweilte auf ihn ein, spurnte er sich an. Der Sieg war mit Händen zu greifen. Nach der 28. Runde bremste er so abrupt, dass die Reifen auf dem Kunststoff quietschten. Er musste jeden Moment damit rechnen, dass ein Mann vom Campus-Wachdienst vorbeikam. Ein Wunder, dass sich nicht längst einer hatte blicken lassen. Was würde er wohl machen, mich anbrüllen, überlegte Moth. Mir ein Knöllchen dafür verpassen, dass ich versucht habe, nüchtern zu bleiben. Moth hob sein Fahrrad wieder über das Drehkreuz, bevor er gemächlich die Strecke, die er gekommen war, zurückfuhr und sein Mountainbike mit einem soliden Schloss und dem gusseisernen Ständer neben dem Gebäudekomplex der Naturwissenschaftlichen Fakultät sicherte, bevor er sich für die Statistikvorlesung in den Hörsaal begab. Als er an einem Wachmann in einem kleinen weißen Geländewagen vorbeikam, winkte er dem Fahrer zu, der die fröhliche Geste ignorierte. Wahrscheinlich würde er in dem klimatisierten Saal einen üblen Körpergeruch verströmen, sobald der Schweiß an ihm trocknete, doch damit konnte er leben. Auf wundersame Weise wendete sich dieser Tag offenbar noch zum Guten, sodass sich bei ihm verhaltener Optimismus einstellte. Auf einmal erschien ihm die Hundert nicht nur machbar, sondern wahrscheinlich. Bis eine Minute vor sechs wartete Moth vor der Kirche. Dann ging er hinein und steuerte die Lounge an, wo bereits ungefähr zwanzig Männer und Frauen in einer lockeren Kreisformation warteten, die Moth alle mit einem kurzen Nicken oder Winken begrüßten. Es hing ein schwacher Zigarettendunst in der Luft. Für Alkoholiker eine lässliche Sünde, dachte Moth. Er sah sich in der Runde um. Arzt, Anwalt, Ingenieur, Professor, Dame, König, Assspion. Und dann seine Wenigkeit, Doktorand. An der Rückwand standen auf einem dunklen Eichentisch ein Kaffeespender und Keramikbecher bereit. Die schimmernde Metallschüssel mit Eiswürfeln stand neben alkoholfreien Getränken und Tafelwasser. Moth fand einen freien Platz und stellte seinen abgewetzten Studentenrucksack neben sich ab. Den regelmäßigen Besuchern war klar, dass er den Sitz für seinen Onkel freihalten wollte, der Moth überhaupt erst in die vornehme Runde in der Redeemer One eingeführt hatte. Erst als das Gespräch schon etwa eine Viertelstunde lief und von seinem Onkel immer noch keine Spur zu sehen war, fing Moth an, unruhig die Sitzposition zu wechseln und mit den Händen herumzufuchteln. Auch wenn sich Onkel Ed schon einmal verspätete, so war auf eines hundertprozentig Verlass. Wenn er gesagt hatte, er käme, dann kam er auch. Immer häufiger wandte sich Moth vom Sprecher ab und spähte in der Hoffnung zur Tür, dass sein Onkel endlich mit einer Entschuldigung an die versammelte Runde erschien. Der Teilnehmer, der gerade an der Reihe war, sprach mit einigem Zögern über Oxycontin und das wohlig-warme Gefühl, das es ihm gab. Moth versuchte aufmerksam zuzuhören. Die Beschreibung war ihm längst geläufig, und zwar unabhängig davon, ob die Rede von morphiumhaltigen Pharmazeutika, von selbstgebrautem Methamphetamin oder billigem Gin aus dem Supermarkt war. Der Süchtige sehnte sich danach, vom Scheitel bis zur Sohle in diese Wärme einzutauchen und sich mit Haut und Haaren darin zu suhlen. So war es Moth in den wenigen Jahren seiner eigenen Sucht ergangen, und erhegte wenig Zweifel, dass sein Onkel aus seinen langen Jahren der Abhängigkeit ein Lied davon singen konnte. Wärme, dachte Moth. Wie verrückt kann man sein, tagtäglich die sengende Hitze von Miami zu ertragen und sich noch nach einer anderen Form von Wärme zu sehnen. Moth versuchte, sich auf den Mann zu konzentrieren, der gerade sprach. Er war Ingenieur, ein sympathischer Typ in mittleren Jahren, etwas untersetzt, wenig Haar auf dem Kopf, ein gutmütiger Zeitgenosse, der offenbar dem Druckarztangestellter eines der größeren Bauunternehmen der Stadt nicht gewachsen war. Der Realist in Moth fragte sich, wie viele Wolkenkratzer in der Brickle Avenue vielleicht von Leuten hochgezogen worden waren, die sich mehr für die Anzahl von Pillen interessierten, die sie sich pro Tag leisten konnten, als für die Maßangaben auf den Bauzeichnungen. Als er sich gerade wieder zur Tür umdrehte, ging sie tatsächlich im selben Moment auf. Doch statt seines Onkels trat eine Frau in den Raum. Eine stellvertretende Staatsanwältin, mindestens zehn Jahre älter als Moth. Die dunkelhaarige, angespannt wirkende Frau trug einen adretten blauen Hosenanzug und hatte statt einer Prader-Handtasche ein ledernes Aktenköfferchen dabei. Selbst am Ende eines langen Arbeitstages war sie eine äußerst gepflegte Erscheinung. In der Redeemer One-Gruppe gehörte sie eher zu den Neuzugängen. Da sie erst an wenigen Sitzungen teilgenommen und kaum einmal etwas beigesteuert hatte, war sie für den festen Stamm die große Unbekannte. Kürzlich geschieden, Strafrecht, Dezernat für Schwerkriminalität, Droge der Wahl, Kokain. Hallo, ich heiße Susan und ich bin drogenabhängig, hatte sie beim ersten Mal gesagt. Sie murmelte eine Entschuldigung für ihre Verspätung und setzte sich still in einen Sessel ganz hinten. Als Moth an der Reihe war, geriet er ins Stottern und machte seinem Nachbarn Zeichen, dass er den Stab an ihn weitergeben wolle. Das Treffen endete ohne seinen Onkel. Moth verließ die Kirche zusammen mit den anderen. Auf dem Parkplatz verabschiedete er sich von manchen mit seiner kurzen Umarmung, tauschte mit anderen, wie es nach den Gesprächsrunden Sitte war, Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus. Der Ingenieur fragte ihn, wo denn sein Onkel stecke und Moth erklärte ihm, Ed habe vorgehabt zu kommen, sei vermutlich aber länger als geplant von einem Notfall in der Praxis festgehalten worden. Der Ingenieur, sowie ein Herzchirurg und ein Philosophie-Professor, die in der Nähe standen und den Wortwechsel mitbekamen, nickten mit dieser unnachahmlichen Miene der Suchtkranken, die besagte, dass Moth-Erklärung plausibel klang und aller Wahrscheinlichkeit nach stimmte, jedoch grundsätzlich Zweifel angebracht waren. Alle drei versicherten ihm, er könne sie jederzeit anrufen, falls irgendetwas nicht in Ordnung sei und er das Bedürfnis habe, zu reden. Alle Teilnehmer der Runde besaßen die Höflichkeit, den scharfen Schweißgeruch von seinem Fahrradtraining am Mittag zu ignorieren. Als das Küken ihrer Gruppe behandelten sie ihn auch sonst mit besonderer Nachsicht, vielleicht, weil er sie auf die eine oder andere Weise an ihre eigene Jugend erinnerte, vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren. Davon abgesehen, waren sie wie alle Suchtkranken mit dem Gestank von Erbrochenem, von Ausscheidungen, nicht zuletzt dem Stechen, den Geruch der Angst und Verzweiflung vertraut und besaßen eine wesentlich höhere Toleranzschwelle für alle Varianten unangenehmer Körperausdünstungen als üblich. Moth stand unschlüssig da und trat von einem Bein aufs andere, während er zusah, wie die übrigen Besucher einer nach dem anderen verschwanden. Es war immer noch warm, die Schwüle legte sich wie eine Decke um ihn und zog sich mit jeder Minute enger. Er merkte, wie ihm zum zweiten Mal an diesem Tag der Schweiß ausbrach. Später hätte er nicht mehr sagen können, wann bei ihm der Entschluss reifte, zu dem Haus zu fahren, in dem sein Onkel praktizierte. Er stellte einfach irgendwann fest, dass er auf seinem Rad saß, heftig in die Pedale trat und in die Richtung der Praxis fuhr. Er hatte lediglich ein blinkendes rotes Rücklicht an seinem Mountainbike und setzte nicht allzu großes Vertrauen in die Sicherheit, die es ihm brachte. In Miami nahm es der Autofahrer mit der Straßenverkehrsordnung nicht allzu genau und ein Mensch auf einem Fahrrad war sowieso kein vollwertiger Verkehrsteil. Entweder grenzte es an Gesichtsverlust, ein so wehrloses Geschöpf großräumig zu umfahren, oder ein solcher Slalom brachte die Fahrer an die Grenze ihrer Fahrkunst. Moth war daran gewöhnt, dass ihm etwa alle hundert Meter jemand den Weg abschnitt oder ihn fast über den Haufen fuhr, und er genoss insgeheim den Nervenkitzel der allgegenwärtigen Gefahr einer Kollision. Sein Onkel führte seine Praxis in einem kleinen Gebäude zehn Häuserblocks von der exklusiven Einkaufsmeile entfernt, der Miracle Mile in Coral Gables, einen Katzensprung vom Universitätskampus entfernt. Am hinteren Ende des Einkaufsviertels verbreitete sich die Straße zu einer vierspurigen Rennbahn, zum Frust der Mercedes- und BMW-Fahrer auf dem Heimweg von der Arbeit mit einer Phalanx an Ampeln in beiden Richtungen. Zwischen den gegenläufigen Spuren lag ein breiter Mittelstreifen mit stattlichen Palmen und knorrigen Mangroven. Im Gegensatz zu den Palmen, die in puritanischer Stränge nur himmelwärts strebten, schienen sich die uralten Mangroven mit ihren verschlungenen Ästen wie Gnome einen Heidenspaß daraus zu machen, weit über die Fahrbahn zu wuchern, sodass die Scheinwerfer der Autos zwischen den dichtstehenden Ungetümen gerade genügend Licht in den dunklen Tunnel bringen konnten, um die Fahrer auf der Spur zu halten. Moth dachte nicht daran, das Tempo zu drosseln. Er wich mit akrobatischem Geschick und Wagemut gefährlichen Situationen aus und fuhr ein paar Mal bei Rot über die Ampel, wenn er den Eindruck hatte, dass er noch ebenso über die Kreuzung zischen konnte. Immer wieder hubten ihm Autos hinterher, oft nur aus Verärgerung darüber, dass sie eine Fahrbahn mit ihm teilen mussten, auf die sie mit ihren überdimensionierten SUV alleinigen Anspruch erhoben. Als er am Eingang des Gebäudes eintraf, keuchte er vor Anstrengung und spürte seinen rasenden Puls. Moth kettete sein Rad an einen Baum an der Vorderseite des einfallslosen roten Backsteinbaus, einem vier Stockwerke hohen Klotz, den man besonders in dieser Stadt, die dem neuen, modernen, angesagten Huldigte, deutlich ansah, dass er in die Jahre gekommen war. Der öde Ausblick, den die breiten, rückseitigen Fenster der Praxis boten, stand der Fassade in nichts nach. Eine Handvoll Nebenstraßen, ein Parkplatz und zum Trost eine einsame Palme. Für einen so erfolgreichen Therapeuten ein ausgesprochen bescheidenes Ambiente, über das sich Moth schon immer gewundert hatte. Er ging um das Gebäude herum und entdeckte an der gewohnten Stelle Eds Porsche Cabrio. Moth wusste nicht, was er davon halten sollte. Patient? Notfall? Er sagte sich, dass er am besten am Porsche wartete, bis Onkel Ed herunterkam. Doch irgendwann rang er sich dazu durch, das Gebäude zu betreten und zu der kleinen Zimmerflucht im obersten Stockwerk hinaufzufahren. Was auch immer ihm dazwischengekommen ist, muss wichtig gewesen sein. Dieser Nottermin, den er extra erwähnt hat, weil er sich möglicherweise bei der Selbsthilfegruppe verspäten würde. Etwas weitaus ernsteres als ein Folgerezept für so lauft. Vielleicht jemand in einem akuten manischen Zustand. Halluzinationen, Kontrollverlust, Todesdrohungen, Krankenwagen, pfff, sowas in der Art. Lebend gerne hätte Moth weiterhin an die Version geglaubt, mit der er vor einer knappen Stunde den alten Bekannten aus dem Redeemer-Kreis Eds fernbleiben erklärt hatte. Moth nahm den Fahrstuhl in den vierten Stock, der ruckelnd im Dachgeschoss hielt. Im Gebäude herrschte absolute Stille. Wahrscheinlich legte keiner der anderen zehn, elf Therapeuten im Haus Überstunden ein. Nur wenige Praxen beschäftigten Empfangspersonal. Ihre Klientel wusste selbst, wann sie zu erscheinen und wieder zu verschwinden hatte. Die Praxis seines Onkels unterm Dach verfügte über ein kleines, nicht besonders behagliches Wartezimmer mit älteren Zeitschriften Ausgaben in einem Halter an der Wand. In einem angrenzenden, größeren Raum hatte Onkel Ed Platz für einen Schreibtisch, einen Stuhl und die gute alte Analytiker-Couch, die er inzwischen viel seltener benutzte als noch vor gut zehn Jahren. Moth trat leise in die Praxis und drückte auf die vertraute Klingel direkt neben der Tür, über der ein freundliches, handgeschriebenes Schild mit der Anweisung für Patienten hing, bitte zweimal schön laut klingeln, damit ich weiß, dass Sie da sind, und im Wartezimmer Platz nehmen. Genau das hatte Moth vor, doch als er sah, dass die Tür zum Sprechzimmer einen Spalt offen stand, schwebte sein Finger in der Luft, ohne den Klingelknopf zu berühren. Er ging zur Tür. »Onkel Ed?« fragte er laut. Dann stieß er sie auf. Er konnte den lauten Schrei, der ihm in der Kehle saß, unterdrücken. Er versuchte, den Leichnam zu berühren, doch beim Anblick all des Bluts und der glitschigen, zähflüssigen Gehirnmasse, die aus einer klaffenden Kopfhunde gequollen, über den Schreibtisch gespritzt war und am weißen Hemd so wie der bunten Krawatte klebte, zog er die Hand wieder zurück. Auch fasste er die kleine halbautomatische Pistole nicht an, die neben der ausgestreckten rechten Hand des Toten zu Boden gefallen war. Die starren Finger waren gekrümmt. Er wusste, dass sein Onkel tot war. Doch selbst in Gedanken brachte er das Wort nicht heraus. Er wählte den Notruf mit zittriger Hand. Wie ein unbeteiligter Zeuge hörte er seine schrille Stimme, die um Hilfe bat und die Adresse der Praxis durchgab. Langsam ließ er den Blick durchs Zimmer schweifen, als sei es überlebenswichtig, dass er sich in diesem Moment alles, was er sah, ins Gedächtnis einbrannte, bis ihn die Vielzahl der Eindrücke erschöpfte. Nichts brachte ihm irgendeine Erkenntnis. Er sackte auf den Boden und wartete. Bei seiner Aussage gegenüber den Polizisten, die in wenigen Minuten vor Ort waren, hielt er mit aller Macht die Tränen zurück. Eine Stunde später erzählte er alles, was er der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, noch einmal Susan, die er gerade erst beim AA-Treffen in der Redeemer im blauen Hosenanzug gesehen hatte und die ihm jetzt in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Staatsanwältin gegenüber saß. Als sie ihm ihre Visitenkarte reichte, erwähnte sie ihre Bekanntschaft mit keinem Wort. Er wartete, bis der Gerichtsmediziner mit seinem Kombi eintraf, eine Mischung aus Leichen und Krankenwagen. Er sah zu, wie zwei Kriminaltechniker in weißem Overall die Leiche seines Onkels in einen schwarzen Vinylsack packten und auf einer Trage aus der Praxis rollten. Da sie so etwas täglich machten, verfuhren sie mit dem Toten unbekümmert routiniert. Kurz bevor sie über ihm den Reißverschluss zuzogen, erhaschte Moth einen einzigen Blick auf das rot geränderte Loch in der Schläfe. Er wusste, dass er diesen Anblick nie vergessen würde. Auf die Frage eines müden Detective »Welchen Grund könnte ihr Onkel gehabt haben, sich das Leben zu nehmen? antwortete er »Ich weiß nicht« und fügte hinzu, er war glücklich, es ging ihm gut, er hatte seine Probleme hinter sich gelassen, vor ewigen Zeiten. Mit einiger Phasenverschiebung hatte er die Ermittler schließlich seinerseits gefragt, was soll das heißen, sich das Leben genommen? Das hat er mit Sicherheit nicht getan, völlig undenkbar. Sein heftiger Protest machte wenig Eindruck auf den Mann, der seine Frage schweigend überging. Moth hatte sich hektisch in der Praxis umgesehen, auch wenn er nicht erklären konnte, wieso er die Möglichkeit eines Selbstmords so entschieden verwarf, sagte ihm sein Bauchgefühl, dass es hier irgendetwas geben musste, das ihm Recht gab. Das Angebot der stellvertretenden Staatsanwältin, ihn nach Hause zu fahren, lehnte er dankend ab. Während die Kriminaltechniker die Praxis eher flüchtig und routinemäßig als gründlich untersuchten, stand er draußen im Wartezimmer. Immerhin nahm die ganze Prozedur mehrere Stunden in Anspruch, in denen Moth versuchte, seine Gedanken und Gefühle auszuschalten. Erst als das letzte Blinklicht des Streifenwagens um die Ecke verschwunden war, erfasste ihn das Gefühl völliger Hilflosigkeit, wie ein Strudel, der ihn unaufhaltsam in die Tiefe zog. Und ohne darüber nachzudenken, was er tat, oder vielleicht auch, weil es das Einzige war, wozu er sich imstande sah, machte sich Moth auf die Suche nach einem Drink. Du bist eine Mörderin. Nein, bin ich nicht. Und ob, du hast es umgebracht, aus freien Stücken, Mörderin. Das stimmt nicht. Ich könnte so etwas nicht, das brächte ich niemals fertig. Hast du aber. Du hast es getan, Mörderin. Eine Woche nach der Abtreibung lag Andy Candy wie ein Embryo eingerollt auf der rüschenbesetzten rosa Tagesdecke, den Kopf in die Dekokissen gedrückt, auf ihrem Bett in dem kleinen Zimmer des bescheidenen Hauses, in dem sie aufgewachsen war. Sie hieß nicht wirklich Andy Candy. Der Spitzname ging auf einen Abzählvers zurück, den ihr unnachahmlich liebevoller, doch verstorbener Vater in ihrer Kindheit so oft auf den Lippen gehabt hatte. Er selbst hieß Andrew, und da sie mit einem Jungen gerechnet hatten, sollte sie nach ihm benannt werden. Andrea war der beste Kompromiss gewesen, der ihnen einfiel, als die Hebamme ihnen ein Mädchen in die Arme legte, und schließlich war es bei Andy Candy geblieben. Der Name verband sie unauflöslich mit ihrem Vater, der viel zu früh an Krebs gestorben war, eine unsichtbare Last, die sie ständig mit sich herumtrog. Mit Nachnamen hieß sie Martine, Betonung auf der zweiten Silbe, eine Hommage der Familie an ihre Vorfahren, die vor knapp hundertfünfzig Jahren aus Frankreich in die USA eingewandert waren. Eine Zeit lang hatte Andy Candy von einer Reise nach Paris geträumt, einer Pilgerfahrt zu ihren Wurzeln und sich ausgemalt, wie sie den Eiffelturm bestieg, sich knusprige Croissants und Eclairs auf der Zunge zergehen ließ. Vielleicht würde sie sich auch auf eine Novelle-Vague-Romanche mit einem älteren Mann einlassen. Dies war nur einer von vielen Zukunftsträumen für die Zeit nach der Uni, mit einem glänzenden Anglistikabschluss in der Tasche. An ihrer Wand hing sogar ein farbenprächtiges Poster mit einem strahlend attraktiven Paar, das in der milden Oktobersonne Händchen haltend am Seine-Ufer entlang schlenderte. Das Bild vermittelte das Stereotype-Reisebüro-Image von Paris als Stadt der Liebe, an dem Andy Candy mit unerschütterlicher Überzeugung festhielt. In Wahrheit sprach sie ebenso wenig wie sonst irgendjemand aus ihrem Freundeskreis Französisch. Abgesehen von den wenigen Brocken, die sie auf einem Schulausflug nach Montreal zu einer Theateraufführung von Warten auf Godot aufgeschnappt hatte, verfügte sie über keine Fremdsprachenkenntnisse und hatte auch keine nennenswerten Reisen unternommen. Tatsächlich hatte sie lediglich ihren Lehrer jemals Französisch sprechen gehört. Im Moment kannte Andy Candy nur die Sprache von Schmerzen, Seelenqualen und Tränen, einer unsäglichen Verzweiflung, der sie unablässig Nahrung gab, indem sie einmal als Büßerin händeringend um Vergebung flehte und im nächsten Moment schonungslos mit sich ins Gericht ging. Dann hatten ihre Selbstvorwürfe nichts von einer Gardinenpredigt, sondern erinnerten in ihrem vernichtenden Eifer eher an einen kaltblütigen mittelalterlichen Inquisitor. Ich hatte keine Wahl, nicht die geringste, wie denn bitteschön, was hätte ich denn machen sollen? Jeder hat eine Wahl, Mörderin. In jeder Situation kann man sich so oder so entscheiden, du hast dich falsch entschieden und das weißt du genau. Ist nicht wahr, ich hatte keine Alternative, ich habe das Richtige getan, es tut mir leid, aber es war das einzig Richtige. Machen wir es uns da nicht ein bisschen zu leicht, Mörderin? Allzu leicht? Vielleicht ist die Frage gestattet, für wen es das Richtige gewesen ist. Für alle Beteiligten. Ach ja, alle? Bist du dir sicher? Was für ein Selbstbetrug, Lügnerin, Mörderin, verlogene Mörderin. Andy Candy drückte einen abgewetzten Teddybär an die Brust. Dann zog sie sich die selbstgenähte Steppdecke mit den roten Herzen und gelben Blumen über den Kopf, als könnte sie auf diese Weise vor dem immer heftigeren Für und Wider die Ohren verschließen. Doch der Zwist in ihr tobte ungehindert weiter. Es war, als hätte sie zwei Seelen in der Brust, eine weinerliche, die sich so gut es ging zu entschuldigen versuchte, und eine Strenge, die jede Ausflucht in der Luft zerfetzte. Aus tiefstem Herzen sehnte sie sich in ihre Kindheit zurück. Während sie zitternd und schluchzend dalag und sich an ihr altes Stofftier klammerte, stellte sie sich vor, wie schön es wäre, eine Zeitreise in die Jahre ihrer Kindheit zu machen, als alles so viel einfacher gewesen war. Am liebsten hätte sie sich in ihrer Vergangenheit versteckt, damit ihre Zukunft sie nicht einholen und niedermachen konnte. Wenn sie der nächste Heulkrampf packte, drückte sie das Gesicht in den falschen Pelz des Bären, um ihr Schluchzen zu dämpfen. War der schlimmste Ausbruch vorbei, schnappte sie nach Luft und hielt sich den Teddy an das eine Ohr, die Hand über das andere und hoffte dem unablässigen mörderischen Streit wenigstens für kurze Zeit zu entkommen. Ich konnte nichts dafür. Ich war das Opfer. Vergib mir bitte. Niemals. Andy Candys Mutter spielte nervös mit dem Kruzifix, das ihr an einem Kettchen um den Hals hing, bevor sie auf dem Klavier das eingestrichene C anschlug. Dann verharrten ihre Hände, wie sie es in ihrem Lieblingsfilm Der Pianist bei Adrian Brody gesehen hatte, so lange über den Elfenbeintasten, bis absolute Stille herrschte. Sie schloss die Augen und versenkte sich in ein Nocturne von Chopin. Sie musste die Noten nicht wirklich hören, um in die Musik einzutauchen. Ihre Hände flogen über die schimmernden Tasten, ohne sie ein einziges Mal zu berühren. Zugleich wusste sie, dass sich ihre Tochter in ihrem Zimmer die Seele aus dem Leib heulte. Durch die Tür und den langen Flur drang kein Laut bis zu ihr, doch wie beim Stück von Chopin konnte sie jeden Ton ganz deutlich hören. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und legte, wie nach der letzten Note bei einem Konzert die Hände in den Schoß, um auf den Applaus zu warten. Kaum war das Nocturne in ihrem Kopf verklungen, hatte sie der Stimme der Verzweiflung aus dem Zimmer am Ende des Flurs nichts mehr entgegen zu setzen. Sie zuckte die Schultern und drehte sich auf der Klavierbank um. Sie erwartete ihre nächste Schülerin erst in einer halben Stunde und so blieb ihr ein wenig Zeit, um sich zu ihrer Tochter zu setzen und sie zu trösten. Doch das versuchte sie nun schon seit über einer Woche und all ihr liebevolles Streicheln, ihre Umarmungen, ihre leisen, beschwichtigenden Worte hatten jedes Mal nur zu einem neuen Tränen Ausbruch geführt. Mit rationalen Argumenten zu helfen, hatte sie längst aufgegeben. Du kannst nichts dafür, wenn du bei einem harmlos gemeinten Date vergewaltigt wirst. Dann von der psychologischen Seite. Du darfst dich nicht selbst bestrafen. Schließ dich die praktische Seite. Sieh mal, Andy, du kannst dich nicht ewig hier vergraben. Früher oder später musst du dich zusammenreißen und dich dem Leben stellen. Ein ungewolltes Kind auf die Welt zu bringen, wäre Sünde. Bei dieser letzten Behauptung war sie sich ihrer Sache selbst nicht sicher. Ihr Blick schweifte zu dem abgewetzten Wohnzimmer Sofa, auf dem es sich ein Boxer Pudel Mischling, eine und ihr gespannt entgegenschauten. Der Blick der drei Hunde sagte, was geht, was ist mit Gassi? Sobald sie ihnen in die Augen sah, wedelten drei unterschiedlich große, unterschiedlich geformte Schwänze. Kein Gassi, sagte sie. Später. Die Hunde, alle noch von ihrem Mann, einem Tierarzt mit weichem Herz gerettet, wedelten weiter, obwohl sie wahrscheinlich den Grund für die Verzögerung auf Hunderart verstanden. Hunde haben dafür einen siebten Sinn, dachte sie. Sie wissen, wann wir glücklich und wann wir traurig sind. Schon seit einiger Zeit wäre es niemanden in den Sinn gekommen, die Atmosphäre in ihrem Haus als glücklich zu bezeichnen. Andrea, sagte Andy Candys Mutter laut, wenn auch mit einem resignierten Unterton. Ich komme. Doch statt aufzustehen, rührte sie sich nicht von der Klavierbank. Das Telefon klingelte. Ein diffuses Gefühl sagte ihr, dass sie es lieber klingeln lassen sollte, auch wenn sie keine Ahnung hatte, warum. Dennoch nahm sie ab und befahl zugleich den drei Hunden mit ausgestrecktem Finger zu ihrer Tochter zu laufen und sie zu trösten. Andy Candys Zimmer, da, lauft, haltet sie ein bisschen auf. Die drei Tiere, deren gehorsam für die erzieherische Gabe ihres verstorbenen Mannes sprach, sprangen von der Couch und rannten um die Wette durch den Flur zum Zimmer ihrer Tochter. Sie wusste, dass sie bellen würden, wenn sie die Tür verschlossen fanden und dass der Pudelmischling sich auf die Hinterpfoten stellen und so lange wild kratzen würde, bis Andrea ihm öffnete. Wäre die Tür einen Spalt breit offen, dann schöbe die Promenadenmischung, die größte im Trio sie mit der Schulter auf und alle drei würden um die Wette zu Andys Bett Anschließend sagte Andy Candys Mutter ins Telefon, Hallo? Mrs. Martine? Ja, am Apparat. Die Stimme am anderen Ende klang ihr irgendwie vertraut, wenn auch ein wenig heiser. Sie versuchte, die Stimme unterzubringen. Hier ist Timothy Warner. Bei der Erinnerung freute sie sich. Moth! Na, sowas, Moth! Was für eine Überraschung! Es trat eine kurze Pause ein, dann sagte er, ich, ähm, ich versuche, Andrea zu erreichen und ich wollte sie fragen, ob sie mir ihre Nummer an der Uni geben könnten. Als Andy Candys Mutter nicht sofort antwortete, trat wieder Schweigen ein. Die Tatsache, dass er sie mindestens so oft Andrea wie Andy Candy genannt hatte, sprach in ihren Augen für den jungen Mann. Ich hab das mit Dr. Martine mitbekommen, fügte er vorsichtig hinzu. Ich habe ihnen eine Karte geschickt. Ich weiß, ich hätte anrufen sollen, aber sie wusste, dass er etwas über Darmkrebs und Tod sagen wollte, doch was gab es da schon zu sagen? Ja, die haben wir bekommen. Das war sehr aufmerksam von ihnen. Er hat sie immer gemocht, Moth. Danke. Doch aus welchem Grund melden sie sich jetzt? Wir haben seit Jahren nicht mehr von ihnen gehört. Ja, seit vier Jahren, glaube ich, ungefähr. Vier Jahre, dachte Mrs. Martine, traf es wohl in etwa, kurz bevor ihr Mann verstarb. Und wieso jetzt? Wiederholte sie. Sie war sich nicht sicher, inwieweit sie ihre Tochter noch beschützen sollte. Andy Candy war 22 Jahre alt und damit nach landläufiger Meinung erwachsen, selbst wenn die junge Frau, die im Zimmer am anderen Ende des Flurs schluchzte, sie eher an ein kleines Kind erinnerte. Der Moth von früher hatte nichts Bedrohliches an sich gehabt. Andererseits waren vier Jahre eine lange Zeit und Menschen veränderten sich nun einmal. Auf jeden Fall kam sein Anruf völlig überraschend. Würde die Wiederbegegnung mit dem ersten echten Freund ihrer Tochter mehr schaden oder guttun? Ich wollte nur ... Er brachte den Satz nicht zu Ende. Mit einem Seufzer gab er sich geschlagen. Ist schon in Ordnung, wenn sie mir ihre Nummer nicht geben wollen. Sie ist zu Hause. Die Reaktion am anderen Ende ließ ein paar Sekunden auf sich warten. Ich dachte, sie steckt gerade in den Semesterabschluss Klausuren. Macht sie nicht im Juni Examen? Sie hatte ein paar Rückschläge. Andy Candys Mutter hielt dies für eine passend neutrale Umschreibung einer ungewollten Schwangerschaft. Ich auch, sagte Mouth. Das ist auch indirekt der Grund, warum ich sie gerne sprechen würde. Andy Candys Mutter überlegte. In Bruchteilen von Sekunden wog sie im Kopf das Für und Wider ab, nicht wie eine mathematische Gleichung, sondern wie eine Art Partitur zur Begleitung unkontrollierbarer Emotionen. Mouth hatte im Leben ihrer Tochter einmal die erste Geige gespielt und sie hegte einige Bedenken, ob sein plötzliches Erscheinen bei Andy Candy die richtigen Seiten anschlagen würde. Sagte sie ihr nichts, konnte ihre Tochter ihr zu Recht Vorwürfe machen, wenn sie irgendwann davon erfuhr, dass ihre Mutter ihr aus einem fehlgeleiteten Beschützerinstinkt den Anruf ihres verflossenen Freundes vorenthalten hatte. Ein wenig ratlos versuchte sie es am Ende mit einem typisch mütterlichen Kompromiss. Wissen Sie was, Mouth? Bleiben Sie einfach einen Moment dran. Ich gehe zu ihr und frage sie, ob sie mit ihnen sprechen will. Falls nicht, dann würde ich das natürlich respektieren. Schließlich haben wir uns damals nicht im allerbesten Einvernehmen getrennt. Aber trotzdem danke. Wirklich nett von Ihnen. Nicht der Rede wert. Bleiben Sie am Apparat. Lässt du mich in Ruhe, wenn ich hoch und heilig verspreche, nie wieder in meinem Leben irgendetwas oder irgendjemanden zu töten? Bitte! Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Mörderin! Auftragsgemäß drängten sich die Hunde um Andy Candys Bett. Sie versuchten, ihr das Gesicht zu schlecken, schoben die Schnauzen unter die Decke, stießen mit den Köpfen Kissen weg, um Andy Candy in ihrem Hundeefer die Tränen abzuschlecken. Unter dem Ansturm der schnüffelnden Schnauzen, Zungen und Pfoten gab der Inquisito erst einmal Ruhe. Andy verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln und unterdrückte ein letztes Schluchzen. Bei so viel Zudringlichkeit fiel es schwer, unglücklich zu sein. Erst als ihre Mutter sie ansprach, bemerkte sie, dass sie im Zimmer stand. Andy? Wie aus der Pistole geschossen, lass mich in Ruhe. Da ist jemand am Telefon, der dich sprechen will. Erwartungsgemäß ihre bittere Antwort, ich will weiß, antwortete ihre Mutter freundlich. Zögern, dann es ist Moth, dass der sich ausgerechnet jetzt bei dir meldet. Andy Candy schnappte nach Luft. In Bruchteilen von Sekunden stieg eine Flut von Erinnerungen in ihr auf, gute und glückliche im Wettstreit mit dem Kummer am Ende. Er ist in der Leitung, wiederholte ihre Mutter überflüssiger Weise. Weiß er, fing Andy Candy an, sprach den Satz jedoch nicht zu Ende, als sie klar wurde, dass die Antwort natürlich Nein war. Dies war einer jener seltenen Momente, in denen Andy Candy augenblicklich begriff, dass sie nicht zögern durfte. Wenn sie nicht riskieren wollte, dass sich der Grund für seinen Anruf von selbst erledigte und sie es später bereuen würde, müsste sie aufstehen und ans Telefon gehen. Wenn sie ihm ausrichten ließ, er solle seine Nummer hinterlassen und sie würde sich bei ihm melden, wäre die Chance vertan. Die Vergangenheit riss sie wie eine starke Strömung mit. Sie erinnerte sich an Lachen, Liebe, ungetrübte Freude und Abenteuer, dann eine Mischung aus Glück und Kummer, schließlich Wut und abgründige Traurigkeit, als sie sich trennten. Meine erste Liebe, dachte sie, eine einzige wirkliche Liebe, die man niemals vergisst. Eine warnende Stimme meldete sich sehr entschieden zu Wort. Sag ihm Danke der Nachfrage, aber kein Bedarf, mir geht's im Moment auch schon so dreckig genug, sag ihm lass mich in Ruhe, keine weitere Erklärung, häng einfach auf. Doch sie sagte nichts dergleichen, genauso wenig wie die anderen Dinge, die ihr durch Antwortete sie ihrer Mutter zu ihrer eigenen Verwunderung, stand so energisch auf, dass die Hunde vom Bett purzelten und griff nach dem Telefon. Den Hörer schon am Ohr warf sie ihrer Mutter einen finsteren Blick zu. Diese Verstand zog sofort die Tür hinter sich zu und kehrte ins Wohnzimmer zurück, das außer Hörweite lag. Andy Candy holte einmal tief Luft, fragte sich in einer Schrecksekunde, ob sie überhaupt einen Ton heraus bekäme, ohne dass ihr die Stimme wackelte und flüsterte schließlich Moth? Hi, Andy, sagte er. Zwei Worte wie aus der fernen Vergangenheit, bei denen sich Zeit und Raum in einer einzigen Sekunde mit geballter Energie zusammenzogen und es ihr so vorkam, als stünde Moth plötzlich vor ihr und streichelte ihr die Wange. Reflexartig hob sie ihre freie Hand, als fühlte sie seine Berührung tatsächlich an der Haut. Lange nichts von dir gehört, sagte sie. Ich weiß, aber ich hab oft an dich gedacht, erwiderte Moth, vor allem in letzter Zeit. Und? Wie geht's dir? Nicht besonders gut, erwiderte sie. Er schwieg. Mir auch nicht. Weswegen rufst du an? fragte sie. Andy Candy traute ihren Ohren nicht. Es war nicht ihre Art, so brüsk und direkt zu sein. Doch vielleicht lag sie mit ihrer Selbsteinschätzung daneben. Allein schon die Stimme ihres Freundes von damals zu hören, löste einen Tumult an Gefühlen aus, darunter auch unverkennbar Freude. Ich hab ein Problem, sagte er. Er sprach, anders als der impulsive, unbekümmerte Junge von damals, sehr langsam und bedächtig. Sie versuchte aus den wenigen Worten herauszuhören, wie er sich in den Jahren seit ihrer Trennung verändert hatte. Nein, korrigierte er sich, ich habe einen ganzen Haufen Probleme, kleine und große. Und ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Gib nicht mehr viele Menschen, denen ich noch traue und da hab ich an dich gedacht. Sie war sich nicht sicher, ob sie das Bekenntnis als Kompliment verstehen sollte. Ich höre, sagte sie und hätte es gerne im selben Moment zurückgenommen. Eine unangemessene Reaktion. Sie hätte ihn eindeutiger ermuntern sollen, weiterzureden. Typisch Moth. Erst wenn er einen kleinen Schubs bekam, schüttete er einem sein Herz aus. Fang doch einfach an mit mein Onkel, unterbrach er sie und wiederholte sich, mein Onkel. In den zwei Worten klang so viel Verzweiflung und Bitterkeit heraus, dass es ihr bis ins Mark drang. Ihm hab ich vertraut. Aber er ist tot. Das tut mir aufrichtig leid, sagte Andy Candy. Das war der Psychiater, nicht wahr? Ja. Dass du das noch weißt. Wir sind uns ein, zweimal begegnet. Er war ganz anders als deine übrige Familie. Er war witzig, das ist mir am meisten haften geblieben. Wie ist er denn? Der Rest der Frage verstand sich von selbst. Nicht so, wie dein Dad gestorben ist. Er war nicht krank. Keine Klinik, kein Priester. Mein Onkel hat sich erschossen. Das heißt, das behaupten alle, zum Beispiel meine ganze verklemmte Familie und die verdammten Cops. Andy ließ ihn weiterreden. Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Nicht? Nein. Aber wie bleibt nur eine Erklärung. Ich glaube, er wurde ermordet. Sie schwieg eine ganze Weile. Wie kommst du darauf? Er hätte sich niemals das Leben genommen. Das passte einfach nicht zu ihm. Er war schon mit so vielen Problemen fertig geworden, dass ihn so schnell nichts mehr umhauen konnte. Falls es neue Schwierigkeiten gab, hätte er sie angepackt. Und er hätte mich nie im Stich gelassen. Ausgerechnet jetzt. Wenn er es also nicht gewesen ist, dann war es jemand anderes. Seine was dürftig, stellte Andy Candy fest. Sie stützte sich einzig und allein auf Moths gefühlsmäßige Einschätzung seines Onkels statt auf Fakten. Jetzt bleibt es an mir hängen, herauszufinden, wer es gewesen ist, fuhr Moth fort, und plötzlich klang seine Stimme grimmig entschlossen, kaum wiederzuerkennen. Niemand sonst wird nach dem Kerl suchen, nur ich. Wieder antwortete sie nicht sofort. Nie hätte sie andererseits hatte sie, bevor sie nach dem Hörergriff, gar keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Wieso? Wie? fing sie an, ohne sich konkrete Antworten zu erhoffen. Und wenn ich ihn finde, muss ich ihn töten, egal, wer der Bursche ist, fügte Moth hinzu. Mit einer solch wilden Entschlossenheit hätte sie schon gar nicht gerechnet. Dass er auf eigene Rechnung losziehen und einen Mörder suchen wollte, statt der Polizei von seinem Verdacht zu erzählen oder sonst irgendetwas zu unternehmen, das als angemessen und sachdienlich durchgegangen wäre, verschlug ihr die Sprache. Andy Candy war schockiert und augenblicklich verängstigt. Trotzdem legte sie nicht auf. Ich brauche deine Hilfe, sagte Moth. Hilfe war ein dehnbarer Begriff. Doch Andy Candy zuckte wie vom Schlag gerührt auf ihrem Bett zurück. Mörder ein, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Er wählte einen Treffpunkt in einer unbeschwerten, sicheren Umgebung. Zumindest würde der Ort nichts aus ihrer Vergangenheit darauf beschwören oder einen Hinweis darauf liefern, was Moth sich von Andy für die Zukunft erhoffte, falls es eine gäbe. Er Er saß im Bus und hielt ein Foto von ihr in der Hand, Andy mit 17 Jahren. Vergnügt blickte sie von einem Burger mit Fritten auf. Doch die Erinnerungen waren von einem Wust Problemen überlagert. Hallo, ich heiße Timothy, ich bin Alkoholiker und bin jetzt seit drei Tagen nöchtern. Hi, Timothy, schallte es aus der Runde in der Redeemer One zurück. Wenn ihn sein Gefühl nicht trug, war die ganze Gruppe bedrückt, andererseits aufrichtig froh, dass er sich wieder bei ihnen blicken ließ. Als er sich zu Beginn der Sitzung verlegen hereingeschlichen hatte, war eine Reihe vom alten Stamm spontan aufgestanden und hatte ihn umarmt. Einige hatten ihn fest an sich gedrückt und ihm ihr Beileid ausgesprochen. Er wusste, dass es aufrichtig war. Ihm war klar, dass alle vom Tod seines Onkels erfahren hatten und sich ausmalen konnten, wie verzweifelt Timothy sein musste. Als er aufgefordert wurde, sein Bekenntnis abzulegen und zu Boden starrte, kam ihm zum ersten Mal der Gedanke, dass er all diesen Leuten vielleicht mehr bedeutete als sie ihm, auch wenn er keine Erklärung dafür hatte. Drei verfluchte Tage. Dreimal vierundzwanzig Stunden, wiederholte er, bevor er sich setzte. Moth hielt seine letzten neunzig nüchternen Stunden in einem mentalen Tagebuch fest. Erster Tag. Im Morgengrauen auf dem roten Boden eines Baseball-Spielfelds aufgewacht. Wann er dort zusammengesackt war und wie er die übrige Nacht herumgebracht hatte, war aus seinem Gedächtnis gelöscht. Seine Brieftasche war weg, außerdem ein Schuh. Der Gestank nach erbrochenem raubte ihm fast die Sinne. Er wusste nicht, woher er die Kraft nahm, schwankend die siebenundzwanzig Häuserblocks zu seinem Studio zurückzulaufen, nachdem ihm irgendwann gedämmert war, wo er sich überhaupt befand. Die letzten Kreuzungen überquerte er auf einer wundgelaufenen Sohle. Zurück in der Wohnung warf er seine Kleider ab wie eine Schlange die abgetragene Haut und unterzog sich einer gründlichen Körperpflege. Heiße Dusche, Zahnbürste, Kamm. Sämtliche Sachen, die er angehabt hatte, warf er in den Müll und wurde sich in diesem Moment bewusst, dass seit dem Tod seines Onkels zwei Wochen vergangen waren und er in dieser Zeit zum ersten Mal nach Hause kam. Mit einer gewissen Erleichterung nahm er zur Kenntnis, dass er dank seines Blackouts nicht mehr wusste, auf was für Baseball-Spielfeldern er noch geschlafen hatte. Er beschloss, wieder trocken zu werden und verkroch sich den ganzen Tag in seiner abgedunkelten Wohnung. Ihm war Spei übel, sein Magen krampfte sich zusammen, die Schweißausbrüche bei Tage gingen in nächtliches Schwitzen über, und so traute er sich nicht aus dem Haus. Es kam ihm so vor, als wartete direkt neben der Haustür eine heißblütige unwiderstehliche Sirene, die ihn unweigerlich in den Spirituosenladen oder die nächstbeste Kneipe locken würde. Wie einst der legendäre Held Odysseus versuchte er sich an einen Mast zu fesseln. Zweiter Tag Nachdem er einen ganzen Tag lang in seinem eigenen Schweiß auf dem Boden neben seinem Bett gelegen hatte, meldete er sich schließlich auf eine Reihe von Anrufen seiner Eltern zurück. Sie waren wütend und enttäuscht, wahrscheinlich auch in Sorge, die allerdings nur mäßig herauszuhören war. Sie hatten ihm Nachrichten auf dem AB hinterlassen und wussten ganz offensichtlich, wieso er verschwunden war und wohin. Nicht genau, sie brauchten nicht die Adressen der Spelunken zu kennen, die ihn willkommen hießen. Außerdem erfuhr er, dass er die Beerdigung seines Onkels verpasst hatte. Die Einzelheiten hatten einen stundenlangen Heulkrampf ausgelöst. Als er sich beruhigt hatte, staunte er selbst ein wenig darüber, dass er nicht erneut losgezogen war, um seinen Kummer zu ertränken. Auch wenn ihm die Hände zitterten, war dieser kleine Akt des Widerstands gegen die Sucht ein ermutigendes Zeichen. Ein Mantra hatte er immer wieder vor sich her gesagt. Tu, was Onkel Ed tun würde, tu, was Onkel Ed tun würde. In jener Nacht Als am Morgen seine rasenden Kopfschmerzen und das unkontrollierbare Zittern langsam nachgelassen hatten, rief er Susan an, die stellvertretende Staatsanwältin, die ihm ihre Karte gegeben hatte. Sie schien nicht erstaunt, noch einmal von ihm zu hören und fand es offenbar auch nicht allzu ungewöhnlich, dass Es tut mir leid Ihnen das so offen sagen zu müssen, aber der Fall wird als Selbstmord eingestuft. Sie ließ sich nicht weiter darüber aus, wieso sie diesen Umstand bedauerte und er fragte nicht nach. Kleinlaut erwiderte er, Daran glaube ich nicht. Könnten Sie mir die Akte zu lesen geben, bevor sie im Archiv verschwindet? Sie antwortete mit einer Gegenfrage. Glauben Sie nicht auf den Tod von Onkel Ed bezog? Ja, antwortete er kurz und bündig, wenn auch ohne Überzeugungskraft. Nach dem Telefonat legte er sich wieder ins Bett, starrte mindestens eine Stunde lang zur Decke und hatte am Ende zwei Beschlüsse gefasst. Am Abend zu Redeemer One zurückzukehren, denn das hätte sich sein Onkel so gewünscht, und Andy Candy anzurufen. Denn wenn er sich das Gehirn nach irgendeinem Menschen zermartete, der ihn anhören würde, ohne ihn nach einer Minute als verkommenen Säufer und Spinner mit einem zwanghaften Redebedürfnis abzutun, dann war sie die einzige Kandidatin. Der Matheson Hammock Park war für Moth eine kurze Busfahrt entfernt. Er saß auf der Rückbank und hatte das Fenster einen kleinen Spalt breit geöffnet, um den Duft der Hortensien und Azaleen einzusaugen, den die flimmernden Dunstschwaden in der Mittagssitze verbreiteten, ohne die kühle Brise der Klimaanlage zu beeinträchtigen. Der Bus war nur spärlich besetzt, eine junge schwarze Frau, vermutlich aus Jamaika, in weißer Schwestern Tracht. Sie hielt ein zerflettertes Buch mit dem Titel Spanisch für Anfänger in der Hand. Moth sah, wie sie die Lippen bewegte, in dem er ein großes kubanisches Sandwich mit Käse, Schinken und Pickles, eine Flasche Mineralwasser und eine Dose mit Zitronensprudel verstaut hatte, ein Getränk, Andy Candy bei ihren Picknick Ausflügen nach South Beach oder zum Bill Bax Naturschutz Park auf Key Biscayne immer am liebsten gemocht hatte. Wenn ihn sein Gedächtnis nicht trug, war er mit ihr nie zum Matheson Hammock gefahren und genau deshalb hatte er diesen Treffpunkt ausgewählt. Der Park war nicht von ihrer Geschichte belastet, keine Erinnerungen an den ersten zarten Kuss oder das seidige Gefühl, wie sich ihre Körper im warmen Wasser berührten. Liebesträume sollte er besser vergessen. Er wusste nicht einmal, ob Andy Candy tatsächlich kommen würde. Sie hatte es ihm zugesagt und jetzt, wo es seinen Onkel nicht mehr gab, war sie vermutlich der ehrlichste Mensch, er kannte. Doch der Realist in ihm, dem er, wie er sich eingestand nur wenig mit Spracherecht einräumte, hegte seine Zweifel. Er wusste, dass er sich am Telefon einerseits kryptisch, andererseits wenig feinfühlig geäußert und ihr höchst wahrscheinlich eine Höllenangst eingejagt hatte, als er von Mord sprach. Ich an ihrer Stelle würde mich nicht mit mir treffen, flüsterte er in das Dröhnen des Dieselmotors, als der Bus seine Haltestelle ansteuerte. Er hielt sich an einen breiten Fußweg parallel zur Einfahrt in den Park. Im Schatten der Zypressen, die den Weg säumten, kreuzten seinen Pfad mehrere Jogger. An dem Gebäude aus Korallengestein verkaufte eine junge Frau Eintrittskarten und Faltpläne Doch für deren Nöte hatte er heute keinen Sinn. Er lief an ihr vorbei und machte bei einer Gruppe Palmen nahe der Biscayne Bay Halt, wo ein junges Latino Paar den Probelauf ihrer Hochzeitsfeier absolvierte. Der Priester lächelte und versuchte alle Beteiligten mit seinen Witzen zu entspannen, die offensichtlich keine der beiden Mütter auch nur ansatzweise lustig fand. Moth wartete am Ende des Parkplatzes auf einer Bank im Schatten einer einsamen Palme. Von einer seichten, künstlich angelegten Lagune, einem Tummelplatz für kleine Kinder, drang fröhliches Kreischen und Lachen herüber. Die frühe Nachmittagssonne überzog den Strand mit einem Silberglanz. Er griff in die Hosentasche, um sein Telefon herauszuholen und nachzusehen, wie spät es war, zog die Hand jedoch Wer auf jemand anderen zählt, machte er sich bewusst, geht immer ein Risiko ein. Vielleicht kommt derjenige nicht. Vielleicht weil ihn jemand umgebracht hat. Die gleißende Sonne blendete ihn. Er schloss die Augen und zählte seine Herzschläge als Gradmesser für seine Gefühle. Als er die Augen öffnete, sah er, wie eine kleine rote Limousine am hinteren Ende des Geländes in eine Blick auf blonde Haare und wusste, dass es Andy war. Bevor sie ausstieg, sprang er auf, winkte ihr zu und sie winkte zurück. Stonewashed Jeans an ihren langen Beinen, dazu ein hellblaues T-Shirt. Das Haar hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zurückgebunden, so wie früher, wenn sie joggen oder schwimmen ging. Als sie Moth erspähte, nahm sie die Sonnenbrille ab. Moth sog ihren Früher war und was nicht. Dabei schwappte mit jedem Schritt, den sie auf ihn zulief, eine Woge der Gefühle über ihn hinweg. Andy Candy wäre fast wie angewurzelt stehen geblieben. Moth erschien ihr unglaublich dünn, als wusste auch nicht, ob sie ihn mit einem Kuss begrüßen sollte oder nur mit einer kurzen Umarmung, vielleicht nur mit einem Handschlag oder einem distanzierten Hallo. Sie wollte weder zögerlich noch übereifrig erscheinen. In mäßigem Tempo überquerte sie den Parkplatz, nicht so schnell, auch nicht so langsam, schärfte sie sich ein. Er trat aus dem Schatten der Palme. Winke ihr zu, lächle, benimm dich normal, was immer das sein mag, flüsterte er sich zu. Sie trafen sich auf halbem Wege. Er wollte sie umarmen. Sie beugte sich vor, hielt jedoch die Hände vor die Brust, sodass ihre Begrüßung zu einer verlegenen Geste geriet, bei der sie sich kaum berührten. Hallo Moth, sagte sie. Hi Andrea. Sie lächelte. Lang, lang ist sehr. Er nickte. Ich hätte Finger an, sprach jedoch nicht weiter. Sie schüttelte den Kopf. Weißt du, ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich dich noch mal wieder sehe. Ich dachte, unsere Wege hätten sich für immer getrennt. Schluss, aus, vorbei. Uns verbinden einige Erinnerungen, sagte er. Sie zuckte die Achseln. Teenager Erinnerungen, weiter nichts, dachte ich. Ein bisschen mehr als das. Einige waren ziemlich erwachsen, entgegnete er mit einem entwaffneten schiefen Lächeln. Ja, die hab ich auch nicht vergessen, räumte sie mit einem versöhnlichen Lächeln ein. Ja, da wären wir nun, sagte er. Ja, da wären wir. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ich hab uns eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken besorgt, sagte Moth. Sollen wir uns an einen von diesen Picknick Tischen setzen und reden? Meinetwegen, sagte er sie. Kaum hatten sie einen schattigen Platz gefunden, sagte er. Tut mir echt leid, dass ich so, weiß auch nicht, ich meine, am Telefon. du hast mir Angst gemacht, um ein Haar wäre ich nicht gekommen. Ein halbes Sandwich für jeden, sagte er. Die Limo ist für dich. Sie schmunzelte. Dass du das noch weißt? Ich glaube, ich habe keine mehr getrunken seit... Sie hielt mitten im Satz inne. Er wusste auch so, was sie meinte, seit sie nicht mehr zusammen waren. Sie schob ihm das Sandwich hin. Ich hatte schon was zum Mittag Essen. Isst du das lieber? Siehst aus, als könntest du es vertragen. Er hörte einen Anflug von Strenge heraus. Er nickte zur Bestätigung ihrer Diagnose. Aber du bist so schön wie damals. Sogar noch schöner. Er sprach nicht weiter, um sie nicht an ihre Trennung zu erinnern, obwohl das allein schon durch ihr Wiedersehen unvermeidlich war. Sie zuckte die Achseln. Fühl mich aber nicht so, sagte sie. Nur ein bisschen älter. Wieder lächelte sie. Wir sind beide ein paar Jährchen älter. Er biss in das Sandwich und sie starrte ihn weiter an. Ihr Blick erinnerte ihn an das forschende Auge eines Bestattungsunternehmers, der für den Neuzugang die Größe des Totenhemms und des Sargs taxiert. Wie ist es für dich gelaufen, Moth? Du meinst, ja, seit wir uns aus den Augen verloren haben. Ich bin ans College gegangen, hab mich reingehängt, gute Noten eingeheimst, meinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht. Dann hab ich mich geweigert, meinem alten Herrn zuliebe Jura zu studieren, hab mich für einen Masterstudiengang in amerikanischer Geschichte eingeschrieben, weil mir auf Anhieb nichts Besseres einfiel. Brotlose Kunst aus seiner Sicht, ohne jeden Nutzeffekt, Ereignisse der Vergangenheit zu analysieren, auch wenn ich genau das liebe. Er sprach nicht weiter. Sie hatte ihn nicht nach seinem Curriculum Vitae gefragt. Ich bekam ein Alkoholproblem, sagte er leise. Ein riesiges Problem. In der Terminologie von Seelenklempnern wie meinem Onkel fall ich unter die Kategorie der Quartalssäufer nannte man das früher, heute auch Komasäufer. Fing direkt an, als ich von zu Hause weg bin. Es war ein ständiger Drahtseilakt. Schritt Nummer eins, halte deinen Notenschnitt. Schritt Nummer zwei, lass dich voll laufen, du hast es dir redlich verdient. Schritt Nummer drei, schreibe eine Einserklausur. Schritt Nummer vier, saufe bis zur Bewusstlosigkeit. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Und jetzt? fragte sie. Du lernst mit der Gefahr zu leben, dass du jederzeit rückfällig werden kannst, sagte er. Aber ich hatte Onkel Ed an meiner Seite. Mit seiner Hilfe bekam ich mich wieder in den Griff. Manchmal ist ein einziger eindringlicher Blick so gut wie eine Frage. Schon immer hatte Andy Candy Moth damit die Zunge gelöst. Und dann ist er plötzlich tot. Ich habe seine Leiche gefunden. Er hat sich das Leben genommen, sagtest du. Aber er fiel ihr ins Wort. Genau den Scheiß nehme ich denen nicht ab. Nicht für eine Sekunde. Die Das waren wir. Mit einer festen Übereinkunft, einem Deal oder sowas, einem Versprechen, von dem wir beide profitierten. Er würde trocken bleiben, indem er mir half. Ich würde trocken bleiben, um ihm zu helfen, mir zu helfen. Für einen Außenstehenden ziemlich verrückt. Tut mir leid, wenn es für dich wie wirres Zeug klingt, aber so ist es nun mal. Es machte ihn ein wenig verlegen, ihr seine Alkoholsucht zu beschreiben, auch wenn es die ungeschminkte Wahrheit war. Sie war nicht länger das Mädchen an der High School, das mit ihm ihre Jungfräulichkeit verlor. Und er seine mit ihr. Die Frau, die vor ihm saß, erschien ihm wie das Werk eines Künstlers, der nach einer Skizze, die sie als Teenager zeigte, ein sorgfältiges Porträt in Öl gemalt und ihr Farbe und Kontur verliehen hatte. Andy Candy nickte. Die Erkenntnis, dass sie in ihrem Leben niemanden so gut kannte wie Moth und niemand ihr in diesem Moment so fremd war wie er, verwirrte sie. Und wie soll es jetzt weitergehen? fragte sie. Jetzt willst du losziehen und den großen Unbekannten zur Strecke bringen? Moth grinste. Klingt absolut lächerlich, stimmt's? Die Antwort erübrigte sich. Ihr kam kein Lächeln über die Lippen. Aber mir bleibt gar nichts anderes übrig. Und wieso? Ehrensache, sagte Moth und machte eine theatralische Geste. Das Mindeste, was ich tun kann. Das ist idiotisch, sagte Andy. Und ach so romantisch. In welchem Zeitalter lebst du eigentlich? Du bist kein Cop. Du hast keine Ahnung vom Töten. Ich bin schnell vom Begriff, hielt Moth dagegen. Wieder trat eine Pause ein. Moth wandte sich ein wenig zur Seite und blickte über das Meer. Ich erwarte ja auch gar nicht, dass du das verstehst. Er hatte sich unglücklich ausgedrückt. Eigentlich hatte er sagen wollen, es ist meine Pflicht und Schuldigkeit. Ich werde mich nicht darum drücken. Und es gibt niemanden auf der Welt nicht aus. Er kämpfte mit sich, doch am Ende behielt er seine Gedanken für sich. Andy Candy folgte seinem Blick über die fernen blauen Wellen. Doch, sagte sie, du hast erwartet, dass ich dich verstehe. Wieso hättest du mich sonst angerufen? Sie stand auf. Los weg her, bevor es zu spät ist. Die widerstreitenden Stimmen in ihrem Kopf meldeten sich so lautstark zurück wie die Halluzinationen eines Schizophrenen. Unabweisbar. Mach dich augenblicklich aus dem Staub. Den Moth, den du damals geliebt hast, gibt es nicht mehr. Andy, sagte er behutsam, ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Andy Candy setzte sich wieder auf die Bank. Sie griff zur Dose und nahm einen großen Schluck Sprudel Moth, wieso glaubst du, dass ich dir helfen kann? Keine Ahnung. Ich musste nur immer wieder an dich denken, sagte er und wusste nicht weiter. Sie ertappte ihn dabei, wie er sich wieder zum Wasser umdrehte und wie weggetreten in den Himmel starrte. Sie hatte schon die Hand ausgestreckt, zog sie jedoch wieder zurück, ohne ihn zu berühren. Er musste die Bewegung gespürt haben, denn er fuhr herum und ergriff ihre Hand. Für einen kurzen Augenblick betrachtete sie ihre verschränkten Finger. Sie spürte eine Wärme, die ihr tief unter die Haut ging und Erinnerungen wachrief, die sie jahrelang aus ihrem Bewusstsein verbannt hatte. Der Augenblick wehrte nicht lang und sie zog ihre Hand zurück. Rühr mich nicht an, sagte sie so leise, dass er sie kaum hören konnte. Tut mir leid, ich wollte dich nicht keine rührt mich eh wieder an, sagte sie. Die Worte kamen ihr in einer Mischung aus Verzweiflung und Wut ungefiltert über die Lippen. Plötzlich hatte sie Angst, sie könnte anfangen zu weinen und ihm erzählen, was ihr passiert war. Sie las Moth vom Gesicht ab, dass er versuchte, ihren Ausbruch zu verstehen. Es wäre besser für mich, wenn ich nichts mit ihr zu tun hätte, fügte sie hinzu. Die unversöhnliche Wortwahl wurde durch den nachsichtigen Ton gemildert. Du hast mir das Herz gebrochen. Moth schüttelte den Kopf. Und meins gleich dazu. Ich war ein Vollidiot, Andy. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe keine Entschuldigung erwartet, sagte durch und wechselte in einen sachlich distanzierten Ton. Das hier ist offensichtlich und zweifelsfrei ein Fehler. Kriegst du das in deinen Schädel, Moth? Ein Fehler? Davon abgesehen, wie sollte meine Hilfe denn aussehen? Sie haben mir den Führerschein abgenommen. Könntest du mich zu ein paar Stellen fahren? Ja, könnte ich. Und dabei sein, wenn ich mit ein paar Leuten rede? Ja, wenn das alles ist? Nein, sagte er bedächtig, da wäre noch etwas. Na schön, und das wäre? Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hast, dass ich vollkommen übergeschnappt bin, dann sag mir das ins Gesicht. Dann siehst du mich nie wieder. Das war von allem, was er zu sagen hatte, die wichtigste Botschaft und das Einzige, was er sich auf der Busfahrt zum Park ausdrücklich vorgenommen hatte. Sie schwieg. Wieder meldete sich eine kritische Stimme in ihr und insistierte und sag's ihm am besten gleich. Steh auf, hau ab und wirf keinen Blick zurück. Andy Candy fühlte sich wie bei einem Drahtseil Akt ohne Netz und doppelten Boden. Dann betrachtete sie Moth mit einem durchdringenden Blick und kam zu dem Schluss, dass sie dem Jungen, den sie einmal inbrünstig geliebt hatte, seine Bitte nicht abschlagen sollte. Wenn sie ihm jetzt half, war dies vielleicht ihre einzige Chance, sich endgültig von ihm zu lösen. Ist dein Sandwich auf, sagte sie. Lass die Knarre verschwinden, dachte sie, aber möglichst nicht ohne eine entsprechende Genehmigung. Was soll's, nicht nötig, die Entscheidung auf jemand anders abzuwälzen, zur Hölle mit den Dienstvorschriften. Lass die Knarre einfach verschwinden. Susan Terry sah den Pflichtverteidiger an, der ihr neben dem Angeklagten am Verhörtisch gegenüber saß. Sein Klient war ein schlagsiger verängstigter Junge von höchstens 17 Jahren, der auf dem Weg zur Highschool nicht weit von seinem Elternhaus in einem der Brennpunkte der Stadt mit einem Pfund Marihuana im Rucksack aufgeflogen war. Unter dem Pfund Gras hatte eine billige halbautomatische Pistole Kaliber 25 versteckt, die Sorte, die früher einmal den Spitznamen Saturday Night Special trug. Der Ausdruck war aus der Mode gekommen, weil in Miami wie in jeder anderen amerikanischen Großstadt inzwischen jeden Abend Samstagnacht war. Zufällig handelte es sich bei dem Pflichtverteidiger um einen netten ehemaligen Kommilitonen von ihr, der, sie wusste nicht wie und weshalb, auf dem miteinander eine brillante Gerichtssimulation hingelegt und den Schlagabtausch von Herzen genossen. Doch wie Susan wusste, war der Mann inzwischen mit seinem Arbeitspensum hoffnungslos überfordert. Wenn sie bei irgendeinem Kontrahenten ein Auge zudrücken würde, dann bei ihm. Und was war schon ein Pfündchen Gras, noch dazu in einer Stadt, in deren besten Tagen tonnenweise Kokain beschlagnahmt worden war. Einen Moment lang konzentrierte sie sich auf das Verhaftungsprotokoll und die Schriftsätze zur Prozesseröffnung. Sie war es gewöhnt, die Kakophonie aus wütenden Stimmen, dem Scheppern und Klären der Sperrgitter, die unablässig aufgeschlossen und zugeknallt wurden, vollkommen auszublenden, wenn sie ihr Job ins Bezirksgefängnis führte. Eine dissonante Musik der Verzweiflung, das Hintergrundrauschen in jedem Gefängnis. Bei seiner Festnahme war der Junge mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Dem Kopf, der ihn rechenbares Fahren. Damit konnte man nach Lust und Laune jeden Teenager auf einem Fahrrad an die Seite winken. Ob die Begründung vor Gericht standhielt, war nicht vorherzusehen. Seinen zweiten Fehler hatte sich der Kopf geleistet, indem er den Jungen mehr als einen Block außerhalb der drogenfreien Zone rings um den Schulbezirk aufgegriffen hatte, 25 Meter weiter, und der Bengel wäre im Staatsgefängnis gelandet, wo er, egal wie flexibel Susan Terry die Gesetzeslage interpretieren mochte, so schnell nicht wieder herausgekommen wäre. In Wirklichkeit, dachte sie, ist im Kopf vermutlich der Rucksack ins Auge gesprungen, der hat seinen Jagdinstinkt geweckt und er wollte nicht bis zum Schulbezirk warten, und er hat mit seinem Bauchgefühl genau richtig gelegen. Dies alles wusste ihr frühere Kommilitone genauso gut wie sie. Während sie sich eine juristische Argumentation zur Berechtigung von Durchsuchungen und Beschlagnahmen überlegte, wusste sie, dass der Mann auf dem anderen Fließband gerade das gleiche tat. Der Junge zeigte in der Schule gute Leistungen. Ihm winkte das Community College, wenn er seine Noten in Mathe verbesserte und sich weiterhin im Basketball Team hervortat, vielleicht sogar die staatliche Universität. Er verdiente sich ein bisschen Taschengeld, indem er bei McDonald's Burger briet und stammte aus einer intakten Familie, Vater, Aufwuchs, eine beachtliche Leistung. Doch die verdammte Knarre, das war ein echtes Problem. Und wieso hatte er sie auf dem Schulweg dabei gehabt? Lass sie verschwinden, gib dem Jungen eine Chance. Die Sache mit der Waffe war heikel. In Florida stand auf jedes schwere Delikt mit Schusswaffengebrauch das Mindeststrafmaß einer dreijährigen Haft, bekam die Staatsanwaltschaft bei einem Verfahren eine Waffe in die Finger. Benutzte sie diese gern als Druckmittel für ein Schuldbekenntnis, um dieses nützliche Detail im letzten Moment aus der Anklageerhebung zu streichen, wenn sie bekommen hatte, was sie wollte. Achso, ein bisschen Nachsicht, sagte der Pflichtverteidiger. Sehen Sie sich das Führungszeugnis des Jungen an. So was kriegen Sie nicht jeden Tag auf den Tisch. Sie wusste, dass für ihren früheren Kumpel gute Führungszeugnisse eine Seltenheit waren und er daher mit allen Mitteln, nein, mit dem Mut der Verzweiflung versuchen würde, seinen Mandanten herauszuboxen. Bedenklich finde ich außerdem von vornherein die Durchsuchung seitens des Polizisten. Es wird mir ein leichtes sein, einen Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte meines Mandanten geltend zu machen. Aber davon mal abgesehen, wenn er jetzt in den Knast wandert, sehen wir uns hier in vier Jahren wieder. Sie wissen so gut wie ich, was ihm da blüht. Die bringen ihm das Handwerk eines Ganoven von der Pike auf bei. Und dann haben wir es mit etwas Ernsterem zu tun. Dagegen ist ein halbes Kilo minderwertiger Stoff so was wie eine Ordnungswidrigkeit. Ohne dem Verteidiger zu antworten, starrte Susan Terry den Teenager an. Wozu hattest du die Knarre dabei? fragte sie streng. Der Junge warf seinem Anwalt einen kurzen Blick zu. Der Ich hatte Angst, sagte der Junge. Das war nachvollziehbar. Wer jemals nach Einbruch der Dunkelheit durch Liberty City gefahren war, wusste, dass es dort jeden Grund gab, Angst zu haben. Fahr fort, ermunterte der Verteidiger seinen Schützling. Erzähl es ihr. Der Teenager rückte stockend mit einer glaubhaften Geschichte heraus. Straßengangs, das Marihuana, dass er nur dieses eine Mal ein paar Häuser die Gangster endlich ihn und seine kleine Schwester in Ruhe ließen. Der Rucksack und die Knarre waren für die Person bestimmt, die das Gras verticken würde. Susan war sich nicht sicher, was sie von der Sache halten sollte. Sicher steckte mehr als ein Funken Wahrheit in der Geschichte. Aber war es auch die ganze Wahrheit? Verschwieg oder beschönigte der Junge etwas? Höst wahrscheinlich. Kannst nicht mein Problem, dachte sie. Und was nun? Ich gebe dir einen guten Rat. Rede mit deinem Anwalt. Hör ganz genau zu, denn er ist der Einzige, der verhindern kann, dass du dir dein ganzes Leben ruinierst. Ich werde einen Detektiv von der städtischen Drogenverhandlung her bestellen. Bis der hier ist, schätze mal in einer Viertelstunde, musst du dich entschieden haben. Rücke mit sämtlichen Namen der Scheißkerle raus, die in deinem Block mit Drogen dealen und wir lassen dich laufen, knarre hin, knarre her. Wenn du dagegen dicht hältst, dann verabschiede dich schon mal für ein paar Jahre, denn so lange sitzt du im Knast und alles, was sich deinem Mom für deine Zukunft erträumt hat, kann sie vergessen. So, jetzt weißt du Bescheid. Besonders Worte wie Scheißkerl ließ sie sich auf der Zunge zergehen, da sie aus dem Mund einer attraktiven Frau auf den Angeklagten die gewünschte schockierende Wirkung ausübten. Der Teenager wandte sich unbehaglich auf seinem Stuhl. Das tagtägliche existenzielle Dilemma innerstädtischer Slums, dachte Susan. Egal, wie seine Entscheidung ausfällt, er ist in einer beschissenen Lage. Ihr Kommilitone wusste genau, was sie mit ihrer kleinen Vorstellung bezweckte. Auf derselben Bühne griff auch er auf ein eingespieltes Rollenrepertoire zurück, wenn es seiner Sache diente. So auch jetzt. In einer väterlichen Beschützergeste legte er seinem Mandanten den Arm um die Schulter. Ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem du vertrauen kannst, sollte das heißen. Doch im selben Moment sagte er zu Susan, rufen sie ihren Detektiv her. Energi stand Susan dem Lächeln einer Schlange. Sie wissen, wie sie mich erreichen, sagte sie zu dem Anwalt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe einen Termin. Was habe ich hier eigentlich zu suchen? fragte sich Andy Candy. Am liebsten hätte sie die Frage laut ausgesprochen, vielleicht sogar in Panik hinausgebrüllt, doch sie hielt den Mund. Sie saß neben Moth im Sicherheitsbereich vor dem Büro der Bezirksstaatsanwalt Dade. Moth hatte den Oberkörper vorgebeugt, die Hände auf die Knie gestützt und trommelte nervös mit den Fingern auf der verwaschenen Kaki-Jeans. Auf der Fahrt zu ihrer Verabredung mit Sue hatte Moth fast die ganze Zeit schweigend neben ihr gesessen, bis sie den neunstöckigen Trutzbau direkt neben dem Justizgebäude von Dade Country erreichten, der weder neu und modern noch alt und stilvoll war, sondern den architektonischen Reiz eines Schlachthofs versprühte, in dem wie am Fließband ein endloser Nachschub an Straftaten und Tätern abgefertigt wurde. Sie waren durch breite Türen und Metalldetektoren gegangen, von einem Fahrstuhl in den anderen gewechselt und schließlich in dem Sicherheitsbereich angelangt, in dem sie jetzt warteten. Wachleute hinter kugelsicherem Glas bedienten unablässig das elektrische Eingangssystem, das Anwälte, Detektives und Gerichtspersonal durchschleuste, ein Menschenstrom, der einen stetigen Geräuschpegel erzeugte. Die meisten schienen mit der Einrichtung vertraut zu sein und in solcher Eile, als befänden sie mit der Stoppuhr über Schuld und Unschuld. Als ein stämmiger, stiernackiger Polizist mit einer 9mm im Holster Timothys Namen aufrief, richteten sich Moth und Andy meiner Liste stellte er fest. Ist sie eine Zeugin? Ja, als ich mit der stellvertretenden Staatsanwältin Terry sprach, wusste ich noch nicht, dass ich sie mitbringen kann, log Moth. Der bullige Mann zuckte die Achseln. Dann notierte er so akribisch wie für einen Steckbrief sämtliche Daten über Andy Candy. Größe, Gewicht, Augen und Haarfarbe, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon, anderen Seite kam ihnen eine Sekretärin entgegen. Folgen Sie mir, sagte sie brüsk. Nichts anderes hatten sie vor. Sie führte sie durch ein Schreibtisch Labyrinth in ein Großraumbüro. Rings um diesen Bereich lagen die Büros der Staatsanwälte mit kleinen Namensschildchen neben den Türen. Das mit S. Terry Schwerkriminalität entdeckten sie im selben Moment. Sie wartet schon, sagte die Sekretärin. Gehen Sie gleich rein. Susan blickte hinter einem billigen grauen Stahltisch auf, der fast gänzlich unter Aktenbergen und einem veralteten Desktop-Computer verschwand. Hinter ihr stand neben dem Fenster eine Weißwandtafel mit Listen von Beweismaterial und Zeugen in säuberlichen Rubriken unter der jeweiligen Fallnummer in Rot. An einer anderen Wand hing ein großer Kalender, der mit Anhörungs- und wacher Lichtstrahl herein. Außer einigen schwarzgerahmten Diplomen und einem halben Dutzend aufgezogenen Zeitungsartikeln entbehrte der Raum jeden Dekors. Drei der Artikel zierte jeweils ein Schwarz-Weiß-Foto von Susan. Es war ein spartanischer Arbeitsplatz, der einem einzigen Zweck gewidmet war, einem funktionierenden Justizsystem. Hallo Timothy, sagte Susan. Susan, erwiderte Moth. Und wer ist ihre Freundin? Andy Candy trat vor. Andrea Martin, sagte sie und schüttelte der Staatsanwält in die Hand. Und was führt sie her? Ich brauchte Hilfe, sprang Moth für sie ein. Wir sind alte Freunde und ich brauche eine zweite Meinung. Diese Erklärung traf, wie Susan scharfsinnig erkannte, wohl nur die halbe Wahrheit. Egal, sie rechnete mit einer kurzen, ein wenig traurigen und schwierigen Unterredung, womit der Tod von Ed Warner für sie endgültig abgehakt wäre. Mit einer knappen Geste lud sie das Paar ein, auf den beiden Stühlen vor ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen. Mein aufrichtiges Beileid, sagte sie, griff hinter sich und legte einen braunen Ziehharmonika Ordner auf den Tisch. An dem Abend, an dem ihr Onkel starb, hatte ich Dienst. Wenn ein Tötungsdelikt in Betracht kommt, holt unsere Behörde üblicherweise einen stellvertretenden Staatsanwalt an den Tatort, um gegebenenfalls eine solide Rechtsgrundlage für eine spätere Beweisführung sicherzustellen. Doch im Falle ihres Onkels gab es von vornherein keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung. Hier, sagte sie und schob Moth den Ordner hin. Lesen Sie selbst. Während Moth den Ordner öffnete, wandte sich Susan zu ihrem Computer um. Das ist kein schöner Anblick, sagte sie zu Andy Candy. Wir haben Kopien in der Akte und digitale Aufnahmen hier auf dem Bildschirm. Außerdem den Polizeibericht, den Bericht der Kriminaltechniker, schließlich die Ergebnisse von der Autopsie und der toxikologischen Untersuchung. Moth zog einzelne Dokumente aus der Akte. Der toxikologische Bericht, seine Blutwerte waren sauber, keine Drogen, kein Alkohol. Hat Moth. Susan ließ sich mit ihrer Antwort Zeit. Worauf zielt ihre Frage ab? Wäre er nach so vielen Jahren rückfällig geworden, könnte man nachvollziehen, dass er sich aus Verzweiflung erschießt. Doch das war nicht der Fall. Wieder überlegte sich Susan ihre Reaktion genau. Ja, eine plausible Überlegung. Aber auch sämtliche weiteren Untersuchungen haben, wie sie sehen, nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine andere Erklärung als Selbstmord erbracht. Die Spritzmuster auf der Hand deuten darauf hin, dass der Schuss aus nächster Nähe abgegeben wurde. Er muss sich den Lauf fest an die Schläfe gedrückt haben. Die Stelle, an der die Waffe auf dem Boden lag, passt zu dem Winkel, in dem die Pistole von der Wucht des Schusses weggeschleudert wurde, während ihr Onkel mit seinem Körper zur Seite und nach vorne sackte. Aus dem Büro wurde nichts entwendet. Es gab keinen Anhaltspunkt für einen Einbruch oder für einen Kampf. Seine Brieftasche mit über 200 Dollar in bar steckte noch in seiner Tasche. Seine letzte Patientin an dem Tag habe ich selbst befragt und sie gab an, die Praxis kurz vor fünf wieder verlassen zu haben. Sie war eine Stammpatientin bei ihm in Behandlung waren, außerdem seine geschiedene Frau, seinen Lebensgefährten und einige seiner Kollegen. Nichts, das auf irgendwelche Feindseligkeiten schließen ließe. Sie blätterte weiter und schlug eine Seite auf. Die Überprüfung seiner finanziellen Situation erbrachte gewisse Schwierigkeiten. Seine Hypothek auf die Eigentumswohnung war höher als ihr derzeitiger Wert. Das ist schon für sich genommen nichts, was einem in Miami schlaflose Anlagen investiert, um das Minus auszugleichen. Er war auch kein Spieler, der irgendeinem Buchmacher einen Batzen schuldete und natürlich hat er nicht gedealt. Ich wünschte mir, er hätte einen ausführlichen Abschiedsbrief hinterlassen. Es wäre hilfreich gewesen. Aber ein weiteres Indiz hat uns in unserem Urteil bestärkt. Während Susan sprach, wanderte Moth blick ziellos über die Dokumente, die vor ihm lagen. Er hat zwei Worte auf seinen Rezeptblog geschrieben. Welche? Meine Schuld, zitierte Susan. Das ist auf dem Foto von der Schreibtischfläche zu erkennen, fügte sie hinzu. Können Sie sich erinnern, ob Sie es gesehen haben, als Sie den Leichnam entdeckten? Nein. Sie reichte ihm ein Foto, das er eingehend studierte. Natürlich lässt sich nicht feststellen, wann genau er das geschrieben hat. Vielleicht stand Tag auf dem obersten Blatt oder eine Woche. Vielleicht beziehen sich diese Worte sogar auf Sie, Timothy, weil er sich Sorgen um sie machte. Immerhin haben sie ihn an dem Tag vormittags und nachmittags mehrmals angerufen. Wir haben alle Einzelverbindungsnachweise überprüft. Doch für uns sah es nach einer Art Entschuldigung für einen Selbstmord aus. Da ist was faul, entgegnete Moth scharf. Das wurde offensichtlich in Eile hingekritzelt, nicht für die Augen Dritter gedacht. Man könnte es auch anders interpretieren, nicht wahr? Ja, aber das bezweifle ich. Sagten sie eben, seine letzte Patientin sei um fünf gegangen. Ja, sogar ein bisschen früher. Mir hat er am Telefon gesagt, er hätte noch einen weiteren Termin, einen Notfall. Danach wollte er sich mit mir treffen. Ja, das haben sie zu Protokoll gegeben. Doch wir haben nichts gefunden, was auf einen weiteren Termin schließen lässt. Auf seinem Kalender war für den Tag darauf jemand für sechs Uhr eingetragen. Wahrscheinlich hat er es damit durcheinander gebracht. Er warb sich harter. Er hat nichts durcheinander gebracht. Natürlich, lenkte Susan ein und gab sich Mühe, nicht allzu herablassen zu klingen. Sie biss sich auf die Lippen, oder vielleicht nichts durcheinander gebracht, sondern schlichtweg Mist gebaut. Susan wandte sich Andy Candy zu, die noch keinen Ton von sich gegeben hatte, sondern auf ein Hochglanz Farbfoto im Großformat starrte, eine Nahaufnahme von Moth Onkel mit dem Gesicht nach unten, die Wange in einer Blutlache auf seinem Schreibtisch. Das wird sie so schnell nicht vergessen, dachte die Staatsanwältin. Außer im Fernsehen oder im Kino hatte Andy Candy noch nie solche Bilder gesehen. Dort machten sie ihr nichts aus, da sie wusste, dass sie nachgestellt waren und blutrünstige Details nur dazu dienten, die Dramatik der fiktiven Handlung zu unterstreichen. Dieses Bild war in seiner Brutalität geradezu obszön. Ihr war flau und sie hätte sich beinahe übergeben, doch sie konnte den Blick nicht abwenden. Tut mir Moth hasste dieses Klischee. Fragt sich nur, was hier Tatsache ist, sagte er in mühsam beherrschtem Ton. Ich glaube es immer noch nicht. Susan deutete mit einer ausladenden Handbewegung auf das erdrückende Material an Fotos und Dokumenten. Was sehen sie hier, das ihnen etwas anderes sagt? fragte sie. Tut mir wirklich leid. Mir ist klar, wie nah sie ihrem Onkel standen, doch Depressionen bis hin zum suizidalen Affekt sind oft schwer zu erkennen. Wer hätte das besser gewusst als ihr Onkel mit seinem Fachwissen, seiner Berufserfahrung als hochgeachteter Psychiater? Und er wusste natürlich auch besser als jeder andere, wie man sie überspielt. Moth nickte. Da kann ich nicht widersprechen. Er lehnte sich zurück. Das wär's dann also? Das wär's, bestätigte Susan, ohne hinzuzufügen, es sei denn, irgendjemand wartet mit einer Überraschung auf, die meine ganze Theorie über den Haufen wirft und mich zum Umdenken zwingt, aber das können sie vergessen. Kann ich das hier behalten? Ich habe von einigen Berichten Kopien für sie anfertigen lassen, aber Timothy, ich weiß nicht, ob das hilfreich für sie ist. Sie wissen, was sie tun sollten, sagte sie. Damit antwortete Susan auf eine Frage, die nicht gefallen war. Gehen sie zu einem Treffen, sagte sie. Gehen sie wieder in die Redeemer One. Sie lächelte. Sehen sie, ich habe von den anderen den Spitznamen übernommen, den sie erfunden haben. Gehen sie hin, Timothy. Sprechen sie sich aus, und sie werden sich viel besser fühlen. Sie versuchte freundlich und verständnisvoll zu sein, doch in seinen Ohren schwangen Horn und Spott in ihrem Ratschlag mit. Moth sammelte schweigend den Stapel Kopien von Fotos und Berichten ein, die Susan Terry ihm überließ. Er sah sich jedes Bild eine Weile an, bis er es so verinnerlicht hatte, als er sich mithilfe des Fotos jeder Zeit in die Praxis seines Onkels katapultieren. Als er sich die Pistole auf dem Boden neben der mal hastig durch, bis er eine zweite fand, die zu der ersten passte. Wieder sah er sie sich ganz genau an, bevor er die restlichen durchging und ein drittes entdeckte. Er nahm die drei Bilder, legte sie vor Susan auf den Schreibtisch. Dann zeigte er auf das Erste. Pistole auf dem Boden, ausgestreckte Hand. Das stimmt mit meiner Erinnerung überein, sagte er. Seine Stimme klang rau und brüchig. Also es hat doch niemand was verändert, oder? Nein, Timothy, die Kriminaltechniker verändern nie etwas an einem Leichenfundort, bevor nicht alles fotografiert, dokumentiert und vermessen ist. Das nehmen die schon sehr genau. Er deutete auf das zweite Bild. Scheibtisch, unterste Schublade, vielleicht drei, vier Zentimeter weit geöffnet. Jetzt das hier. Sicher, dass nichts verändert wurde? Susan reckte sich hinüber. Nein, so haben sie es vorgefunden. Ein drittes Bild. Scheibtisch, unterste Schublade, weit offen. Eine mattschwarze Halbautomatikpistole Kaliber 40 in einer hellbraunen Ledertasche unter ein paar verstreuten Papieren deutlich zu sehen. Und das hier? Die Bemerkung war als Frage gemeint. Ich habe die Schublade selbst geöffnet, sagte Susan und den Techniker Fotos machen lassen. Das ist eine zweite Handfeuerwaffe unter dem Namen ihres Onkels registriert. Er hat sie vor ein paar Jahren gekauft, als er ehrenamtlich in einer Klinik in Obertown arbeitete. Er fuhr immer abends rüber. Ziemlich gefährliche Gegend, kein Wunder, dass er zu diesen Sitzungen eine Pistole mitgenommen hat. Susan überlegte. Die Arbeit hat er zwar schon vor einiger Zeit aufgegeben, aber die Waffe offenbar behalten. Glaube kaum, dass er davon Gebrauch gemacht hat. Timothy, in Miami besitzen eine Menge Leute mehr als eine Waffe. Eine im Handschuhfach, eine im Aktenkoffer, eine in der Handtasche, eine in der Nachttischschublade. Da sag ich ihnen doch nichts Neues. Moth machte den Mund auf, schwieg, nahm einen zweiten Anlauf, sagte nichts, starrte die Bilder an und lehnte sich zurück. Danke, dass sie sich Zeit für uns genommen haben, Susan. Wir sehen uns dann beim Treffen, verabschiedete er sich abrupt. Er drehte sich zu Andy Candy um. Ich bin Alkoholiker, sagte er sarkastisch und zeigte auf die Staatsanwältin. Susan steht auf Koks. Ganz richtig, erwiderte Susan kalt. Aber nicht mehr. Richtig, sagte Moth. Genau. Nicht mehr. Andy war sich nicht sicher, ob sie den letzten Wortwechsel verstanden hatte. Ich denke, wir gehen dann mal besser, sagte Moth. Sie schüttelten sich höflich die Hand, bevor Moth und Andy das Büro verließen. Die Sekretärin ignorierte er. Doch kaum hatten sie die Tür zu Susan Terrys Büro hinter sich zugemacht, packte er Andy Candy am Handgelenk und lief so schnell, als seien sie für ihren Termin spät dran, wo sie ihn doch gerade hinter sich hatten. Sie sah, wie er die Lippen zusammenpresste und keine Regung zu erkennen gab. Durch das Großraumbüro in den Sicherheitsbereich hinaus, mit dem Fahrstuhl nach unten, zwischen den Metalldetektoren hindurch, nach draußen, über den Gehsteig, bis sie vor dem alten Gerichtsgebäude standen. Fast die ganze Zeit zog Moth Andy Candy hinter sich her. Sie musste in Laufschritt übergehen, um mit ihm Schritt zu halten. Er sagte nichts. Sie mussten sich erst einmal an das Licht und die Hitze draußen gewöhnen, und als Moth auf der untersten Stufe der breiten Eingangstreppe plötzlich stehen blieb, krümmte er sich ein wenig wie von einem Magentiefschlag. Um die Stränge des Bauwerks abzumildern, hatte man zu beiden Seiten des Eingangs Bäume und Sträuche gepflanzt. Vergebliche Liebesmühe. Eine Weile schwiegen sie beide. Vor ihnen war ein Mitarbeiter von der Gebäudereinigung damit beschäftigt, den Bürgersteig zu fegen. Mit einem breiten Besen und einem Wasserschlauch machte sich der alte runzlige Mann daran, den seltsamsten Haufen Unrat zu entfernen, den Andy Candy je auf einem städtischen Bürgersteig gesehen hatte. Sie konnte auf dem grauen Zement Federn ausmachen und eine undefinierbare rotbraune Masse. Der Mann von der Gebäudereinigung kehrte das Zeug zusammen und warf es mithilfe einer Schaufel in eine Schubkarre, bevor er den Schlauch anmachte und den Boden abspritzte. Totes Huhn, sagte Moth. Was? Ein totes Huhn. Santeria, du weißt schon, die Religion, die so ähnlich wie Voodoo ist. Jemand hat drinnen ein Gerichtsverfahren, also heuern sie einen Brucho an, der vor dem Gericht ein Huhn für sie opfert. Soll die Geschworenen günstig stimmen oder hat den Richter dazu bewegen, das Strafmaß herabzusetzen oder sowas in der Art. Moth lächelte und schüttelte den Kopf. Hätten wir vielleicht auch machen sollen. Andy Candy versuchte sanft mit ihm umzugehen. Moth musste durch den Schock über den schrecklichen Tod seines Onkels am Boden zerstört sein, und sie wollte freundlich und taktvoll sein. Andererseits wollte sie weg. Sie musste mit ihrem eigenen Kummer fertig werden, und je länger sie blieb, desto stärker fühlte sie sich in etwas hineingezogen, das sie aufwühlte und an Irrsinn grenzte. Dabei brauchte sie nicht so sehr wie Rationalität und Routine. Sind wir dann durch? fragte sie. Er wusste, dass sich ihre Frage nicht auf das tote Huhn vor dem Gericht bezog. Sie sah, wie Moth die Mundwinkel zitterten. Vielleicht hilfst du ihm doch noch bei seinen nächsten Schritten und redest ihm gut zu, an diesem Treffen teilzunehmen, dachte sie, und dann verschwindest du für immer. Nein, sagte Moth. Sie antwortete nicht. Hast du die Bilder gesehen? Sie nickte. Er drehte sich zu ihr um. Er sah plötzlich blass aus. Oder lag es an der grellen Sonne? Setz dich an einen Schreibtisch, sagte er. Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Setz dich an einen Schreibtisch, so wie mein Onkel an seinem gesessen hat. Andy Candy ließ sich auf eine Stufe nieder, machte einen geraden Rücken und hob wie eine ordentliche Sekretärin die Hände über eine imaginäre Schreibtischplatte. Okay, sagte sie. Moth setzte sich neben sie. Und jetzt erschieß dich, sagte er. Was? Ich meine, zeig mir, wie du dich erschießen würdest. Andy Candy hatte das Gefühl, in einen Brecher zu geraten, der ihr die Füße unter dem Leib wegzog und sie in seinem Sog hilflos umherwarf, während sie die Luft anhielt und im dunklen Wasser nicht mehr wusste, wo oben oder unten war. Mit einem Schlag meldeten sich wieder die Stimmen, die sie seit der Wiederbegegnung mit Moth vergessen hatte. Mörderin dröhnte es in ihrem Kopf. Vielleicht keine schlechte Idee, dir ein Ende zu setzen, na? Wie eine Laien-Schauspielerin in einem Schmierenstück formte sie mit zwei Fingern und dem Daumen eine Pistole und hob sie theatralisch an die Schläfe. Peng, sagte sie leise. Meinst du so? Moth wiederholte jede ihrer Bewegungen. Peng, sagte auch er und ebenso leise. Den Fotos nach hat mein Onkel genau das getan. Er schwieg eine Weile bedrückt. Nur, dass es nicht so gewesen ist. Moth hielt sich die Fingerpistole an die Schläfe. Erklär mir das, Andy. Wieso bückt sich jemand erst einmal, um die unterste Schreibtischschublade zu öffnen, in der er seit Jahren seine Pistole aufbewahrt und zieht sie ein Stück weit auf, um es sich dann aber zu überlegen, um die andere Knarre zu verwenden, die die ganze Zeit auf dem Schreibtisch vor seiner Nase lag? Andy suchte nach einer Antwort und gab es schließlich auf. Moth wiederholte die Pantomime, griff nach unten, hielt inne, richtete sich auf, griff nach der Waffe auf der Schreibtischplatte, setzte die Pistole an die Schläfe. Peng, sagte er zum zweiten Mal und ein wenig lauter. Er atmete tief durch. Mein Onkel war organisiert, diszipliniert. Er dachte logisch. Er sagte immer, die präzisesten Menschen auf der Welt seien Juweliere, Zahnärzte und Dichter, weil sie alles Überflüssige entfernen und der reinen Form huldigen. Gleich danach, meinte er, kämen die Psychiater. Es war dumm und schlampig, Trinker zu sein, und schon deshalb hasste er es. Der Weg zur Genesung lag für Ed darin, jede kleine Handlung unter die Lupe zu nehmen, jeden Schritt zu verstehen, keine Ahnung, schlau zu sein, vermute ich mal. Das hat er versucht, mir beizubringen. In seine Wut mischte sich die Verzweiflung und ihm zitterte die Stimme. Welche logische Erklärung gibt es dafür, bei einem Selbstmord zwei Pistolen ins Spiel zu bringen? Er verharrte eine Weile mit dem Finger an der Schläfe, dann richtete er den Arm nach vorne, als zielte er auf die flirrende Hitze über dem Platz. Ich finde den Kerl und bringe ihn um, sagte Moth mit zusammengebissenen Zähnen. Wie die Dinge lagen, richtete sich seine Drohung gegen ein Phantom. Ich bin wirklich beunreicht, sagte Student Nummer eins. Gelindige sagt, ich mache mir Sorgen. Da bist du nicht der Einzige, pflichtete Studentin Nummer zwei ihm bei. Vielleicht trifft es die Sache noch besser, wenn du sagst, ich mache mir vor Angst in die Hose. Und was sollen wir eurer Meinung nach unternehmen, fragte Student Nummer vier. Als er sah, wie die anderen in Panik gerieten, wollte er kurzlos Reaktionen vermeiden. Wenn ihr mich fragt, sind wir absolut am Arsch, sagte Student Nummer drei. Könntest du das präzisieren? Akademisch am Arsch, psychisch am Arsch, physisch am Arsch, hakte Student Nummer zwei ein. Alles zusammen, lautete die Antwort. Sie saßen in einer Ecke der Krankenhaus Cafeteria und nippten an ihren dampfenden Kaffeebechern. Es war früher Nachmittag und in der Cafeteria herrschte Hochbetrieb. Von Zeit zu Zeit sahen sie sich nervös unter den Besuchern um. Dekanat, Campus Sicherheitsdienst oder wir gehen zu Professor Hogan. Kein anderer Lehrstuhlinhaber hat sich so intensiv mit emotionalem Kontrollverlust und Gewaltbereitschaft beschäftigt. Wenn uns irgendjemand raten kann, was wir machen sollen, dann er, sagte Studentin Nummer zwei mit Nachdruck. Die ehemalige Krankenschwester einer Intensivstation hatte sich in Abendkursen hochgearbeitet und kämpfte sich jetzt durchs Medizinstudium, während ihr Ehemann, der bei der Feuerwehr einen flexiblen Dienstplan genoss, die zwei kleinen Kinder betreute. Hol mich der Teufel, wenn ich auch nur einen Tag länger zusehe, wie die Situation aus dem Ruder läuft. Ihr wisst so gut wie ich, dass vor allem setzen wir uns tagtäglich eine unkalkulierbaren Gefahr aus. Ihre pragmatische Art, Klartext zu reden und Konsequenzen zu fordern, bereitete den anderen drei Mitgliedern der psychiatrischen Arbeitsgruppe ein unbehagliches Gefühl. Schließlich mussten sie sich gerade für ihren Berufszweig antrainieren, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und eine anormale Verhaltensweise nicht gleich in irgendeine Schublade zu stecken und sei sie auch noch so bizarr. Klar doch, toller Plan, hielt Student Nummer Eins dagegen. Klingt plausibel, solange wir nicht wegen Regelverstoßes vor den Fakultätsausschuss gezerrt werden. Du kannst nicht mal ebenso die Hunde auf einen anderen Studenten hetzen, wenn du keine absolut stichhaltigen Fakten gegen ihnen in der Hand hast. Und das dürfte in diesem Fall ein klitzekleines bisschen schwieriger sein als bei Plagiat oder Betrug oder sexueller Belästigung. Student Nummer Eins hatte ernsthaft mit Jura statt Medizin gelieb äugelt und tat sich weniger durch Fantasie als durch eine glasklare Argumentation hervor. Hört mal, was wir hier machen, ist pure Spekulation darüber, unter was für eine Persönlichkeitsstörung der Kerl leidet oder welche Gefahr möglicherweise von ihm ausgeht. Spekulationen können gründlich in die Hose gehen. Und wie stellt ihr euch das vor? Mal ebenso einen Kommilitonen bei der Fakultätsleitung anschmerzen? Nur weil wir das mulmige Gefühl haben, dass er früher oder später etwas Schlimmes macht? Sicher, er benimmt sich unberechenbar, vielleicht wahnhaft und vielleicht passt er tatsächlich in eine dieser Kategorien, die wir nur kennen, weil wir zufälligerweise Psychiatrie studieren. Aber unsere Anschuldigungen sind nicht evidenzbasiert, sondern beruhen eher auf Bauchgefühl. Einer in der Gruppe, der in letzter Zeit keine Magenschmerzen hat, fragte Studentin Nummer zwei in zynischem Ton zurück. Alle schwiegen. Jemand, der sich nicht bedroht fühlt? Wieder berätes Schweigen. Jeder nahm einen Schluck Kaffee. Ich denke, wir sind am Arsch, fasste Student Nummer drei nach intensiver Überlegung seine Einschätzung zusammen. Er griff nach der Brusttasche seines weißen Laborkittels. Eine Woche zuvor hatte er endgültig mit dem Rauchen aufgehört und so handelte es sich bei der Geste um eine reine Reflexreaktion, die den anderen, da sie gerade ihre Beobachtungsgabe schulten, nicht entging. Im Übrigen gebe ich euch beiden recht, aber wir müssen etwas unternehmen, selbst wenn wir damit ein Risiko eingehen. Egal, was wir machen, ich bin nicht so blöd, mir eine offizielle Rüge einzufangen, die ein Leben lang in meinen Zeugnissen steht. Kann ich mir nicht leisten, sagte Studentin Nummer zwei. Wenigstens kannst du dann noch auf ein langes Leben hoffen, platzte Student Nummer eins heraus. Okay, starkes Argument, räumte Studentin Nummer zwei ein. Also gut, dann schlage ich vor, wir gehen erst mal zu Professor Hogan als Sofortmaßnahme und sehen, was es uns bringt. An dieser Stelle versagte ihr für einen Moment die Stimme. Und wenn ich sofort sage, dann ist das wörtlich gemeint. Zumindest einer von uns muss zu ihm gehen. Das übernehme ich, sagte Student Nummer vier. Ich krieg bei ihm eine eins. Aber ihr müsst euch alle bereithalten, falls er euch reinruft, um sich bestätigen zu lassen, was ich ihm erzähle. Entschiedenes Kopfnicken in der Runde. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Bei jedem plötzlichen Geräusch in der Cafeteria oder irgendwo draußen zuckten sie zusammen. Der übliche Geräuschpegel, das Klappern von Geschirr, die Gespräche an den anderen Tischen, der gelegentliche Ausbruch von Gelächter, diese ganz normalen Dinge gaben ihnen anders als früher kein Gefühl der Geborgenheit. Jeder von Ich brauche von jedem von euch einen Bericht, in dem ihr sämtliche beängstigenden Vorkommnisse und eure Einschätzung notiert. Und zwar so detailliert wie möglich. Namen, Datum und Uhrzeit, Ort, Zeugen. Und bitte nicht nur diese Geschichte mit der Laborrate, die er einfach so erdrosselt hat. Damit gehe ich dann zu Professor Hogan. Solange das die Sache nicht unnötig verzögert, sagte Student Nummer eins kurz angebunden. Ihr wisst so gut wie ich, dass jemand, der am Abgrund steht, jeden Moment das Gleichgewicht verlieren kann und dann ist es zu spät. Er braucht Hilfe. Wahrscheinlich ist es letztlich zu seinem eigenen Besten, wenn wir zu Professor Hogan gehen. Die anderen starten zur Decke und verdrehten die Augen. Nehme ich mal an, fügt der Student Nummer eins etwas kleinlaut hinzu. Wobei wir wieder bei den Spekulationen wären, bemerkte Student Nummer drei. Keiner von ihnen glaubte ernsthaft, dass sie mit ihrem Vorhaben dem betroffenen Kommilitonen einen Gefallen taten. Doch es hatte etwas Beruhigendes, dass jemand die Lüge aussprach. Natürlich ging es allen Vieren nur um ihren eigenen Schutz, doch das gab keiner offen zu. Dann sind wir uns also einig? fragte Student Nummer vier. Über den Tisch hinweg wurden Blicke getauscht, um sich gegenseitig abzusichern. Dann ein vierfaches Ja. Jedes Mitglied der Studiengruppe sprach sich für den Plan aus. Also gut. Ich werde Professor Hogan morgen früh vor seiner Vorlesung aufsuchen, sagte Student Nummer vier. Bis dahin brauche ich eure Listen. Diese Aufgabe war für die anderen ein Klacks. Sie waren nicht nur harte, konzentrierter Arbeit gewöhnt, sondern mussten auch nicht zum ersten Mal unter Zeitdruck Notizen zusammentragen und wohl überlegte schlüssige Texte formulieren. Patientengutachten schrieben sie mit links, und das hier war praktisch nichts anderes. Ed Warner warf einen Blick auf die Wanduhr. Wir haben übrigens den ersten April, sagte er. Merkt euch den Tag. Verseht eure Listen mit diesem Datum 1. April 1986. Naja, April, April, leicht zu merken. Es ist 14.30 Uhr und ich gebe hiermit zu Protokoll, dass die Mitglieder der Studiengruppe Alpha zu einem einstimmigen Beschluss gelangt sind. Andy Candy zockelte ein paar Schritte hinter Moth her, der zielstrebig durch den Flur zur Praxis seines Onkels lief, dann aber vor dem Absperrband an der Tür wie angewurzelt stehen blieb. Es waren zwei Streifen mit dem üblichen schwarzen Schriftzug Zutritt verboten in Form eines X vor die Tür und damit auch das Praxisschild gespannt Dr. Edward Warner Facharzt für Psychiatrie Als Moth die Hand hob, fürchtete Andy Candy, er wollte das Band einfach herunterreißen. Moth, sagte sie, hältst du das wirklich für eine gute Idee? Er ließ die Hand fallen, er klang erschöpft, als er sagte, irgendwo muss ich doch anfangen. Fragt sich bloß womit? Die Frage stellte Andy Candy nur in Gedanken. Moth, sagte sie freundlich, lass uns gehen und etwas zu essen besorgen. Danach setze ich dich bei dir zu Hause ab und du denkst noch mal in Ruhe über alles nach. Er drehte sich zu seiner ehemaligen Freundin um und schüttelte den Kopf. Wenn ich nachdenke, werde ich deprimiert und dann will ich nur noch trinken. Er verzog das Gesicht zu einem traurigen Lächeln. Für mich ist es besser, in Bewegung zu bleiben, selbst wenn ich mich verrenne. Er hob einen Finger und berührte das Absperrband, dann griff er nach dem Türknopf. Es war abgeschlossen. Hast du vor, einzubrechen? fragte Andy Candy. Ja, antwortete Moth lakonisch. Verdammt, irgendwo verbirgt sich die Wahrheit und von mir aus trete ich so lange Türen ein, bis ich sie finde. Obwohl sie wusste, dass es illegal war, sich zum Büro seines toten Onkels gewaltsam Zutritt zu verschaffen, musste Andy Candy grinsen. Sie erkannte den Moth von früher wieder, den Jungen, den sie geliebt hatte. Es lag in seiner Natur, das psychologische mit dem praktischen und dem Poetischen zu verbinden, und dann setzte er diese verrückte Mischung in verwegenes Handeln um, ohne nach links und rechts zu schauen. Sie liebte diesen Zug an ihm und fühlte sich davon magisch angezogen, auch wenn sie wusste, dass er sich damit in die größten Schwierigkeiten bringen konnte. Doch gerade als er nach dem Absperrband griff, öffnete sich hinter ihnen auf der schupfte sich den blauen Blazer zurecht. Als er die jungen Leute sah, blieb er stehen. Was machen sie da? fragte er. Sie dürfen da nicht rein. Der Mann sprach mit einem leichten spanischen Akzent. Ich will in die Praxis meines Onkels, erwiderte Moth. Der Mann schien zu überlegen. Dann müssen sie Timothy sein, sagte er in fragendem Ton. Sie haben es erfasst, sagte Moth angriffslustig. Ah, sagte der Mann, Ihr Onkel hat oft von Ihnen gesprochen. Er kam zu Ihnen herüber und streckte zur Begrüßung die Hand aus. Ich bin Dr. Ramirez, sagte er. Ich habe seit ach, wer weiß wie vielen Jahren meine Praxis gegenüber der Ihres Onkels. Es macht mich unendlich traurig, was passiert ist. Wir waren Freunde und Kollegen. Moth nickte. Ich habe sie gar nicht auf der Beerdigung gesehen, fuhr Dr. Ramirez fort. Nein, antwortete Moth und fügte zu Andy Candys Überraschung mit entwaffnender Offenheit hinzu. Ich war auf Saftour. Der Arzt gab keine Regung preis. Und jetzt? Hab ich mich hoffentlich wieder im Griff. Ja, das ist schwer bei einem solchen Schlag. Ich hatte schon Patienten, die jahrelang ihre Sucht im Griff hatten, bis sie ein völlig unvorhersehbares Ereignis wieder aus der Bahn warf. Aber wissen sie was? Ihr Onkel war sehr stolz darauf, wie sie gegenseitig dafür gesorgt haben, dass sie beide trocken blieben. Wir sind oft zwischen zwei Terminen zusammen essen gegangen und er hat mit sichtlicher Genugtuung über ihre Fortschritte gesprochen. Sie arbeiten an ihrem Doktor in Geschichte, wenn ich mich recht entsinne. Im Habitus des Arztes mischte sich die Freude über den Austausch mit der dozierenden abwägenden Haltung seines Berufsstands, der dazu neigte, jede seiner Meinungen sofort in eine Lebensweisheit umzumünzen. Was bei anderen herablassend gewirkt hätte, unterstrich bei dem rundlichen Mann eine unvoreingenommene Liebenswürdigkeit. Ich arbeite dran, sagte Moth. Für einen Moment trat Stille ein, dann sagte Dr. Ramirez, also, falls wir einmal das Bedürfnis haben, mit jemandem zu sprechen, meine Tür steht Ihnen jederzeit offen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, antwortete Moth. Es war das typische Entgegenkommen eines Psychiaters. Ich weiß, dass du jede Menge Probleme hast und was ich dir anbieten kann, ist ein offenes Ohr. Komme ich vielleicht mal drauf zurück. Moth überlegte kurz, bevor er fragte, Doktor, Ihre Praxis ist direkt gegenüber. Waren Sie da, als mein Onkel Dr. Ramirez schüttelte den Kopf. Ich habe den Schuss nicht gehört, falls Ihre Frage darauf hinaus läuft. Ich war schon gegangen. Es war ein Dienstag, da ging ihr Onkel immer als Letzter in diesem Stockwerk aus dem Haus. Normalerweise kurz vor sechs. Montags dagegen habe ich einen Patienten am Spätnachmittag an anderen Wochentagen andere Kollegen. Wir haben ja nur fünf Praxen hier oben, deshalb versuchen wir immer den Wochenrhythmus der anderen im Auge zu behalten. Moth schien darüber nachzudenken. Wenn ich also zu Ihnen raufgekommen wäre und Sie gefragt hätte, an welchem Abend mein Onkel in diesem Stockwerk allein ist, hätten Sie mir sofort sagen können dienstags, richtig? Dr. Ramirez betrachtete Moth mit einem anerkennenden Blick. Sie klingen eher wie ein Detektiv als wie ein Geschichtsstudent Timothy, sagte er. Aber ja, das stimmt. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, Doktor? Dr. Ramirez schien zwar erstaunt, nickte jedoch nach kurzem Zaudern. Bitte, wenn Sie wollen, sagte er, auch wenn ich nicht weiß, ob ich Sie beantworten kann. Sie kannten Onkel Ed. Haben Sie ihn je für einen Selbstmordkandidaten gehalten? Der Freund seines toten Onkels dachte einen Moment nach und ihm stand ins Gesicht geschrieben, dass er in Bruchteilen von Sekunden Erinnerungen sowie Beobachtungen abrief und seine Schlussfolgerungen daraus zog. Moth kannte diese Fähigkeit von seinem Onkel, der von Berufswegen nicht nur überlegte, was er sagte, sondern auch, wie es sich auf sein Gegenüber auswirken würde, worauf die Frage vordergründig abzielte und worum es dem anderen wirklich ging, bevor er eine Antwort gab. Nein, Timothy, sagte der Doktor bedächtig. Es gab keinerlei sichtbare Anzeichen für eine Depression, die ihn in den Selbstmord hätte betreiben können. Dasselbe habe ich auch bei der Befragung durch die Polizei zu Protokoll gegeben, doch, wie mir schien, habe ich niemanden überzeugen können. Natürlich besagt die Tatsache, dass mir keine solchen Anzeichen aufgefallen sind, nicht zwingend, dass es keine gab, vor allem, wenn man bedenkt, dass Edward besser als die meisten von uns in der Lage gewesen wäre, seine Probleme zu kaschieren. Jedenfalls ist mir nicht das geringste aufgefallen und wir waren noch am Tag vor seinem Tod zusammen essen. Er verstummte, zog dann einen Schreibblock aus der Tasche und notierte darauf einen Namen und eine Anschrift. Diesen Mann hat Ed vor vielen Jahren aufgesucht. Vielleicht danach griff er in die Hosentasche und zog einen Schlüsselbund heraus. Er ging die einzelnen Schlüssel an der Kette durch, bevor er einen daraus löste und mit einer übertriebenen Bühnenreifen Geste auf den Teppichboden fallen ließ. Ach, wie dumm von mir, sagte er mit einem Grinsen. Wo ist nur der Ersatzschlüssel zur Praxis ihres Onkels? Muss ihn irgendwo verloren haben? Und fügte hinzu, falls sie da einbrechen, wären sie wohl so freundlich damit zu warten, bis ich weg bin. Ich würde es vorziehen, mich nicht zum Komplizen zu machen. Er lachte leise über seine offensichtliche Lüge. Tut mir leid, sagte er wie zur Entschuldigung und wechselte in einen ernsteren, bekümmerten Ton. Ich weiß zwar nicht, was sie da drin finden werden, aber vielleicht hilft es ihnen ja. Viel Glück. Ist normalerweise nicht meine Art, Leuten den Rücken zu kehren, die Antworten auf ihre brennenden Fragen suchen. Wenn sie fertig sind, können sie den Schlüssel unter meiner Tür durchschieben. Erst jetzt wandte sich Dr. Ramirez an Andy Candy, deutete eine galante Verbeugung an und verschwand im Fahrstuhl. Moth und Andy Candy saßen mit einem beklommenen Gefühl nebeneinander auf der Couch, die sein Onkel für die wenigen Patienten im Sprechzimmer stehen hatte, die noch zur Psychoanalyse kamen. Hinter ihnen hing eine große Fotografie mit einem grandiosen vielfarbigen Sonnenuntergang über den Everglades, an der anderen Wand der Druck eines leuchtend bunten abstrakten Gemäldes von Kandinsky. In einem bescheidenen Bücherregal stand fast ausschließlich medizinische Fachliteratur, nicht weit vom Schreibtisch entfernt hingen drei gerahmte Diplome, doch die ganze Praxis gab wenig über die Persönlichkeit des Mannes preis, der hier jahrzehntelang gearbeitet hatte. Andy Candy vermutete, dass dies auch die Absicht gewesen war. Moth starrte mit unruhigem Blick auf den schweren Eichenschreibtisch seines Onkels. »Ich habe das Gefühl, es ist zum Greifen nah, doch ich sehe es nicht«, sagte er gedehnt, »so wie einem ein Wort schon auf der Zunge liegt und plötzlich ist es weg.« Andy Candy versuchte nachzuvollziehen, was Moth beinahe zu sehen glaubte, während sie vor allem darüber spekulierte, was er als nächstes vorhatte. »Wonach hältst du Ausschau?« »Den letzten Minuten vor seinem Tod.« Plötzlich sprang Moth auf. »Sieh mal, er sitzt da drüben. Er denkt an die Verabredung mit mir, er weiß, wie wichtig sie ist. Doch statt aufzubrechen, greift er zu diesem Notizblock und schreibt »Meine Schuld«. Dann greift er zu einer Pistole, und zwar nicht etwa der, die er seit Jahren besitzt, und erschießt sich. Dieses Szenario wollen uns die Cops Moth lief unruhig im Zimmer hin und her, trat an den Schreibtisch, schob sich an einem Armlehnenstuhl für nicht analytische Patienten vorbei. Beim Anblick der getrockneten rotbraunen Blutflecken auf dem beigen Teppich und der Schreibtisch Platte blieb ihm die Luft weg. Als er wieder Worte fand, bebte seine Stimme. »Andy, ich sehe jemanden, der vor ihm auf diesem Stuhl sitzt, mit einer wozu zwingt. Das wüsste ich gerne. Und weshalb? Das wüsste ich auch gerne. Wer? Ich finde es heraus. Andy Candy stand auf. Moth, wir müssen gehen, sagte sie leise. Jede Sekunde, die du hier bleibst, macht es nur schwerer für dich. Er nickte, sie hatte recht. Andy Candy zeigte zur Tür, als wollte sie Moth ermuntern, vorauszugehen. Doch bevor sie selbst den ersten Schritt machte, blieb sie plötzlich stehen. Ihr war eine Idee gekommen, und sie überlegte einen Moment, dann sagte sie, Moth, die Polizei und Mrs. Terry, die sind sich absolut sicher, dass es kein Tötungsdelikt ist, stimmt's? Obwohl die Waffe direkt neben der Hand deines Onkels auszuschließen. Sie haben sämtliche verdächtige Personen unter die Lupe genommen, die üblichen Verdächtigen, wie der Titel von diesem Film. Das hat sie auch erwähnt. Sie haben sich seine Patientenliste vorgenommen, wahrscheinlich die seiner ehemaligen Patienten dazu, haben mit Freunden, Nachbarn und so weiter gesprochen, um festzustellen, ob er irgendwelche Feinde hatte, ja? Ob ihn vielleicht jemand bedroht hat. Und dann das ganze andere Programm, hatte er Spielschulden, was mit Drogen zu tun. Das alles hat sie aufgelistet, nicht wahr? Das heißt, sie sind im Ausschlussverfahren zu dem Ergebnis gekommen, dass es nur Selbstmord sein kann, richtig? Ja, räumte Moth ein, alles richtig. Wenn es also das ist, was du denkst und was sie nicht denken, dann müssen wir überall dort nach Hinweisen suchen, wo die Polizei nicht gesucht hat, zog Andy Candy ihren Schluss. Alles andere ergibt keinen Sinn. Fast war sie selbst über ihre Logik ein wenig verdutzt oder ihre Antilogik, je nachdem, wie man es sah. Suche überall dort, wo nach allen Regeln der Logik nichts zu finden ist. Sie fragte sich, wie sie auf einen solchen Gedanken verfallen war und deutete erneut zur Tür. Höchste Zeit zu verschwinden, Moth, wiederholte sie. Falls hier wirklich ein Mörder gesessen hat, da drüben auf dem Stuhl, du sagst, dann wäre es schön blöd von ihm gewesen, etwas zu hinterlassen, was die Kops misstrauisch macht. Zwei Gespräche, eines imaginär, eines real. Das Er blockiert uns alle. Wir wollen ihn los werden. Wenn dem so ist, müssen sie beim Dekan Beschwerde einreichen. Aber ihr Kommilitone steckt ganz offensichtlich in einer emotionalen Krise. Seinen Stresspegel oder die Schwierigkeiten, in denen er steckt, seine nervliche Anspannung, wie immer sie es nennen wollen, das ist doch nicht unser Problem. Okay, sagen wir, er ist krank. Und? Was kümmert's uns? Wir wollen einfach nur, dass er hier wegkommt. Wir wollen doch unsere eigene Karriere nicht von so einem kaputt machen lassen. Sicher, absolut verständlich. Ich werde ihnen helfen. Dieser oder ein ähnlicher Verlauf der Unterredung hätte jedem eingeleuchtet. Außer einem. Und das Zweite? Hallo, Ed. Ein Moment der Verwirrung, wenn man mit einer Person gerechnet hat und eine andere erscheint. Dann Sprachlosigkeit, Fassungslosigkeit. Erkennst du mich nicht wieder? Eine rhetorische Frage, denn der ungläubige Blick in Edwarners Augen sprach Bände. Dann hatte er langsam und bedächtig seine Pistole aus der Innentasche gezogen und den Lauf über den Schreibtisch gerichtet. Es handelte sich um eine kleine Automatik Kaliber 25, geladen mit Hohlspitzgeschossen, die sich bei Zielkontakt ausdehnen und eine gehörige Schweinerei anrichten. Die meisten Profikiller entschieden sich für diese Waffe, die darüber hinaus auch von verängstigten Frauen oder bei besorgten Hausbesitzern nachgefragt wurde, als vermeintlicher wirksamer Schutz vor Überfällen auf der Straße, vor nächtlichen Einbrüchen oder Amokläufen. Der geschulte Killer schätzte an dieser kleinen Knarre, dass sie in seine Jackentasche passte, ohne aufzutragen und den todsicheren Einsatz auf kurze Distanz ermöglichte. Na, da staunst du etwas? Hättest nie damit gerechnet, mich im Leben noch einmal wiederzusehen, habe ich recht? Dein alter Kumpel aus der Studiengruppe kommt nach so vielen Jahren zu einem kleinen Überraschungsbesuch. Es war mehr oder weniger ganz wie bei den anderen gelaufen, nicht ganz, doch weitestgehend vorhersagbar, bis hin zu dem Ritual am Schluss, bei dem er die Worte »Meine Schuld« auf Eds Notizblock geschrieben hatte, bevor er die Praxis verließ. Ein paar Dinge versetzten Student Nummer fünf bis zu diesem Tag immer wieder in Erstaunen, vor allem, welche fast übermenschliche Gelassenheit er sich im Lauf der Jahre erworben und in welchem Maße er die Kunst des Tötens bis zur Perfektion entwickelt hatte. Was nicht heißen sollte, dass er sich im engeren Wortsinn als Killer verstand. Keine Narben im Gesicht, keine Knast-Tattoos, kein Straßenraudi in Baggy Jeans und Baseball-Mütze mit dem Schirm im Nacken. Ebenso wenig ein Berufskiller, der sich aufgrund seiner psychopathischen Disposition seinen Auftraggebern empfahl, wie mit Visitenkarte und Geschäftsanzug. Er nahm nicht einmal für sich in Anspruch eine Art Meisterkrimineller zu sein, auch wenn er sich einiges darauf zugute hielt, dass er seinen Horizont kontinuierlich erweitert hatte, statt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Echte Kriminelle, so seine feste Überzeugung, kennzeichnet ein grundlegendes moralisches und psychologisches Defizit, das sie erst zu dem macht, was sie sind. Sie geben dem Drang nach, zu stehlen, zu vergewaltigen, zu quälen oder auf besonders grausame Weise zu töten. Was sie antreibt, ist die Gier nach Geld, Sex und Macht, Obsession. Der Impuls, ihr Verlangen auszuleben, ist die treibende Kraft hinter ihren Verbrechen. Nicht bei mir. Mir geht es nur um Gerechtigkeit. Sein Verhaltensmuster und sein Temperament machten ihn eher zu einer Vergeltungsinstanz und verliehen seinen wohlüberlegten Akten eine völlig andere Legitimation. Ecke 71. Straße, West End Avenue, blieb er an der roten Ampel stehen. Um nicht mit einem funkelnagelneuen Cadillac zu kollidieren, stand ein Taxifahrer auf der Bremse, Reifenquietschen wechselseitiges Hupen und wahrscheinlich ein paar saftige Schimpfkanonaden in verschiedenen Sprachen, die hinter den geschlossenen Scheiben nicht zu hören waren. Stadtmusik. Ein hoffnungslos überfüllter Bus stieß mit einem röchelnden Laut eine Wolke stinkender Abgase aus. Durch das Eisengitter im Bürgersteig drang das ferne unterirdische Rattern einer U-Bahn. Neben ihm hustet eine Mutter mit Kinderwagen. Er sah das Kind an und es erwiderte sein freundliches Grinsen mit einem Lächeln. Fünf Menschen haben mein Leben ruiniert. Leichtfertig, gedankenlos, ich fixiert, wie so viele selbstgefällige Egoisten. Jetzt ist nur noch einer übrig. So viel war gewiss. Er konnte den Gedanken an den eigenen Tod oder auch nur die Jahre, die ihm bis dahin noch blieben, nur ertragen, wenn er austeilte, was er eingesteckt hatte. Gerechtigkeit ist meine einzige Obsession. Diese fünf waren die Verbrecher, die Killer. Schuldig, 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 schuldig. Ein einziges Urteil steht noch aus. Die Ampel sprang auf grün und er überquerte zusammen mit der Frau, die den Kinderwagen geschickt über die Bordsteinkanten manövrierte die Straße. Was er an New York am meisten liebte, war die Anonymität der Metropole. Er war ein Tropfen in einem Menschenstrom. Millionen Unbekannter drängten sich durch die Straßenschluchten. War die Person neben ihm wichtig? Arriviert? Eine Korrifäe auf ihrem Gebiet? Es konnte Gott weiß wer sein, ein Arzt, Anwalt, Geschäftsmann, Lehrer. Oder theoretisch jemand wie er selbst. Ein Vollstrecker. Doch niemand würde das je erfahren. Auf den Bürgersteigen von New York ging jeder Einzelne in der Masse unter. Im Lauf seiner Studien über das Morden war ihm Nemesis, die griechische Göttin der Vergeltung, ans Herz gewachsen. Manchmal fühlte er sich, als seien ihm wie ihr Flüge gewachsen. Eine ihrer Tugenden konnte er mit Sicherheit für sich in Anspruch nehmen, ihre Geduld. So hatte er sich gründlich auf seinen Feldzug vorbereitet und nichts dem Zufall überlassen. Nicht nur im Umgang mit Handfeuerwaffen konnte ihm so schnell niemand das was erreichen, darüber hinaus kannte er sich mit hochleistungsfähigen Jagdgewehren aus, sogar mit der modernen Armbrust war er vertraut. In gewisser Weise hatte er seinen Körper zu einer Hochleistungsmaschine optimiert, damit die Jahre, die ins Land gehen würden, ein Minimum an Spuren hinterließen. Er beherrschte diverse Nahkampftechniken, hatte mit Erfolg an verschiedenen Ironman-Triathlons teilgenommen und immer einmal wieder an einer Rennfahrerschule Kurse absolviert. Einmal im Jahr unterzog er sich bei einem Internisten einer Vorsorgeuntersuchung, das Fitnessstudio und die Joggingwege im Central Park waren aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken, er achtete auf eine gesunde Ernährung mit viel frischem Gemüse, fettarmen Proteinen sowie Meeresfrüchten und trank keinen Alkohol. Im Herbst ließ er sich sogar regelmäßig gegen Grippe impfen. Beträchtliche Zeit verbrachte er in Bibliotheken, auch seine Computerkenntnisse hatte er immer auf den neuesten Standgebracht. Seine privaten Bücherregale bogen sich unter Thrillern und kriminologischer Sachliteratur, ein Füllhorn an Anregung für seine eigene Planung und Technik. Sein enormes Wissen qualifizierte ihn nach seiner festen Überzeugung für eine Professur am John-Jay Institute für Strafjustiz an der Columbia University. Meinen Doktor im Fachbereich töten habe ich von rechts wegen längst in der Tasche. Er lief weiter Richtung Norden, mit Nadelstreifen, trug er teure italienische Schuhe aus handgegerbtem Leder mit Budapester Muster. Gegen die kühle Brise hatte er sich mit einem locker um den Hals geschlungenen weißen Seidenschal gewappnet. In der piloten Sonnenbrille spiegelte sich die tiefstehende Nachmittagssonne. Er liebte diese Tageszeit, in der das Licht schräg in die Schluchten der Wohnblocks aus Beton und Ziegelstein einfiel, als bündelte es noch einmal alle Energie, bevor es einen letzten Vorstoß über das dunkle Wasser des Hatzen unternahm. Für jeden Passanten, der zufällig seinen Weg kreuzte, musste er als gut situierter Repräsentant eines gehobenen Berufsstands auf dem Heimweg nach einem langen erfolgreichen Arbeitstag im Büro durchgehen. Der Umstand, dass es kein solches Büro gab und dass er die letzten zwei Stunden mit einem vergnüglichen Spaziergang durch Manhattan zugebracht hatte, änderte nicht das Geringste an dem, was er zu sein schien. Student Nummer fünf hatte drei verschiedene Namen, drei Identitäten, drei verschiedene Adressen, getürkte Berufe, falsche Pässe, Führerscheine und Sozialversicherungsnummern, Bekanntenkreise, Stammlokale, Hobbys, Lebensstile, zwischen denen er wechselte, wie es ihm gerade in seine Pläne passte. Er war mit dem Silberlöffel im Mund geboren, in eine Familie von Ärzten mit einem Stammbaum, der sich bis zu den Schlachtfeldern von Gettysburg und Shiloh zurückverfolgen ließ. Sein eigener verstorbener Vater war ein namhafter Herzchirurg mit Praxis in Midtown Manhattan und Belegarzt an den besten Krankenhäusern der Stadt gewesen. Das Interesse seines Sohnes an der Psychiatrie hatte er mit Gelinder Skepsis gesehen. Echte Medizin, so argumentierte er vergeblich, praktizierte man im sterilen und wenn man den kräftigen Schlag eines Herzens sieht, weiß man, dass man ein Leben gerettet hat, pflegte er zu sagen. Sein Vater hatte sich geirrt. Zumindest mit dem zweiten Teil fügte er in Gedanken hinzu. Den Namen, mit dem er geboren war, empfand er wie ein Nachfahrer aus der Sklaverei als eine Fessel und so hatte er ihn zusammen mit seinem früheren Leben getilgt, während er Treuhand Fonds und Aktienbestände auf anonyme Konten in Übersee transferierte. Es war der Name aus seiner Jugend, aus der Zeit, als er noch ehrgeizige Pläne hegte, und der Name seines beschämenden Scheiterns, seines Falls ins Bodenlose. Unter diesem Namen war er hilflos in die bipolare Psychose gestürzt, wurde er von der medizinischen Fakultät ausgeschlossen, in eine Zwangsjacke gesteckt und in eine private Nervenheilanstalt weggesperrt. Unter diesem Namen hatten die Ärzte ihn behandelt, unter demselben Namen hatte er die Klinik irgendwann vermeintlich stabilisiert wieder verlassen und sich eingestanden, dass sein Leben ein einziger Scherbenhaufen war. Stabilisiert. Was für eine passende Diktion. Doch so jung er auch war, als sich das Anstaltstor hinter ihm schloss, nahm er vom ersten Tag seiner zurückeroberten Freiheit an, seine Medikamente pünktlich und gewissenhaft ein. Im Halbjahres Abstand ging er zu einem 15-minütigen Konsultationsgespräch mit einem Psychopharmakologen, um plötzliche Halluzinationen und unerwünschte Wahnvorstellungen in Schach zu halten. Darüber hinaus hielt er sich jeden unnötigen Stress vom Hals. So gewissenhaft er seinen Körper fit und leistungsfähig erhielt, sorgte er auch für seine geistige Gesundheit. Und die Mühe hatte sich gelohnt. Keine psychotischen Schübe mehr. Er war ausgeglichen, emotional gefestigt, besaß neue Identitäten, sorgfältig aufgebaut. Ohne Hast und Eile hatte er jedes alter Ego zu realem Leben erweckt. Die Wohnung 7b in der 121. West 87. Straße gehörte Bruce Phillips. Den schäbigen alten, doch geräumigen Wohnwagen in der Saw Street, Charlmont, Massachusetts mit der verrosteten Satellitenschüssel und den gesprungenen Fensterscheiben, immerhin mit unverbaubarem Blick über die Forellengründe des Deerfield River, nannte Blair Monroe sein eigen. Die literarische Hommage des Pseudonyms blieb sein einsames Vergnügen. Er liebte Sarkis eindringliche Short-Stories, daher Monroe, schweren Herzens zur Tarnung mit E am Ende, und Blair war im echten Leben der Name George Orwells gewesen. Auf Key West, wo er das kleine, aufwendig restaurierte Zigarrenmacherhaus in der Angela Street erworben hatte, nannte er sich Stephen Lewis. Der Vorname war entweder Stephen King oder Stephen Daedalus entlehnt, er schwankte immer einmal wieder, welcher der beiden literarischen Vorbilder Pate gestanden hatte, und der Nachname Lewis verwies auf Lewis Carroll, der im Taufregister als Charles Dodgson firmierte. Vor allem aber waren all diese Namen so frei erfunden wie die Personen, die sich dahinter verbargen. Anlageberater in New York, Sozialarbeiter im Veterans Army Hospital in Massachusetts und schließlich auf Key West, der einstige Drogenhändler, der einen einzigen Riesendeal gelandet und sich dann aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, statt den Rachen nicht vollzukriegen und sich von der Drogenfahndung erwischen zu lassen. Doch seltsamerweise blieben ihm alle seine erfundenen Identitäten fremd. Selbst nach Jahrzehnten war er in seinen eigenen Augen immer noch einzig und allein Student Nummer Fünf, so wie damals, als sein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Das war der Mensch, der sich aufgemacht hatte, um das schwere Unrecht, das ihm in jungen Jahren so leichtfertig zugefügt worden war, systematisch zu vergelten. Immer noch in nördlicher Richtung unterwegs, nahm er spontan einen Umweg und bog links Richtung Riverside Drive ab, um vom Park aus einen letzten Blick über den Fluss nach New Jersey zu werfen, bevor die Sonne endgültig im Hudson versank. Er überlegte, ob er drüben auf dem Broadway rasch in einem Lebensmittelgeschäft vorbeischauen und sich etwas zu Essen mitnehmen sollte. Für den Abend stand die Einschätzung und detaillierte Analyse eines Mordes an, eine Art Postmortem Manöverkritik. Und dann wurde es Zeit, sich mit dem noch ausstehenden Mord zu befassen, eine Prä-Mortem-Konferenz mit nur einem Teilnehmer. Es lag ihm viel daran, sich für diesen letzten Akt etwas Besonderes einfallen zu lassen. Diesmal wollte er, dass seine Beute vorher davon erfuhr. Dieser Mistkerl, der Letzte, der noch am Leben ist, der krönende Abschluss meiner Vendetta, er soll wissen, was ihm bevorsteht. Keine Überrumpelung, ein Dialog mit dem Tod, die Unterredung, die er mir damals verweigert hat. Dieser neue Ansatz bag ein höheres Risiko, doch die Herausforderung gab ihm ein prickelndes Gefühl, das ihn in Hochstimmung versetzte. Mord als Gesprächstherapie, dachte er schmunzelnd. Als er um die Ecke bog und einen Blick über den Fluss erhaschte, blieb er einen Moment lang stehen. Genau wie erwartet tauchte die Sonne in einem letzten Kraftakt die gekräuselte Wasserfläche in Gold. An alle und keinen gerichtet sagte er einer noch. Wie bei allen seinen bisherigen Planungen würde er mit chirurgischer Präzision vorgehen, keine endlosen Verzögerungen. Den hier haben wir uns bis zum Schluss aufgespart. Gehen wir's an und dann ab in eine unbeschwerte Zukunft. Das erste Gespräch des Psychiaters Die für die Neuanwerbung zuständige Dame malte Jeremy Hogan auf ihrem Rundgang durch das Seniorenheim das vielfältige Angebot in den schillerndsten Farben. Gourmet-Küche, wer's glaubt, je nach Wunsch in der Wohnung oder im gut ausgestatteten Speisesaal serviert. Modernes Hallenschwimmbad mit Fitnessbereich. Jede Woche die neuesten Kinofilme, Lektüre-Reise, Vorträge von prominenten pensionierten Experten der verschiedensten Fachgebiete, die hier ihr Zuhause gefunden hatten. In ihre enthusiastischen Schilderungen des Paradieses auf Erden als Vorgeschmack auf den nicht mehr allzu fernen Umzug ins ewige Elysium ließ sie das eher ernüchternde à la carte Angebot der medizinischen Versorgung einfließen, ob er eine tägliche Insulinspritze brauche. Engagiertes, gut ausgebildetes Pflegepersonal stehe 24 Stunden bereit, über Reha-Einrichtungen auf dem neuesten Stand verfüge man im Hause und im akuten Notfall sei der schnelle Transport in die nächstgelegenen Krankenhäuser garantiert. Dabei brannte ihm die ganze Zeit nur eine einzige Frage auf der Seele, die er jedoch für sich behielt. Kann ich mich hier vor einem Killer verstecken? In den Fluren mit hochflorigem Teppichbelag grüßten ihn die Leute mit überschwänglicher Höflichkeit, wenn sie mit ihren Elektro-Scootern an ihnen vorbeiflitzen oder am Rollator beziehungsweise Stock die langsame Gangart einschlugen. Ein nettes »Hi, wie geht's, wie steht's?« von links »Ein prächtiger Tag heute nicht war«, von rechts Fragen, auf die von ihm über ein aufgesetztes Lächeln und nachdrückliches Nicken hinaus keine Reaktion erwartet wurde. »Wie es mir geht,« hätte er am liebsten zur Antwort gegeben. »Ich habe Angst« oder »Ja, ein prächtiger Tag zum Sterben.« »Wie Sie sehen,« sagte seine Begleiterin, »haben wir hier eine fröhliche Besatzung an Deck.« Dr. Hogan, 82 Jahre alt, Witwer, seit vielen Jahren im Ruhestand, ein schlanker, hochgewachsener, ehemaliger Basketballspieler, hätte seinerseits ein paar Fragen an die Besatzung gehabt, etwa, ob jemand von ihnen bewaffnet war und mit einer halbautomatischen Pistole oder einem kurzläufigen Gewehr Kaliber 12 umzugehen verstand. Präzise hätte er sein Anliegen etwa so formulieren können. Sind hier zufällig ein paar ehemalige Mitglieder der Navy Seals oder Reckon Marines untergebracht? Ein paar kampferprobte Kriegsveteranen? Als die Frau zu ihrem letzten Schlag ausholte und auf die kostengünstigen Einzimmer Deluxe Apartments im ersten Stock mit dem bescheidenen Fernblick auf ein paar Bäume verwies, hörte er ihr nur noch mit halbem Ohr zu. Deluxe waren diese beengten Unterkünfte allenfalls, wenn man Halteschienen aus Aluminium in der Duschkabine und ein Security Intercom System für besonderen Luxus hielt. Als er der Dame zum Abschied mit seinem strahlendsten Lächeln die Hand reichte und ihr versprach sich in den nächsten Tagen bei ihr zu melden, konnte er nur noch über sich selber lachen. In seiner ersten Panik hatte er sich einen Eiltermin für die Führung durch Seniorenheim geben lassen, doch nachdem er seine Runde durch dieses Elysium hinter sich hatte, drängte sich ihm die Frage auf, was im Vergleich zum Leben in einem solchen Heim am Tod so schrecklich sein sollte, egal in welcher Form er einen ereilen mochte, er schätzte, dass seiner ziemlich unangenehm werden würde, oder auch nicht, und er hatte das Gefühl, dass er schon einen Eintrag auf seinem Terminkalender hatte, oder auch nicht, nicht nur das drohende Ende an sich setzte ihm zu, sondern das, worauf sich die Drohung gründete. Wessen Schuld? Von was für einer Schuld reden sie? Sagen sie mir, Doktor, wer ist Schuld? Wer spricht da bitte? Schon seltsam, dachte er auf der Rückfahrt vom Seniorenheim, da hast du dich nun in deiner beruflichen Laufbahn so intensiv mit dem gewaltsamen Tod auseinander gesetzt und wo du ihn möglicherweise bald am eigenen Leib erfährst, hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Gewalt hatte als ein Phänomen, das anderen Menschen in weiter Ferne widerfuhr, ein Thema für klinische Studien, für Beiträge in Fachzeitschriften, vor allem das Spezialgebiet, über das er in Gerichtssälen und Seminarräumen Vorlesungen hielt. Tut mir leid, Frau Anwältin, aber es gibt keine wissenschaftliche Methode, um vorherzusagen, welche künftige Gefahr von einem Individuum ausgeht. Ich kann nur Angaben zur psychiatrischen Verfassung des Handlung, die Medikation oder die Zwangsverwahrung anspricht, ist die große Unbekannte. So oder ähnlich hatte Jeremy Hogan's Standardantwort vor Gericht gelautet, wenn er als Experte geladen war und zu Prognosen aufgefordert wurde. Er konnte Dutzende, nein, Hunderte angeklagte Revue passieren lassen, die ihm vom Tisch der Verteidigung aus wie gebannt jedes Wort von den Lippen lasen, um zu begreifen, wie er ihren Geisteszustand zum jeweiligen Tatzeitpunkt beschrieb. Er erinnerte sich an Empörung, Zorn, an abgrundtiefe Feindseligkeit, zuweilen auch an Trauer, Scham, Verzweiflung. Gelegentlich auch an diesen abwesenden Gesichtsausdruck, ich bin gar nicht hier, ich werde nie hier sein, ich werde immer ganz woanders sein, du kriegst mich nicht, weil ich mich für den Rest meines Lebens an einen Ort zurückgezogen habe, zu dem nur ich den Schlüssel habe. Es war eine leicht verständliche Reaktion nach die Beurteilungen, die er im Zeugenstand abgab, und der Gedanke war ihm nicht neu. Da hatte ihm vielleicht der eine oder andere gegenüber gesessen, bei dem sich langsam aber unaufhaltsam eine Wut aufstarrte und sich im Lauf der Jahre zu mörderischem Hass steigerte. Der eine oder andere, der dort mit starrem Blick ins Leere sah, bekam vielleicht von seinen endlosen Ausführungen über den Geisteszustand im Kreuzverhör gar nichts mit. Doch das Wörtchen vielleicht schwang bei solchen Überlegungen immer mit. In seinen Seminaren redete er vor Medizinstudenten, die sich in die forensische Psychiatrie einarbeiteten, Klartext. Also, jetzt mal gut aufgepasst, Leute. Wenn wir sämtliche uns bekannten Faktoren zusammennehmen, kommen wir möglicherweise zu dem Schluss, dass für den betreffenden Patienten der Weg der Gewalt vorgezeichnet ist. Oder können umgekehrt in einem anderen Fall davon ausgehen, dass Medikamente sowie Psychotherapie hervorragend anschlagen und auf wundersame Weise all diese gewalttätigen gefährlichen Impulse entschärfen. Aber vergessen Sie nie, dass wir keine Kristallkugel besitzen, um die Zukunft darin zu lesen. Bestenfalls können wir aufgrund unserer Erkenntnisse zum Ist-Zustand Vermutungen über die Entwicklung eines Patienten anstellen. Doch was bei dem einen Wirkung zeigt, ist bei einem anderen vielleicht ein Schuss in den Ofen. Gewissheiten gibt es in der Forensik nicht, auch wenn wir uns noch so sicher sind. Wir können uns nie wirklich sicher sein. Und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Behalten Sie Ihre Gewissheiten für sich. Niemals sollten wir sie einem Angehörigen sagen oder einem Kopf oder einem Staatsanwalt und schon gar nicht vor dem Richter und den Geschworenen, die genau das und nur das von Ihnen hören wollen. Die Studenten hassten diese Realität. Anfänglich wollten sich alle als Wahrsager betätigen, was er ihnen immer wieder aus Spaß auf den Kopf zusagte, um sie ein bisschen zu provozieren. Erst nachdem sie viele Stunden in geschlossenen Anstalten zugebracht, Patienten zugehört hatten, die an unterschiedlichen Graden der Paranoia litten und von unberechenbaren Impulsen beherrscht wurden, dämmerte ihnen allmählich, was er ihnen im Seminarraum eingebläut hatte. Eine Kleinigkeit ist dir dabei leider entgangen, du arroganter Esel. Während du den Jungs und Mädels klargemacht hast, wo ihre Grenzen liegen, hast du deine eigenen übersehen. Zum Brüllen komisch, dachte Jeremy Hogan. Er liebte es, jüngeres alter Ego, das in seiner Erinnerung weiterlebte, durch den Kakao vorzuziehen. Du hast verdammt oft richtig gelegen und du hast verdammt oft daneben gelegen. So sieht's nämlich aus. Er bog aus der Einfahrt und warf im Rückspiegel einen letzten Blick auf das Seniorenheim. Jeremy fuhr umsichtig wie nach dem Lehrbuch, schaute geduldig rechts, links, rechts, erst dann fällte er sich in den Verkehr ein und hielt sich für den Rest der Fahrt stur an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kam ein Halteschild in Sicht, hatte er schon den Fuß auf der Bremse, jeden Fahrspurwechsel zeigte er mit dem Blinker an und niemals wäre er noch bei Gelb über die Ampel gefahren, geschweige denn bei Rot. Sein BMW machte locker 220 kmh, doch wenn er am Lenkrad saß, musste sich der schnittige Wagen mit dem gemächlichen Tempo eines Sonntagsfahrers zufrieden geben. Manchmal fragte er sich, folglich holte er den Wagen immer selten aus der Garage. Der schonungsvolle Umgang war am glänzenden kratzerfreien Lack und einem extrem niedrigen Kilometerstand zu erkennen. Für den Hausgebrauch, die wenigen Einkaufs- und Erledigungsfahrten um die Ecke, tat es ein alter ramponierter Pick-up, der neben der baufälligen Scheune seines Farmhauses stand. Auch dieses Vehikel fuhr er im Altherrenstil, doch Bebe, die sich nicht mehr hochkurbeln ließ, in die Jahre gekommen war, schien die Rücksichtnahme angemessen. Der BMW passt zu mir, wie ich früher einmal war. Und der Pick-up zu dem Tatter-Greis von heute. Für den Rückweg zu seinem Farmhaus in der Pampa von New Jersey brauchte er eine Stunde. Dass es überhaupt so etwas wie ein ländliches New Jersey gab, war denen, die sich unter vorstellten, neu. Dabei bestand New Jersey zum größeren Teil aus einer weiten, hügeligen Landschaft mit Grünland, das von Wild nur so wimmelte, und landwirtschaftlichen Anbauflächen, auf denen unter anderem der beste Mais und die aromatischsten Tomaten der Welt geerntet wurden. Sein Domizil stand im Schatten alter Bäume auf zwölf Morgen Naturschutzgebiet, Teilstück eines ehemaligen großen landwirtschaftlichen Betriebs, nur zwanzig Autominuten von hatte es vor über dreißig Jahren erworben, als er noch an der University of Philadelphia unterrichtete. Während er für die Fahrt zu seinem Arbeitsplatz eine Stunde rechnen musste, genoss seine Frau ihr Freilicht Atelier auf der Naturstein Terrasse hinter dem Haus, wo sie nicht nur für die eigenen Wände, sondern auch die Sammlungen wohlhabender Kunstliebhaber Landschafts Aquarelle malte. Damals war das Haus ein Zufluchtsort von der Arbeit gewesen, an dem er die Ruhe und Abgeschiedenheit genoss. Für einen alleinstehenden alten Mann war es denkbar ungeeignet. Zu viel, was nicht mehr richtig funktionierte, die Treppe zu schmal und zu steil, der Unkraut durchsetzte Rasen und die wuchernde Bepflanzung viel zu pflegeintensiv, verkalkte Wasserhähne, Duschköpfe und dergleichen, die mehr schlecht als recht funktionierten, ein alterswaches Heizungssystem, das im Winter nicht genug Wärme und im Sommer nur spärliche Kühlung bot. Über die Jahre hatte er sämtliche Baulöwen abgewimmelt, die sein Anwesen kaufen wollten, um das Haus abzureißen und auf dem Gelände ein halbes Dutzend pompöse Vorortvillen hochzuziehen. Ungeachtet seiner Mängel war es ein Ort, den er einmal geliebt, den seine Frau geliebt und an dem er ihre Asche verstreut hatte und die Möglichkeit, dass ihm ein psychopathischer Killer auf den Fersen war, genügte in seinen Augen nicht, um ihn aus diesem Haus zu verjagen, auch wenn ihm die Treppe jedes Mal stechende Schmerzen durch die arthritischen Knie jagte. Besorgt er endlich einen Stock und besorgt er eine Pistole. Er bog in die lange Kiesauffahrt ein, die bis zur Haustür Er sah sich nach irgendwelchen verräterischen Zeichen dafür um, dass der Mörder irgendwo auf ihn lauerte. Eine lächerliche Vorsichtsmaßnahme, wie ihm selbst klar war. Ein Mörder, der wusste, was er tat, parkte seinen Wagen mit dem Kennzeichen Mord 123 nicht vor dem Haus. Natürlich würde er sich in irgendeinem Winkel verstecken und das Messer gezückt auf den richtigen Augenblick warten, um zuzustechen oder sich mit einem Hochleistungsgewehr hinter eine Mauer ducken und bei seiner Heimkehr in aller Seelenruhe seinen Kopf ins Visier nehmen, um abzudrücken. Ob er den Knall noch hören würde, bevor er starb? Ein Soldat wüsste die Antwort auf die Frage. Jeremy Hogan atmete einmal tief durch, bevor er sich schwerfällig von seinem Sitz erhob. Neben dem Wagen blieb er stehen und wartete ab. Vielleicht ist es soweit, dachte er. Vielleicht auch nicht. Dass er in einer üblen Klemme steckte, stand außer Zweifel. War er Haupt Ziel Scheibe oder stand er am Rande? War er Anfang oder Ende? Er hatte keine Ahnung. Seine hilflose Reaktion war beschämend. Was hast du dir nur dabei gedacht, dieses Altenheim zu besuchen? Hast du dir wirklich eingebildet, du könntest dich hinter deinem Alter und deiner Gebrechlichkeit verstecken? Bitte, Mr. Killer, erschießen Sie mich nicht, stechen Sie mich nicht mit dem Messer ab oder was Sie sich sonst für mich ausgedacht haben. Ich bin dafür zu alt und beiße auch so wahrscheinlich bald ins Gras. Bemühen Sie sich nicht, ich schaffe das schon ganz alleine. Die Vorstellung war so absurd, dass er laut darüber lachen musste. Wie könnte sich ein Mörder einem so stichhaltigen Argument entziehen? Und bei Lichte betrachtet, was ist so toll am Leben, dass du es mit Zähnen und Klauen verteidigen musst? Er nahm sich vor, die Maklerin für das Seniorenstift anzurufen und den Kauf der Gefängniszelle, die sie ihm gezeigt hatte, unter einem höflichen Vorwand abzublasen. Wie viel Zeit habe ich noch? Die bohrende Frage ließ ihm seit dem ominösen Anruf abends kurz vor zehn, als er schon auf dem Weg ins Bett gewesen war, keine ruhige Minute. Über zwei Wochen war das inzwischen schon her, doch er erinnerte sich an jedes Wort. Dr. Hogan? Ja, wer spricht da? Weil ihm die Nummer auf dem Display nicht bekannt war, hatte er mit einem Spendenaufruf für einen politischen oder karitativen Zweck gerechnet und war drauf und dran, den späten Störenfried abzuwürgen, bevor er dazu kam, sein leidiges Sprüchlein loszuwerden. Im Nachhinein wünschte er sich, es wäre ihm gelungen. Wer ist schuld? Wie bitte? Wer ist schuld? Von was für einer Schuld reden Sie? Sagen Sie's mir, Doktor. Wer ist schuld? Wer spricht da bitte? Na schön, dann beantworte ich Ihnen die Frage, Doktor Hogan. Sie allerdings nicht alleine. Sie teilen sich die Schuld mit anderen. Die haben schon dafür bezahlt. Vielleicht blättern Sie mal in den letzten Ausgaben des Miami Herald die Seiten mit den Todesanzeigen. Tut mir leid, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was Sie da faseln. Als er gerade wütend auflegen wollte, sagte der anonyme Anrufer, die nächste Todesanzeige gilt Ihnen. Sie hören weder von mir. Dann wurde die Leitung unterbrochen. Der Ton dachte er hinterher, diese eiskalte Ruhe, als der Anrufer von der nächsten Todesanzeige sprach, sagte ihm, dass er tatsächlich ein Killer war, oder sich zumindest dafür hielt. Tiefe Reibeisenstimme, wahrscheinlich elektronisch verfremdet, nicht der leiseste Hinweis auf seine Identität. Außer seinem subjektiven Eindruck gab es nichts, um seine Annahme zu erhärten, Bauchgefühl, aus forensischer Sicht vollkommen wertlos. Andererseits hatte er hatte er in seinem langen Berufsleben genügend Mördern, Männern wie Frauen gegenüber gesessen, um zu wissen, dass ihn sein Eindruck nicht tog. Nach sorgfältiger Überlegung wusste er daher, dass die Drohung blutiger Ernst war. Sein erster Reflex an jenem Abend war das Bedürfnis gewesen, den Vorfall herunter zu spielen, ein dummer Streich, den einem der Selbsterhaltungstrieb spielte. Mal im Ernst, was sollte der Schwachsinn, irgendein Irrer, Zeit ins Bett zu gehen. Die zweite Reaktion war Neugier. Er griff zum Telefon und drückte die Rückruftaste. Er wollte den Kerl zur Rede stellen. Ich habe zwar keine Ahnung, was das Ganze soll, aber ich bin bereit, mich mit der Frage zu befassen. Jemand ist schuld? Darf man erfahren, woran? Wie auch immer, wir sind Gesprächen interessiert, kam Hogan nicht in den Sinn. Außerdem erübrigte sich die Frage, als er durch eine automatische Ansage erfuhr, unter dieser Nummer gebe es keinen Anschluss mehr. Während er auflegte, sagte er laut, dann sollte ich wohl bei der Polizei anrufen, nur, dass sie mich vermutlich für einen verwirrten alten Kauz halten würden und vielleicht gar nicht so weiter neben legen. Eines wusste Jeremy Hogan genau, solche Anrufe dienten einem einzigen Zweck, das Opfer in eine heillose Ungewissheit zu stürzen. Egal, wer du bist, sagte er, das ist dir gelungen. Als dritte Reaktion kam die Angst. An Schlaf war nicht zu denken. Er fühlte sich benommen, fast schwindelig, während er mit leerem Kopf auf den Hörer starrte. Statt sich ins Bett zu legen, ging er zu seinem Schreibtisch und setzte sich an den Computer. Nicht lange und er schnappte nach Luft. Selbst mit seinen steifen arthritischen Fingern, die ihm die Arbeit an der Tastatur erschwerten, hatte er in wenigen Minuten auf der Webseite des Miami Herald unter den Todesanzeigen eine kleine Meldung mit der Überschrift »Prominenter Psychiater begeht Selbstmord entdeckt«. Es war die einzige Todesanzeige, die auch nur entfernt mit ihm selbst in Verbindung stehen konnte und sei es auch nur aufgrund der beruflichen Gemeinsamkeit. Der Name dagegen sagte ihm nichts. Wer zum Teufel soll das sein? Hatte er sich als erstes gefragt. Und dann ein ehemaliger Student, ein früherer Assistenzarzt, ein höheres Semester, ein Praktikant. Und wenig Kopfrechnen, dann stand fest, dass dieser Mann und eine berufliche Beziehung, falls es denn eine zwischen ihnen gab, 30 Jahre zurückliegen musste. Bei der Erkenntnis schwappte eine Woge der Verzweiflung über ihn hinweg. Die Gesichter, die er über die Jahre in seinen Vorlesungen vor sich gesehen hatte, selbst die eifrigen in seinen kleineren Seminaren, konnte er sich beim besten Willen nicht ins Gedächtnis rufen. Ich kapier's nicht, dachte er. Was hat dieser andere Seelenklempner tausend Meilen von hier, um Himmels Willen mit mir zu tun? Moth absolvierte auf dem Fußboden seines Apartments hundert Sit-Ups und hundert Liegestütze. Zumindest hoffte er, dass es hundert waren. Bei dem atemberaubenden Tempo, das er hinlegte, kam er früher oder später beim Zählen nicht mit. Er war halbnackt, Boxershorts und Laufschuhe, sonst nichts. Er spürte, wie seine Armmuskeln von der Überanstrengung zuckten und schlapp zu machen drohten. Als er ihnen mit aller Macht noch eine letzte Übung abtrotzen wollte, knickten ihm die Arme ein und er blieb keuchend mit der heißen Wange auf dem kühlen Dielenboden liegen. Dann rappelte er sich auf und lief so lange auf der Stelle, bis ihm der Schweiß an den Schläfen herunterlief und ihm in den Augen brannte. Zum Training hörte er auf dem iPod, Hardrock aus den Achtzigern, Twisted Sister, Molly Hatchet und Iggy Pop. Der wilde extatische Rhythmus der Musik passte zu seiner Stimmung. Kompromisslose Akkorde zu erbarmungslos harten Texten, Hymnen auf den Tough Guy hämmerten auf seine Zweifel ein. Wenn sein Vorhaben gelingen sollte, so viel stand für ihn fest, dann nur mit der Entschlossenheit, die dieser Sound suggerierte. Während er die Knie hob und das Tempo zu erhöhen versuchte, sodass die Sohlen seiner Turnschuhe auf dem harten Boden wie Terminen abholen. Mit den gewohnten Zusammenkünften in der Redeemer One wie dem gestern Abend hatten diese Termine wenig zu tun. Es handelte sich vielmehr um Gespräche, Befragungen, Vorstellungsgespräche der besonderen Art, auch wenn die Partner nicht wissen, dass es mir um den Job geht, einen Mörder aufzuspüren und zu töten. Moth hielt still, stützte die Hände auf die Knie und atmete gierig die schlechte Zimmerluft ein. Er fühlte sich zittrig und benommen, schmeckte das Salz des Schweißes auf der Oberlippe und war sich nicht sicher, ob er noch Alkohol aus seinem Körper schwitzte oder das glühende Verlangen nach Rache. Moth fühlte sich schwach und ohne Stehvermögen. Wäre in diesem Moment ein perfekt gestyltes South Beach Supermodel mit Beinen bis zum Hals hereinspaziert und hätte mit einem verlockenden Lächeln das Oberteil ihres Bikinis gelöst, hätte er nicht sagen können, ob er einen hoch bekäme. Angesichts seiner potentiellen Impotenz musste er innerlich grinsen. Ich habe mich schlapp getrunken, dachte er. Dann verwandelte sich das Model in seinem Kopf langsam in Andy Candy und plötzlich überschlugen sich die Erinnerungen in seinem Kopf. Der erste Kuss, die erste Berührung ihrer Brüste, wie er ihr zum ersten Mal den Oberschenkel gestreichelt und sie zwischen den Beinen berührt hatte. Sie hatten draußen an einem Pool gelegen, auf einer schmalen harten Plastik liege, deren Querstreben ihnen in den Rücken schnitt, ihnen aber so weich erschien wie ein Federbett. Er war fünfzehn, sie dreizehn. Aus der Ferne drang Musik herüber, kein Rap oder Rock, sondern ein leises, ungewohntes Streichquartett. Bei jedem Millimeter, den sich seine Finger weiter vortasteten, hatte er mit einem Nein gerechnet, und bei jedem Millimeter, den sie ihn gewähren ließ, hatte sein Herz schneller geschlagen. Feuchtes Seidenpanty, elastischer Bund. Sein Verlangen drängte ihn zur Eile, doch stattdessen berührte er sie zart und einfühlsam. Ein Widerstreit von Gefühl und Begierde. In der Einsamkeit seiner Wohnung atmete Moth tief aus. In einer hektischen Bewegung zog er sich die Ohrhörer heraus, schaltete den iPod ab. Es herrschte vollkommene Stille. Ein paar Sekunden lang horchte er auf seinen kurzen Atem und verbannte die Erinnerung an Andrea Martin. Stille tat ihm nicht gut, stellte er fest und nahm sich vor, sie so weit wie möglich zu vermeiden. zu bringen. Er nickte, als stimmte er widerstrebend einem unwillkommenen anwaltlichen Rat zu, dessen bestechender Logik er nichts entgegen zu setzen wusste, streifte die Turnschuhe ab, zog die Shorts aus und stand einige Sekunden lang schweißgebadet da. Training soll erfüllt, sagte er wie ein Soldat, der sich selbst Befehle erteilt. Lass Andy Candy nicht warten. Lass sie niemals warten. Sei Wieso sie sich bereit erklärt hatte, ihm zu helfen, war ihm immer noch ein Rätsel. Doch da sie augenblicklich der einzige Fixpunkt in seinem Leben war, hatte er begriffen, dass er sich am Riemen reißen und alles daran setzen musste, um sie bei der Stange zu halten, egal wie verrückt das ganze Unternehmen schien. Wenn er sie zum Nachdenken kommen ließ, würde ihr vielleicht bewusst heute Abend ein bisschen klarer, hoffte er. Die Chancen, dass sie nach den anstehenden Terminen nicht schlauer wären als zuvor, standen eins zu eins. Ich muss mir Klarheit verschaffen, schnauzte er im selben Feldwebelton, um alle Bedenken im Keim zu ersticken. Moth fühlte sich wie ein Soldat in der Kaserne, der fieberhaft auf den Einsatz wartet. Er strafte die Schultern und marschierte ins Zischte mit ihrem kleinen Wagen um die Ecke, hinter der Moths Wohnblock lag. Er stand schon vor der Haustür und winkte ihr zu. Konnte es etwas harmloseres geben, als eine junge Frau, die ihren Freund abholt, um mit ihm an den Strand oder auf einen Einkaufsbummel zu gehen? Während sie langsam an die Bordsteinkante fuhr, kämpfte sie mit sich. Sollte sie Moth ehrlich sagen, was sie am Vorabend in der Rede Mar One getan hatte? Sie wusste nicht, ob es richtig oder falsch, wichtig oder belanglos gewesen war. Geh schon rein, ich warte hier auf dich. Andy, das dauert eine Stunde oder auch länger. Manchmal hat jemand das Bedürfnis, sich richtig auszukotzen. Nein, nein, keine Sorge, macht mir nichts auszuwarten, ich habe ein Buch dabei, wollte ich sowieso lesen. Er hatte das Innere des Wagens gemustert und kein Buch entdeckt. Es ist im Kofferraum, hatte sie gelogen. Nichts Besonderes, so ein Kitschroman, eine Menge heißer Leidenschaft, unerwiderte Liebe und fantastische Orgasmen. Besser, wenn meine Mom mit ihrer Polteries nichts sieht. Er lächelte. Immer noch Angst um deine reine Seele, witzelte er. Der Zug ist abgefahren, hatte sie mit einem trockenen Lachen erwidert. Es war das erste Mal seit ihrem Wiedersehen, dass sie in ihre alten, harmlosen Frotzeleien verfielen. Also gut, dann gehe ich mal besser rein. Bis dann, sagte er. Und das macht dir auch wirklich nichts auszuwarten? Ich finde sicher eine Mitfahrgelegenheit, wenn ich mich nachher da drinnen umhöre. Bis dann, egal wann, bekräftigte sie ihren reinbeugte, bevor er die Tür zuklappte und dann den Parkplatz überquerte, blieb sie hinter dem Lenkrad sitzen. Sie sah, wie er sich zwei älteren Leuten anschloss, einem Mann und einer Frau und mit ihnen die Kirche betat. Sie zählte bis drei, dann noch einmal bis fünf. Dann stieg sie aus. Durch die Kronen der Flammenbäume, die am Eingang zur Kirche Spalier standen, senkte sich die schwülwarme Nacht und ihr brach augenblicklich der Schweiß aus. Sie legte den Kopf in den Nacken. Die prächtigen Bäume blühten leuchtend rot. Das hier war Florida und die üppige Natur hatte mehr zu bieten als Palmwedel und gewundene Mangroven. Sie liebte die riesigen Banyan Bäume, die Tamarinden und Weißgummibäume, die sich mit ihren Wurzeln in die Korallen krallten, auf denen Miami errichtet war und das Wasser aus dem porösen Urgestein sogen. Die Bäume lebten, so schien es eine halbe Ewigkeit. Was man in Miami in den Boden pflanzte, wuchs praktisch schon selbst. Sonne, Regen, Wärme, ein tropisches Paradies, das einen Steinwurf hinter der Steinwüste von Hotelanlagen begann. Manchmal kam es ihr so vor, als könne dieser unersättliche Dschungel in einem einzigen unachtsamen Moment die ganze künstliche Welt aus Asphalt und Beton mitsamt ihren Einwohnern verschlingen, sich einverleiben und wieder ausspeilen. Geräuschlos trat sie ans Hauptportal, zog behutsam die Tür auf und schlüpfte in die Kirche. Wohltuend kühle Luft und Stille hüllten sie ein. Andy Candy folgte keinem Plan, sondern dem diffusen Drang, mit ihren eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören und zu begreifen, womit diese Leute zu kämpfen hatten. Auch wenn sie wusste, dass ihre Vorsicht übertrieben war, ging sie auf Zehenspitzen. Selbst wenn sie geradewegs in das Treffen hereinplatzte, würde man sie freundlich willkommen heißen. Alle außer Moth. Alle würden wissen, was sie herführte. Außer Moth. Sie kamen sich wie ein Spanner vor, der sich an das erleuchtete Fenster eines Wohnhauses anschleicht. Oder ein Einbrecher. Nein, ein Spion. Sie suchte nach Informationen. Der Moth, den sie einmal vorbehaltlos geliebt hatte, hatte sich verändert. Sie wollte wissen, wie. Das Kirchenschiff lag verwaist im Dämmerlicht, als hätte Jesus seinen freien Tag. Unter den Augen der Märtyrer, die in Buntglas erstarrt im letzten matten Abendlicht schimmerten, zwischen goldenen Kozifixen und grauen Marmor Statuen hindurch schritt sie die Reihen der Bänke ab. Kirchen waren Andy ein Gräuel. Ihre Mutter, die zuweilen für einen Organisten einsprang und ihr toter Vater hatten sie, soweit sie zurückdenken konnte, zum Gottesdienst gezerrt, bis sie sich in Moth verliebte und sich von einem Tag auf den anderen weigerte mitzugehen. Sie blieb stehen und blickte zu einem der Heiligen in den Bleiglas Fenstern empor, Georg der Drachentöter. Inzwischen wäre ich hier ohnehin nicht mehr erwünscht, denn Mörder haben in der Kirche nichts zu suchen. Bei dem Gedanken bekam sie einen trockenen Mund. Sie senkte den Blick und mied den Anblick der Heiligen, bis sie irgendwo am Ende eines Seitenschiffs gedämpfte Stimmen hörte. Sie fürchtete, sich mit ihren tollpatschigen lauten Schritten zu verraten, obwohl das Gegenteil der Fall war. Andy Candy war sportlich und geschmeidig. Moth hatte sie einmal meine Ninja genannt, weil sie sich zu ihren Verabredungen nach Mitternacht von ihren Eltern und sogar von den Hunden unbemerkt aus dem Haus schleichen konnte. Bei der Erinnerung huschte ihr ein Lächeln um die Lippen. Sie schlich sich in den Vorraum und sah an der gegenüberliegenden Wand eine breite, offene Flügeltür zu einem größeren Raum. Die Wände waren holzgetäfelt, die Decke niedrig. Sie erhaschte einen Blick auf Ledersessel und Polstersofas, die in einem lockeren Kreis zusammen standen und als unsichtbarer Lausche an der Wand hörte sie, wie die Runde bei den letzten Worten eines Sprechers klatschte. Sie regte den Hals und zuckte, als sie um die Ecke spähte, Hi Timothy, antworteten die anderen wie aus einem Munde entsprechend dem eingespielten Ritual, obwohl sie sich alle kannten. Ich bin jetzt seit fünfzehn Tagen nüchtern. Wieder Applaus und ein paar Ermunterungen. Gut gemacht, weiter so. Die Richtung stimmt. Wie viele von euch wissen, hat mich mein Onkel Ed das erste Mal mit hierher genommen. Er hat mir gezeigt, wo das Problem liegt und wie ich da rauskommen kann. Selbst aus der Ferne kam es Andy Candy vor, als schlüge ihm massives Schweigen entgegen, so als hätte die Runde auf ein verabredetes Zeichen hin den Atem angehalten. Und ihr wisst, dass Onkel Ed tot ist. Ihr wisst auch, dass die Polizei an Selbstmord glaubt. Mord verstummte. Andy Candy beugte sich unwillkürlich nach vorne, um kein einziges Wort zu verpassen. Ich bin anderer Meinung. Ihr alle hier, jeder im Raum, ihr habt meinen Onkel Ed gekannt. Er hat hier hundertmal vor euch gestanden und erzählt, wie er mit seiner Trunksucht fertig geworden ist. Glaubt auch nur einer von euch, dass er sich sein Leben genommen hat. Keine Reaktion. Noch einmal, ich möchte eure ehrliche Meinung hören. Hält es jemand von euch für möglich, dass er sich umgebracht hat. Schweigen. Dann brauche ich eure Hilfe. Mehr als je zuvor. Zum ersten Mal hörte Andy Candy wie Moss Stimme vor Erregung zitterte. Ich muss trocken bleiben. Ich muss den Mann finden, der meinen Onkel ermordet hat. Diese letzten Worte kamen in einem Ton heraus, als hätte er sie wie ein Gummiband zum Zerreißen gespannt und anschließend fest verknotet. Bitte helft mir. Was hätte sie darum gegeben, die Stille, die ihr aus dem Raum entgegenschlug zu sehen, den Leuten da drinnen die Bestürzung, Ratlosigkeit oder Entschlossenheit vom Gesicht abzulesen. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bis Moth erneut das Wort ergriff. Mein Name ist Timothy und ich bin seit fünfzehn Tagen nöchtern. Als die Ersten in der Runde klatschten, zog sie sich auf dem schnellsten Weg zurück. Wie hast du die Nacht herumgebracht? fragte Andy Candy. Geht so. Ich schlafe nicht gerade wie ein Säugling, aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Und du? Auch nicht so besonders. Moth lag schon die Frage auf den Lippen wieso, doch er biss sich auf die Zunge. Er hatte viele Fragen, zum Beispiel, warum Andy Candy bei ihrer Mutter wohnte, statt ihren Bachelor zu machen. Vielleicht war es der letzte Rest an Vernunft, der Moth Reed nicht, in seine ehemalige Freundin zu dringen, um ihr Geheimnis zu erfahren. Früher oder später würde sie es ihm wahrscheinlich von sich aus sagen, oder auch nicht. Für den Augenblick mahnte er sich zur Besonnenheit. Sei froh, dass sie dir hilft, aber zieh keine voreiligen Schlüsse daraus. Auf dem Beifahrersitz wechselte er ein wenig nervös die Stellung. Er hatte sich ordentlich angezogen, kakifarbene Hose, schwarz-rot gestreiftes Freizeithemd. Und er hatte einen Studentenrucksack auf dem Schoß, Notizbücher, Diktiergerät, einen Ordner mit den Ergebnissen der Spurensuche. Also, wo soll's als erstes hingehen? Zu Eds Praxis. Due Diligence, die Sorgfalt des Historikers. Mit einem ironischen Grinsen fügte er hinzu, wir können es nicht lassen, hundertmal dasselbe durchzugehen. Wandeln wir also als erstes nochmal auf den Spuren der Cops. Dann... Er sprach den Satz nicht zu Ende. Dann war dann. Nicht nötig, sich jetzt schon damit zu konfrontieren. Ein zweites Gespräch. Jeremy Hogan wusste, dass es einen zweiten Anruf geben würde. Die Einschätzung beruhte weniger auf Erkenntnissen der Psychologie als einem Instinkt, den er entwickelt und verfeinert hatte, indem er sich in seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Verbrechen für das Warum interessiert hatte, statt sich wie die Polizei mit dem Wer, was, wo und wann herumzuschlagen. Falls dieser Mörder von mir besessen ist, gibt er sich höchst wahrscheinlich nicht mit einem einzigen Anruf zufrieden. Es sei denn, er hat alles schon bis ins Letzte geplant und mein letztes Stündchen steht kurz bevor. Er zermartete sich das Hirn und ließ die Mörder unterschiedlichster Couleur vor seinem inneren Auge Revue passieren. Es war eine Galerie aus Narben und Tattoos. Jede Ethnie war vertreten, neben weißen schwarzen Hispanos und Asiaten sogar ein Samoaner, von blassen Jünglingen mit hochgezogenen Schultern die Stimmen hörten, bis hin zu grauhaarigen Veteranen, die so kaltblütig zu Werke gingen, dass der Begriff erbarmungslos eine Untertreibung war. Ihm kamen Männer in den Sinn, die sich unter Heulkrämpfen wanden, wenn sie ihm gestanden, wieso sie getötet hatten, andere dagegen, die lauthals lachten, als wäre der Tod ein Witz. Er erinnerte sich an so emotionslos geschilderte Tathergänge, als ginge es um das Wegwerfen von Müll auf dem Gehsteig oder das Überqueren einer Kreuzung bei Rot. Er sah es wieder vor sich, das grelle Licht, die im Zementboden verbolzten grauen Stahlmöbel, die mehrfach verriegelte Tür. Er sah Männer, die beim Gedanken an die Manche hatten ihn mit dem unverhohlenen Wunsch angestarrt, ihn bei der Gurgel zu packen und zuzudrücken, während andere eine tröstliche Umarmung brauchten, ein Schulterklopfen oder ein freundliches Wort. Wie Gespenster zogen die Gesichter an ihm vorüber, doch die meisten waren unwiederbringlich verblasst. Sie waren nicht wichtig. Wichtig war, was ich über sie gesagt oder geschrieben habe. Wie ein Asthmatiker rügte er sich. Sobald du dein Gutachten fertig und deinen Bericht abgeliefert hattest, hast du sie aus dem Gedächtnis gestrichen. Es ist falsch gewesen, das zu tun. Einer von ihnen kommt zurück. Und diesmal ohne Handschellen, ohne Zwangsjacke, ohne eine Injektion Lorazepalm oder Haroperidol, um seine Psychose einzudämmen. Diesmal steht auch kein Muskelpaket von Werther mit Schlagstock Delinquenten und im ganzen Haus gibt es keinen roten Alarmknopf unter der Tischplatte, der dich vor dem Schlimmsten bewahrt. Folglich gibt es zwei Möglichkeiten. Er hat alle Vorkehrungen getroffen, um dich zur Strecke zu bringen, und zwar recht bald, denn dieser erste Anruf war der Auslöseimpuls, den er braucht, um die Sache zu Ende zu bringen, oder aber er hat das Bedürfnis, dich zappeln zu lassen will deine Verunsicherung, deine Angst auskosten, die Macht, die er über dich hat, in vollen Zügen genießen, um dich erst zu töten, wenn er mit seinem Katz-und-Maus-Spiel den letzten Tropfen Angstschweiß aus dir herausgequetscht hat. Er wird alles tun, um deinen Tod als einen bedeutungsvollen Akt zu überhöhen. Für diese Messerscharfe, wenn auch naheliegende Analyse hatte er mehrere Tage gebraucht, doch nachdem sich die Angst fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er begriff in Sekundenschnelle, dass in diesem Fall nur eine der beiden Möglichkeiten in Frage kam. Du kannst nicht weglaufen, du kannst dich nicht verstecken, es sind alberne Klischees, du hast keine Ahnung, wie man sich in Luft auflöst, um einem Mörder zu entkommen, das ist der Stoff, aus dem reißerische Krimis gemacht sind, aber du kannst auch nicht da sitzen und warten, das war noch nie deine Stärke. Dann hilf ihm, deine Ermordung zu genießen, zieh es in die Länge und versuch ihn dabei aus der Reserve zu locken. Das ist deine einzige Chance. Natürlich hatte er sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie er die erkaufte Zeit am besten nutzen konnte. Ein paar Schritte war er jedoch in seinen Überlegungen weitergekommen, bescheidene Schritte, von denen er keineswegs sagen konnte, ob und wie weit sie ihn für den zweiten Anruf wappneten. Immerhin gaben sie ihm das Gefühl, etwas zu tun, statt schicksalsergeben herumzusitzen, während ein anderer seinen Tod plante. Er fuhr los und besorgte sich in einem nahegelegenen Elektronikgeschäft eine Vorrichtung für sein Telefon, mit der er Gespräche mitschneiden konnte. Von einer zweiten Einkaufsfahrt brachte er mehrere linierte Notizblöcke mit, sowie eine Schachtel Bleistifte, Härtegrad zwei. Er würde die Anrufe aufnehmen, er würde sich Notizen machen. Bei dem Aufnahmegerät handelte es sich um beide Stimmen abfing. Diese Variante hatte einen einfachen Vorzug. Im Unterschied zu rechtmäßigen Mitschnitten verrät sich das Ding nicht durch den sattsam bekannten Piep. Ob ihm eine Aufnahme weiterhelfen würde, konnte er nicht sagen. In Anbetracht der Tatsache, dass er über keine anderen Mittel zu seinem Schutz verfügte, erschien es ihm einfach naheliegend. Vielleicht wird er leichtsinnig, sonst spricht eine unverholene direkte Morddrohung aus und Er unterstellte dem Mörder, dass er zu klug war, um einen solchen Fehler zu begehen. Und selbst wenn, was kann die Polizei schon tun? Einen Streifenwagen vor dem Haus postieren? Und für wie lange? Dazu raten, eine Waffe und einen Pitbull anzuschaffen? Worauf er sich verlassen konnte, war seine Fähigkeit, einer Zielperson möglichst viele Informationen zu entlocken. Diese Gabe war ihm in die Wiege gelegt. Andererseits hielt er sich vor Augen, dass seine früheren Befragungen immer nach dem Verbrechen und der Verhaftung des Tatverdächtigen stattgefunden hatten. Begangene Straftaten verstand er. Doch hier ging es um einen Mord im Planungsstadium. Irgendwelche Vorhersagen? Unmöglich. Und wenn schon. Als er an dem kleinen Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer im ersten Stock saß und sich für den unausweichlichen zweiten Anruf eine Reihe weniger ausgeliefert zu fühlen und verschaffte ihm zumindest die Illusion, ein wenig Kontrolle zurückzugewinnen. Es war ein mühsames, zeitraubendes Geschäft, angefangen mit einem mehr als rudimentären Psychogramm. Ein paar Fragen sollten klären, ob der Anrufer zeit-, orts- und situationsorientiert war, um Schizophrenie oder mörderische Befehlshalluzinationen auszuschließen. Zwar wusste er schon, dass die Antwort Nein lautete, doch der Wissenschaftler in ihm verlangte nach dem Ausschlussverfahren. Versuche, so viele Geisteskrankheiten wie möglich abzuhaken. Was seine Vorbereitungen vor allem in die Länge zog, war die Erkenntnis, dass er damit psychologisches Neuland betrat. Die Methoden der Gefahreneinschätzung gehörten zum Arsenal der sozialen Dienste, die beispielsweise bedrohten Ehefrauen damit helfen wollten, sich besser vor ihren gewalttätigen Männern zu schützen. Entscheidend ist dabei der situative Kontext. Doch im vorliegenden Fall kenne ich nur die eine Hälfte der Gleichung. Meine. Worüber ich etwas in Erfahrung bringen muss, ist seine. Jeremy Hogan saß im schummrigen letzten Abendlicht an seinem Schreibtisch, auf dem sich Papiere, akademische Studien, Fachzeitschriften und Lehrbücher häuften, die er seit Jahren nicht aufgeschlagen hatte, dazu eine Reihe Computerausdrucke mehrerer Websites, die sich mit dem Thema der Risikoeinschätzung befassten. Inzwischen war es Nacht. Eine Schreibtischlampe und sein Computerbildschirm waren die einzigen Lichtquellen im Raum. Er warf einen Blick aus dem Fenster und starrte in die tintenschwarze Abgeschiedenheit. Er erinnerte sich nicht, ob er in der Küche oder im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hatte, bevor er nach oben ging. Ich bin ein alter Mann geworden, dachte er. Der zähe, graue Nebel des Älterwerdens weicht dem nächtlichen Dunkel. Ein weitaus poetischeres Bild, als es seinem nüchternen Temperament entsprach. wieder seine Nachforschungen zu. Auf einem seiner linierten Blöcke notierte er Erscheinungsbild, Einstellung, Verhalten, Gemütszustand, Sprachduktus, Denkweise, Denkinhalte, Wahrnehmung, Kognition, Einsicht, Urteilsvermögen. Unter normalen Umständen würde er versuchen, sich der Persönlichkeit eines Delinquenten mithilfe dieses Rasters anzunähern, bevor er ein Profil erstellte. Das Profil eines Angeklagten korrigierte er sich. In diesem Fall bin allerdings ich der jenige, der unter Anklage steht. Und so strich er die meisten seiner Kriterien aus seiner Liste. Das Erscheinungsbild konnte er nicht am Telefon bestimmen. Dazu musste er den Anrufer leibhaftig vor sich sehen. Folglich beschränkten sich die Möglichkeiten seiner Analyse auf die wenigen Merkmale, die er dem Sprachduktus, der Wortwahl und der Art und Weise entnehmen konnte, wie der Anrufer seine Botschaft übermittelte. Die Sprache ist das Schlüsselelement, jedes Wort muss dir etwas sagen. Und danach seziere seine Art zu denken. Wie ist der Entschluss, mich umzubringen, entstanden? Woher rührt die Antriebskraft und wie rechtfertigt er meine Ermordung? Achte auf die deutet? Wann lacht er? Wann senkt er die Stimme? Wann redet er schneller? Er stellte sich seine Vorgehensweise wie ein Dreieck vor. Wenn Sprechweise und Denken zwei Seiten bildeten, worin bestand dann die dritte Seite? Wenn er darauf eine Antwort fand, hatte er eine Chance. Wenn du erst einmal weißt, was er ist, besteht die Chance heraus zu bekommen, wer er ist. Das Sieh verdammt noch mal zu, dass du gewinnst. Er wippte auf seinem Schreibtischstuhl, spielte mit dem Bleistift, während er auf seine Notizen starrte, schärfte sich ein, den Wissenschaftler wie den Künstler in ihm zum Zuge kommen zu lassen und stellte fest, dass er bei Lichter betrachtet nicht wirklich verängstigt war. Es war eine Herausforderung und er war bereit, sich ihr zu stellen. Unwillkürlich verzog er das Gesicht zu einem Schmunzeln. Na schön, du hast den ersten Zug gemacht, Mr. Wer ist schuld? Ein kurzer, rätselhafter Anruf und wie ein dämlicher Anfänger habe ich panisch reagiert. Weißer Bauer auf E4, die spanische Partie. Wahrscheinlich die stärkste Spieleröffnung, die es gibt. Aber ich bin auch nicht schlecht. Gegenzug mit Schwarzer Bauer auf C5, Sizilianische Verteidigung. Und ich schiebe keine Panik mehr, selbst wenn es dir mit meinem Tod blutiger Ernst ist. Als das Telefon tatsächlich klingelte, riss es ihn aus den Nebelschwaden zwischen Tiefschlaf und unruhigen Träumen und er brauchte ein paar Sekunden, um aus der verschwommenen Unterwelt in die Realität aufzutauchen. Das beharrliche Klingeln in der nächtlichen Stille passte besser zu einem Albtraum als zum Wachzustand. Während er die Beine über die Bettkante schwang, holte Jeremy mehrmals Tiefluft. Er fröstelte, was nicht an der Raumtemperatur liegen konnte. Reiß dich zusammen, schrie er sich innerlich an. Lächter gesagt als getan, räumte er ein, aber überlebens notwendig. Mit einer Hand griff er zum Telefon, mit der anderen drückte er die Aufnahmetaste. Auf dem Display stand unbekannte Nummer. Er warf einen Blick auf die Nachttischuhr, kurz nach fünf. Clever, dachte er. Natürlich hat sich der Kerl stundenlang mental auf den Anruf vorbereitet, während er mich aus dem Bett holt und überrumpelt. Noch ein tiefer Atemzug. Gib dich schlaftrunken, noch nicht ganz da, aber sei hellwach und geistesgegenwärtig. Er räusperte sich ein paar Mal, bevor er etwas sagte und redete mit schwerer Zunge. Er wollte gebrechlich und unsicher klingen, zittrig vor Angst. Doch seine Wortwahl sollte sich nicht von der unterscheiden, mit der er sich in früheren Jahren als Arzt gemeldet hatte, wenn er wegen eines Notfalls einen nächtlichen Anruf bekam. Ja, Dr. Hogan aber parat. Mir spricht er bitte. Kurzes Schweigen. Wer ist schuld, Doktor? Jeremy bekam eine Gänsehaut. Er brauchte ein paar Sekunden, bis er sich gefasst hatte. Ich weiß, dass Sie glauben, ich sei schuld, woran auch immer. Am besten lege ich einfach auf. Wer sind Sie, ja? Verächtliches Schnauben, als sei die Frage eine Beleidigung. Sie wissen doch bereits, wer ich bin. Beantwortet das Ihre Frage? Nein, Offen gesagt nicht. Ich verstehe nicht, was das Ganze soll. Ich verstehe rein gar nichts. Mir ist absolut schleierhaft, wieso Sie mich umbringen wollen. Seit wann? Der andere fiel ihm ins Wort. Ich denke schon seit Jahren an Sie, Doktor. Seit etlichen Jahren, fuhr ihm der Anrufer dazwischen. Und wie viele Jahre wären das, bitteschön? Verdammt, für die plumpe Frage hätte er sich ohrfeigen können. Frag ihn doch gleich, wie er heißt und wo er wohnt. Sprechen Sie Ihren Namen und Ihre Nummer deutlich auf Band. rufe so schnell wie möglich zurück. Zugleich hurchte er angestrengt auf die Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie klang schroff, wie aus einer beängstigenden Erinnerung herausgeschnitten und mit einem stumpfen, rostigen Messer angespitzt. Wahrscheinlich hatte der Bursche eine stimmverzerrende Vorrichtung installiert. Akzent, Satzmelodie und Tonfall können wir damit streichen. Wenn ich für ein Unrecht sterben soll, das ich mutmaßlich begangen habe, er wechselte in einen Tonfall zwischen Empörung und Dozieren und sog begierig jede Antwort auf seine Fragen auf. Mutmaßlich ein großes Wort gelassen ausgesprochen, klingt nach Anwalt Sergon. Jeremy setzte den Stift auf den Notizblock. gebildet, doppelt unterstrichen. Und eine zweite Bemerkung. Keine Knasterfahrung, nicht auf der Straße aufgewachsen. Er ging aufs Ganze. Demnach sind Sie entweder ein ehemaliger Student oder ein ehemaliger Patient von mir. Was habe ich Ihnen getan? Habe ich Sie durchfallen lassen? Oder ist es ein Gerichtsgut achten und Sie geben mir die Schuld dafür, dass Sie in die geschlossene eingewiesen wurden? Komm schon, sag etwas, das mir weiterhilft. Der Anrufer dachte nicht daran. Ist das Ihr Ernst, Doktor? Außer diesen beiden Personenkreisen fällt Ihnen niemand ein, der einen Groll gegen Sie häken könnte? Der Anrufer lachte. Offenbar sind Sie davon überzeugt, ein vorbildliches Leben geführt zu haben. Ein Leben ohne Makel, Ritter ohne Fehl und Tadel. Der Anrufer ließ ihm keine Zeit, etwas zu erwidern, sondern fügte im selben Atemzug hinzu. Da bin ich anderer Meinung. Wieso ich, platzte Jeremy heraus? Und wieso bin ich der Letzte auf irgendeiner Liste? Weil sie nur eine von mehreren Größen in der Gleichung sind, die mein Leben zerstört hat. Sie klingen gar nicht wie jemand, dessen Leben zerstört ist. Weil ich es wieder instand gesetzt habe. Immer einen Tod nach dem anderen. Der Tote in Miami soll Selbstmord begangen haben. Mutmaßlich. Aber ihren Andeutungen nach irrt die Polizei. Ein klares Ja. Also Mord. Messerscharf geschlossen. Und wenn ich ihnen nicht glaube? Sie klingen paranoid. Sie fantasieren sich das alles zusammen. Vielleicht bilden sie sich nur ein. Sie hätten etwas mit diesem Todesfall zu tun. Ich denke, ich lege dann mal auf. Wie sie wollen, Doktor. Nicht besonders klug für jemanden, der sein Leben lang Informationen gesammelt hat. Aber egal, wenn sie meinen, dass sie sich dann besser fühlen. Jeremy legte nicht auf. Er fühlte sich ausmanövriert. Sein Blick fiel auf seine Liste psychologischer Persönlichkeitskriterien. Für die Katz stellte er fest. Und meine Ermordung? Der krönende Abschluss, wenn ich sie recht verstehe? Das haben sie gesagt. Nicht paranoid, notierte Jeremy. Ein Psychopath? Und er dachte, anders als sämtliche Soziopathen, mit denen ich je zu tun gehabt habe. Das heißt, soweit ich mich entsinne. Ich habe die Polizei gerufen. Die haben das ganze Haus Doktor. Wieso lügen sie mich an? Und wenn sie schon lügen, wieso lassen sie sich nichts besseres einfallen? Die Polizei ist hier und hört diesen Anruf mit. Sie verfolgen ihn zurück. In wenigen Sekunden sind sie umstellt. Die bessere Version. Geben sie es zu. Jeremy kam sich wie ein Idiot vor. Wie kann er das Wissen beobachtet er mich? Die kalte Angst traf ihn wie ein Stromschlag. Er fuhr herum, als fürchtete er der Anrufer stünde in seinem Rücken. Der ungerührte ironische Ton des Mannes brachte ihn zur Vernunft und er konzentrierte sich wieder auf das Gespräch. Vielleicht sollten sie tatsächlich die Polizei einschalten. Zu ihrer Sicherheit. Natürlich reine Illusion, aber wenn sie nur fest daran glauben, gibt es ihnen vielleicht ein gutes Gefühl. Was meinen sie, wie lange hält das Gefühl wohl vor? Sie sind geduldig. Wer es damit eilig hat, seine Schulden einzutreiben, lässt sich mit weniger abspeisen, als ihm zusteht, nicht wahr, Doktor? Keine Angst vor der Obrigkeit, notierte Jeremy. Dem sollte er weiter nachgehen, sagte ihm seine Intuition. Was die Polizei betrifft, wenn die sie nun schnappen, erneut höhnisches Lachen. Wohl kaum, Doktor. Sie unterschätzen mich. Das ist nicht ratsam. Nach kurzem Zögern notierte Jeremy eingebildet. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen und dachte angestrengt nach. Dann beschloss er, noch einen kühnen Vorstoß zu wagen, diesmal seinerseits mit spöttischem Unterton. Also, Mister, wer ist schuld? Machen wir's kurz. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Schweigen. Der Name gefällt mir. Klingt gut und passt zu mir. Wie lange? Ein paar Tage? Wochen? Monate? Warte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Und gilt das nicht für uns alle? Dann ein kurzes Zögern, dasselbe trockene Lachen wie zuvor. Wer weiß, Doktor? Vielleicht schleiche ich ja in diesem Augenblick irgendwo draußen um Ihr Haus herum. Im Fahrstuhl zum zehnten Stock spielte Berieselungsmusik, die Moth und Andy Candy angesichts der bevorstehenden schwierigen Begegnung auf die Nerven ging. Es war eine weichgespülte Orchesterversion von einem uralten Rockhit und für einen Moment summten sie beide mit, ohne dass ihnen der Titel wieder einfiel. Beatles? fragte Andy Candy in das anhaltende Schweigen zwischen ihnen. Sie fühlte sich zum Zerreißen angespannt und es beschließ sie der Gedanke, sie sei kurz davor, sich von Moths Obsession anstecken zu lassen. Wenn sie ihn verstohlen von der Seite beobachtete, machte er ein Gesicht wie ein Bergsteiger, dessen Seil nur noch mit einem einzigen Haken in der Felswand verankert ist, während er hoch über dem Abgrund baumelt, der auf die Gefahr hin, mit jeder Bewegung die letzten Fasern des ausgefransten Seils zu zerreißen, versucht, sich daran bis zum rettenden Klippenrand hochzuziehen. Sie schloss die Augen und spürte, wie der Wind sie vor sich her trieb, ohne zu wissen, in welche Richtung und ob er sich nicht jeden Moment drehen würde. Ja, nein, aber ziemlich heiß und ziemlich lange vor unserer Zeit, antwortete er. Springfield Jimi Hendrix, die Musik, die meine Mom und mein Dad früher gehört haben. Manchmal haben sie dazu in der Küche getanzt. Sie brachte den Satz nicht zu Ende, die Worte, die ihr auf der Zunge brannten und jetzt ist er tot und sie muss allein tanzen, sprach sie nicht aus. Stattdessen fügte sie hinzu und jetzt ist es nur noch Fahrstuber Rieselung. Die Musik lenkte Moth ab. Er wusste nicht, wie er reagieren würde, wenn er den langjährigen Geliebten seines Onkels wieder sähe. Das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben, war erdrückend und die Begegnung mit Eds Partner würde es noch schlimmer machen. Andererseits fiel ihm niemand Besseres ein, um mit seiner Suche zu beginnen. Als sie ihr Stockwerk erreichten, hielt der Lift mit einem leisen Zischen an. Da wären wir, sagte Chancen ausrechnete, auch nur den kleinsten Anhaltspunkt zu finden. Andy hatte recht, wenn sie sagte, sie müssten dort suchen, wo die Polizei keinen Fuß hingesetzt hatte. Wo sie noch nichts zertrampelt hatte, korrigierte er sich. Aller Wahrscheinlichkeit nach doch, die Beatles, sagte Andy Candy, als sie in den Flur traten. Es klang fast barsch, obwohl sie keinen handfesten Grund hatte, sauer zu sein. Lady Madonna, nur von diesen schnulzigen Streichern und Oboen völlig versaut. Die Tür zur Wohnung seines Onkels flog auf, bevor sie anklopfen konnten. Sie blickten in das lächelnde Gesicht eines zart gebauten Mannes mit hellbraunem Haar und grauen Schläfen. Doch es war kein freudiges Begrüßungs Lächeln, sondern nur eine freundliche Miene, die den erwiderte der Mann. Schön, dich wiederzusehen. Du warst nicht auf der... Er sprach nicht weiter. Das ist Andrea, warf Moth hastig ein. Teddy streckte ihr die Hand entgegen. Die berühmte Andy Candy, sagte er. Moth hat von dir erzählt. Nicht viel, aber genug. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her und wie ich sehe, sind sie noch viel hübscher, als er uns zu erraten hat. Moth, du solltest dich um mehr Anschaulichkeit bemühen. Mit einer angedeuteten Verbeugung schüttelte er Andy Candy die Hand. Kommt rein, bat er sie. Entschuldigt das Chaos. Beim Betreten der Wohnung schlug ihnen so grelles Licht entgegen, dass es in den Augen weht tat. Die Wohnung bot einen spektakulären Blick über die Biscayne Bay. In der Bucht blasse Blau des Ozeans ging am Horizont nahtlos in den Himmel über. Auf der einen Seite grenzte Miami Beach mit seinen Wolkenkratzern ans Wasser, auf der anderen führte der Fahrdamm nach Key Biscayne hinüber. Quer über die Bucht bildeten sich im Kielwasser der Angler und Vergnügungsboote weiße Streifen aus Gischt, die sich im sanften Wellengang verloren. Das helle Licht fiel durch die Decken hohen Glasschiebetüren zum Balkon ein, Teddy sah, wie Moth die Hand über die Augen legte. Ja, hat uns am Anfang wahnsinnig gemacht. Da willst du unbedingt diese Aussicht, aber auf die Morgensonnen, die dir jeden Tag schräg ins Zimmer einfällt, kannst du gerne verzichten. Dein Onkel hat alle möglichen Jalousien ausprobiert, also die Innendekorateure haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Mir war es leid, ständig die Sofas neu zu beziehen, weil du zusehen konntest, wie sie verblichen. Und dann hatte er diese schöne Lithographie von Karel Apfel da an der Wand. In der Sonne war sie hin. Schon seltsam, oder? Das, was uns nach Miami lockt, macht einem, wenn man erst einmal da ist, jede Menge Scher rein. Wenigstens brauchte er sich nicht von einem Dermatologen regelmäßig den Hautkrebs von Gesicht und Arm schaben zu lassen, obwohl er jahrelang jeden Morgen vor der Arbeit auf dem Balkon Kaffee getrunken hat. Moth ließ den Blick über die offenen Umzugskartons mit abgehängten Gemälden, Küchenutensilien und Büchern schweifen. Genauer gesagt, haben wir morgens immer auf dem Balkon Kaffee getrunken. Ich leide wie ein Hund. Zu viele Erinnerungen. Onkel Ed fing Moth zaghaft an, doch Teddy fiel ihm ins Wort. Du glaubst nicht, dass er sich das Leben genommen hat. Das will mir auch nicht in den Schädel. Mein Gott, wir waren glücklich, besonders in den letzten Jahren. Seine Praxis lief fantastisch. Ich meine, er war von seinen Patienten fasziniert und er konnte ihnen helfen. Mehr hat er sich nie gewünscht. für einen Psychologen alles andere als selbstverständlich ist, kann ich dir sagen. Seit er sich geoutet hatte, war ihm ein Stein so groß wie ein Felsbrocken vom Herzen gefallen. Wir kannten beide jede Menge Leute, die es nicht geschafft hatten, Familie, Freunde, ihre Arbeit, mit dem, was sie sind, in Deckung zu bringen. Das sind die Jungs, die sich zu Todes saufen, die so viele Jahre lang, oder die sich mit Drogen zudröhnen oder sich gleich erschießen. Alles Leute, die irgendwann unter ihrer Lebenslüge kaputt gehen. Ed war mit sich im Reinen. Hat er mir selbst gesagt, als er sprach nicht weiter. Ach, als, 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 was für ein mieses, beschissenes Wort, Moth. Teddy schwieg einen Moment, bevor er fortfuhr. Andererseits hatte Ed immer so etwas Geheimnisumwittertes an sich, etwas Unergründliches, etwas, das in ihm ein Eigenleben besaß, fast wie ein unabhängiger Organismus, auf den sein Herz und sein Verstand keinen Zugriff hatten. Das habe ich immer an ihm gelebt. Und vielleicht war er deshalb in seinem Beruf so gut. Etwas Geheimnisvolles hakte Moth nach. Er kommt bei uns häufiger vor. Wenn du so lange unglücklich bist, Dinge verheimlichst, die ans Licht gehören, gib einem vermutlich eine gewisse Tiefe, eine Menge Selbstgeißelung. Manchmal artet es in Folter aus. Teddy schien in Gedanken versunken. Aus meiner Sicht hat uns das umso stärker zusammengeschweißt, nachdem es uns erst einmal beide in den Alkohol getrieben hatte. Dieses Versteckspiel. Nicht der Mensch zu sein, der man ist. Als wir uns dann kennenlernten, sind wir beide nüchtern geworden und authentisch. So viel kannte jeder Hobbypsychologe sagen. Wieder trat Schweigen ein. Bei dir lagen die Probleme ein bisschen anders, Moth, nicht wahr? Ohne es zu merken, reckte sich Andy Candy, gespannt auf die Antwort, vor. Ja, sagte Moth. Ich hab zur Flasche gegriffen, wenn ich wütend war, wenn ich traurig war, wenn etwas gut gelaufen war, hab ich mich mit der Flasche belohnt, oder ich habe versagt und mich zur Strafe betrunken. Manchmal wusste ich nicht mehr, wen ich mehr ankotzte mich selbst oder die anderen, und weil ich es so genau gar nicht wissen wollte, habe ich getrunken. Ed hat gesagt, sein Bruder hätte dich mit seinen überzogenen Erwartungen, fing Teddy an und ließ den Rest unausgesprochen. Moth schüttelte den Kopf. Beim Komasaufen ist das Problem, dass dir der fadenscheinigste Vorwand genügt. Du brauchst keine komplexe verfahrene Situation. Irgendein banales Alltagsproblem und schon hat es dich erwischt. Genau wie bei dir. Stammtisch Psychologie. Teddy strich sich eine Strähne aus der Stirn. Über zehn Jahre, sagte er an Andy Candy gewandt. Wir haben uns bei einem AA-Treffen kennengelernt. Er stand auf, erklärte, er sei seit einem Tag nüchtern und dann war ich dran und hab gesagt, bei mir sind es zwölf und anschließend sind wir zusammen Kaffee trinken gegangen. Nicht besonders romantisch, Andy, oder? Nein, klingt zumindest nicht so. Sie nickte. Aber vielleicht doch. Teddy lachte traurig. Ja, du hast recht, vielleicht war es romantisch. Als der Abend zur Neige ging, waren wir keine Trinker mehr, die sich an ihren lauwarmen Latte klammerten, sondern zwei Menschen, die so lange lachten, bis ihnen das Zwerchfell wehtat. Andy spähte zu einer Wand hinüber, an der nur noch ein einziges Foto hing, von Ed und Teddy, die einander lässig den Arm um die Schultern geschlungen hatten. Es gab noch andere Haken, doch die Fotos, die daran gehangen hatten, waren nicht mehr da. Moth wurde ein wenig unruhig und schaute zu Boden. Er hatte Angst, dass ihm die Stimme versagte, wenn er sich zu genau ansah, wie das Leben seines Onkels in Kartons verschwand. Wo soll ich suchen, Teddy? fragte er. Teddy wandte sich ab und rieb sich die Augen. Wenn ich das wüsste. Aber vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Anfangs wohl schon, aber jetzt nicht mehr. Andy war verblüfft. Du willst nicht wissen? Moth fiel ihr ins Wort. Erzähl mir etwas über Onkel Ed, was ich nicht weiß. Sein Ton klang angespannt und fordernd. Was du nicht weißt? Ein Geheimnis. Etwas, das er vor mir verborgen hat. Sag mir etwas, wonach die Cops nicht gefragt haben. Etwas, das du nicht verstehst, aber was dir merkwürdig vorkam. Exzentrisch, was weiß ich, irgendetwas, das nicht in diese geordnete, logisch nachvollziehbare Welt passt, in die sie jetzt tot, so mir nichts einordnen wollen. fing er an. Nein, korrigierte ihn Moth. Wenn es so einfach wäre, wüsste ich wenigstens die richtigen Fragen. Was ich mir erhoffe, ist ein Anstoß, in welche Richtung ich weitersuchen soll. In welche Richtung, glaubst du, würden deine Fragen gehen? Moth zögerte einen Moment, doch Andy Candy kam ihm zuvor. Richtung Reue. Teddy sah sie verständnislos an. Ich weiß nicht, was du meinst. Onkel Ed hat sich jemanden zum erbitterten Feind gemacht, erklärte Moth Andys Überlegung. Derjenige muss ihn genug hassen, um ihn umzubringen und seinen Tod als Freitod zu inszenieren, was nicht besonders schwer gewesen sein dürfte. Aber es muss jemand aus einer Lebensphase gewesen sein, von der wir alle zu wenig wissen und an die wir alle nicht gedacht haben, aus den Jahren, in denen wir in seinem Leben noch nicht vorgekommen sind. Und Ed muss gewusst haben, vielleicht erfolgreich verdrängt, was weiß ich, jedenfalls muss ihm irgendwie geschwarnt haben, dass da draußen jemand herumläuft, der ihm nach dem Leben trachtet. Teddy schwieg und Moth fügte hinzu. Und wozu in aller Welt sollte er eine Pistole in seiner Scheibt Tisch Schublade aufbewahren und sich dann mit einer anderen erschießen. Ich wusste von dieser Pistole, derjenigen, die er nicht benutzt hat. Ja? Eigentlich wollte er sie loswerden. Keine Ahnung, wieso er sie dann doch behalten hat. Vor ein paar Jahren sagte er mal, er wolle sie entsorgen. Er hat sie mitgenommen und wir haben nie wieder darüber gesprochen. Ich nahm einfach an, er hätte sie in den Müll geworfen oder verkauft oder der Polizei ausgehändigt, Kops kamen und mich danach fragten. Morth war schon bei der nächsten Frage, doch er hielt sie zurück. Teddy verzog den Mund, als ob er sich an jedem Wort, das er zu diesem Thema sagen musste, die Zunge verbrannte. Teddy war ein kleiner Mann und von einer Zartfühligkeit, dass man sich scheute, mit ihm über einen Mord zu reden. Wenn jemand einen solchen Groll auf Ed gehegt hat, musst du weiter zurück gehen, in die Jahre, bevor wir zusammen waren. Moth nickte. Ich hätte den Korps liebend gerne weitergeholfen. Nehmen Sie diesen oder jenen Kerl mal genauer unter die Lupe, finden Sie den Mann, der Ed auf dem Gewissen hat, bringen Sie mir seinen verfluchten Kopf auf einer Silberschale. Aber mir fiel beim besten Willen niemand ein. Glaubst du, fing Moth an, kam jedoch nicht zu Ende. Wir haben miteinander geredet, fuhr Teddy fort. Wir haben immer miteinander geredet, jeden Abend, zu den falschen Cocktails, die wir füreinander gemixt haben, Limettensaft und Sprudel auf Eis in einem Highball Glas mit einem Papierschirmchen dekoriert. Wir haben beim Abendessen und im Bett geredet. Also habe ich mir das Hirn zermardert, um mich an irgendeinen Tag zu erinnern, an dem er bedrückt oder nervös aus der Praxis heimgekommen wäre, beziehungsweise wegen einer Bedrohung verstört. Aber da war nichts. Kein einziges Mal, wo ich zu ihm gesagt hätte, pass gut auf dich auf. Wenn er vor etwas Angst gehabt hätte, dann hätte er es mir gesagt, da bin ich mir sicher. Wir haben einander nichts verschwiegen. Ein tiefer Seufzer, lange Stille. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander, Moth. Deshalb kann ich dir auch keine nennen. Mist, platzte Moth heraus. Tut mir leid, sagte Teddy. Also bevor ihr euch kennengelernt habt, ja, hakte Andy nach. Wäre dir einzige Erklärung. Macht zehn Jahre. Wir können definitiv die zehn Jahre ausklammern, in denen ihr beide zusammen wart, ja, vergewisserte sich Andy. Teddy nickte. Ja, aber stellt euch das nicht so leicht vor, fügte er hinzu. Wenn es jemand von früher ist, dann müsst ihr etwas in Erfahrung bringen, was Ed für sich behalten hat, etwas über sein Leben im Verborgenen. Und dann müsst ihr immer weiter zurück. Moth nickte. Ich bin Historiker, das traue ich mir zu. Eine kühne Behauptung, um sich Mut zu machen. Was tut ein Historiker? Er sichtet Dokumente, Zeugnisse aus erster Hand, Berichte von Leuten, die ein Ereignis mit eigenen Augen gesehen haben. Alles Informationsquellen, die man sich in aller Ruhe vornehmen kann. Hat er Notizbücher, Briefe oder sonst irgendetwas über sein früheres Leben hinterlassen? Nein. Und seine Patientenakten hat die Polizei konfisziert. Arschlöcher, haben zwar behauptet, sie würden sie zurückgeben, aber... Mist, wiederholte Moth. Hast du sein Testament gesehen? Moth schüttelte den Kopf. Teddy lachte, nicht weil er etwas komisch fand, sondern weil ihm etwas dämmerte. Wäre eigentlich an deinem Dad gewesen, Eds älteren Bruder, dich zu unterrichten. Aber wahrscheinlich stinkt ihm das Ganze gewaltig. Streng genommen reden wir nicht miteinander. Ed hatte den Kontakt auch auf das Nötigste beschränkt. Immerhin waren sie fünfzehn Jahre auseinander. Dein Dad war ein Siegertyp, knallharter Bursche, dein alter Herr, Nahkampfsport, Nahkampfgeschäftsmann. Und Ed die Schwuchtel. Bei der Vorstellung des ungleichen Geschwisterpaars musste Teddy gegen seinen Willen kichern. Als er die Kurzbeschreibung seines Vaters hörte, dachte Moth, genau getroffen. Stolz. Ed war ein Unfall, fuhr Teddy fort. Empfängnis, Geburt und alles, was danach kam, das hat er immer gesagt. Mit Stolz. Bei dem Wort Unfall horchte Andy auf. Es sollte ihr etwas sagen. Ich hatte einen Unfall, nur dass es kein Unfall war. Es war ein grober idiotischer Fehler. Ich habe mich auf einer Party, auf der ich nichts zu suchen hatte, von einem Kerl, den ich nicht einmal kannte, vergewaltigen lassen. Aber dann habe ich es weggemacht. Sie wandte sich ab, um die Fassung wieder zu gewinnen, die sie einen Moment lang verloren hatte. Auf Moth stürmten immer mehr Fragen ein, doch er stellte nur noch eine letzte. Was hast du jetzt vor, Teddy? Das ist leicht beantwortet, Moth. Ich werde versuchen, nicht rückfällig zu werden, auch wenn die Hielt wie ein Sommelier einen wertvollen Wein. An Tabus, sagte er, übles Zeug, eine Tablette. Sollte ich mit dem Zeug im Bauch zur Flasche greifen, dann wird mir so richtig schlecht. Ich meine, es kotzt dir die Seele aus dem Leib. Hab's bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ed hat immer die Devise hochgehalten, wir schaffen das aus eigener Kraft. Wem sag ich das Moth. Aber jetzt ist Ed nicht mehr. Gott verdammt doch mal. Moth sah plötzlich seinen Onkel vor sich an seinem gewohnten Platz hinter seinem Schreibtisch. Er war noch am Leben, eine Pistole lag auf dem Tisch. Dann sah er, wie Ed nach unten griff und die Schublade mit der zweiten Waffe öffnete. Absoluter Blödsinn. Er wollte es gerade sagen, doch dann sah er die Tränen in Teddys Augen und schwieg. Entschuldige Boss, sagte Teddy mit zittriger belegter Stimme. Tut mir leid, wiederholte er. Ist alles nicht leicht für mich. Was für eine maßlose Untertreibung, dachte Andy Candy. Moth, verschone mich bitte, ich hege nicht den leisesten Wunsch, mit dir zu sprechen. Cynthia, bitte, nur eine Minute, nur ein paar Fragen. Und wer ist das bitte schön? Meine Freundin Andrea. Hängt ihr auch an der Flasche? Nein, sie hilft mir ein bisschen. Sie fährt mich zum Beispiel rum. Haben sie schon wieder deinen Führerschein eingesackt? Ja, erbärmlich. Macht es Spaß, Trinker zu sein, Moth? Cynthia, bitte. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie vielen Menschen du Kummer bereitet hast, zögern. Fünf Minuten, Moth. Nicht mehr. Kommt rein. Andy Candy war von der Feindseligkeit, die Moth Tante im Staccato auf ihn niederprasseln ließ irritiert. Wie einen Feuerschwall spie sie jedes Wort aus, und so hielt sich Andy lieber hinter Moth, der sich seinerseits beeilen musste, um mit dem Marschschritt seiner Tante mitzuhalten. Es war ein gipsverputztes dreistöckiges Flächen, einem von Bougainvillea gesamten Kiesweg, und jeder Menge Geld. An den glatten Innenwänden hingen etliche heitianische Gemälde, riesige farbenfrohe Darstellungen von rappelvollen Märkten, verwitterten Fischerbooten und Blumenmotiven, alle mit einem gewissen autodidaktischen naiven Flair, Volkskunst, die in der exklusiven Kunstszene von Miami schamlos ausgebeutet wurde. Moderne Skulpturen bevölkerten die großzügigen Räume bis in die letzte Ecke, überwiegend im Free-Form-Stil, viele aus dunklem Holz geschnitzt. In den Fluren herrschte ein seltsamer Widerspruch zwischen Kreativität und strenger Ordnung. Alles hatte seinen Platz, war sorgfältig arrangiert und von einer Ästhetik, die als Ausdruck vollendeter Eleganz jedem Hochglanzmagazin Ehre gemacht hätte. Cynthia's Kleidung erfüllte, passend zum Ambiente, die Ansprüche einer Stilikone. Ihre Manolo-Blanic Schmuck, den die Frau um den Hals trug, war vermutlich mehr wert, schätzte Andy, als ihre Mutter mit dem Klavierunterricht in einem Jahr verdiente. Höflich fragte Morth, Wie läuft's in der Kunstszene, Cynthia? Für Andy Candy erübrigte sich die Antwort. Cynthia sah sich nicht einmal um, als sie sagte, Ganz gut, trotz der schlechten Wirtschaftslage, aber verschwende deine fünf Minuten nicht damit, mich nach meinem Geschäft zu fragen, Morth. Im Wohnzimmer Couch. Als sie eintraten, stand er auf. Er war ein paar Jahre jünger als Moth's Tante, doch nicht weniger durchgestylt. Er trug einen schmal geschnittenen, haifisch-grau schimmernden Anzug zum violetten Hemd, unter dem weit geöffneten Kragen sah man seine makellos glatt rasierte Brust. Andy registrierte, dass der Mann blondierte Strähnchen trug. Cynthia trat an seine Seite, hackte sich bei ihm unter und blickte die beiden Besucher ungeduldig an. Du erinnerst dich vielleicht an meinen Geschäftspartner Moth? Nein, log er und erwiderte den Gruß. Er war ihm ein einziges Mal begegnet und wusste, dass der Beau für Cynthia's Geschäftsbuchhaltung und sexuelle Wünsche zuständig war und sie gewiss auf beiden Gebieten mit derselben coolen Kompetenz zufrieden stellte. Moth versuchte, sie sich im Bett vorzustellen. Wie zum Teufel schaffen die es Ich habe Martin für den Fall dazu gebeten, dass sich in den nächsten vier Minuten, die uns bleiben, irgendwelche juristischen Fragen erheben. Juristisch? platzte Andy Candy heraus. Cynthia streifte sie mit einem flüchtigen Blick. Vielleicht hat Moth das nicht erwähnt, aber sein Onkel und ich haben uns nicht, sagen wir, gütlich getrennt. Er war ein Lügner, ein Betröger und, ungeachtet seines Berufs ein rigoroser, rücksichtsloser Mann. Andy wollte protestieren, besann sich aber und schluckte die Bemerkung herunter. Ohne ihn und Andy Candy zu fragen, ob sie sich setzen wollten, warf sich Cynthia in einen modernen Ledersessel, der so unbequem aussah, dass stehen zu bleiben näher gelegen hätte. Morten stellte sich hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern, entweder um sie am Aufstehen zu hindern oder um ihr den Rücken zu massieren. Oder beides, dachte Andy. Na schön, sagte Moth. Tut mir leid, wenn du das so empfindest. Dann komme ich am besten gleich zur Sache. Ich bitte darum, erwiderte seine Tante mit einer genervten Handbewegung. Hast du in den Jahren, in denen ihr zusammen wart, jemals von Ed gehört, er fühle sich bedroht oder jemand wolle ihm etwas heimzahlen, ihm Gewalt antun, etwas in der Art? Du meinst abgesehen von mir, sagte Cynthia. Sie lachte, doch niemand teilte ihren Humor. Ja, abgesehen von dir. Ich war das Opfer. Er hat mir eine Menge angetan und ich habe mich von ihm getrennt. Wenn irgendjemand Grund gehabt hätte, ihn zu erschießen. Statt weiter zu sprechen, zuckte sie nur die Achseln, als verschwendete sie mit jedem Wort über ihren Ex nur ihre kostbare Zeit. Die Antwort auf deine Frage lautet Nein. In all den Jahren. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Nein. Du meinst, unternahm Moth einen dritten Anlauf, den sie jedoch mit einer barschen Handbewegung stoppte. Ich hatte immer den Verdacht, dass es in seinem Doppelleben, das er vor mir verheimlicht hat, genügend Leute gab, die sich selbst oder auch ihn so sehr hassten, dass sie zur Waffe greifen und sich in ihrem sturzbesoffenen Selbstmitleid die Kugel geben würden. Und wenn er sich dann mal wieder hat volllaufen lassen und tagelang von der Bildfläche verschwand, konnte ich nicht ausschließen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen war. Aber dass irgendeiner von diesen verklemmten, frustrierten schwulen Männern, die er in irgendeiner obskuren Bar getroffen hat, ihm so viele Jahre später plötzlich wieder auflauert, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Sicher, alles ist möglich, aber, sagte sie, während ihre Körpersprache und ihr Ton signalisierten, dass sie die Möglichkeit ausschloss. Außerdem hat es nie Erpressungsversuche gegeben, das hätte die Überprüfung seiner Finanzen offenbart, die ich im Zuge unserer Scheidung gerechtlich erzwungen habe. Er hat auch nie irgend so einen psychotischen Killer angebaggert, wie in Auf der Suche nach Mr. Gurtbar, ein Roman, von dem du wahrscheinlich nie gehört hast, der aber zu seiner Zeit ziemlich bekannt war. Ich meine, er hat nie versucht, jemanden abzuschleppen, der dann beschloss, ihn umzubringen, statt mit ihm in die Kiste zu springen. Eine Zeit lang hatte ich diese Sorge, aber da war nichts. Demnach hat niemand mein reden. Fällt dir vielleicht jemand ein, der Nein in seinem beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld Nein wieder winkte sie ungeduldig ab, als wollte sie die wenig erfreulichen Erinnerungen ein für allemal vom Tisch wischen. Nur um etwas klarzustellen, Moth, sagte sie schroff. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Tatsächlich habe ich in meinem Geschäft mit vielen Schwulen zu tun. Das Einzige, wogegen ich jeden Tag, den wir zusammen waren, belogen hat, mich hinters Licht geführt hat, mir das Gefühl gegeben hat, ich sei das Letzte. Bei diesen Worten fragte sich Andy Candy, wie jemand ein und dieselbe Sache so richtig und so falsch sehen konnte. Cynthia erhob sich aus dem Lounge Sessel. Nun ja, Moth, so interessant diese kleine Retrospektive auf das Leben meines geschiedenen Mannes sein mag, der Zynismus der Bemerkung war zu dick aufgetragen, als dass man ihn hätte überhören können. Ich denke, ich habe dir alle Fragen beantwortet oder zumindest alle, die ich beantworten will. Somit ist unser kleiner Gedankenaustausch hiermit beendet und es wird Zeit, dass ihr geht. Du hast mich schon länger als nötig von einer Arbeit abgehalten. Andy Candy trat von einem Bein aufs andere. Sie mochte Moth Tante nicht und wusste, dass es besser wäre, den Mund zu halten, aber dann platzte sie doch heraus. Was ist mit der Zeit davor? Vor was? Bevor sie und Ed zusammen waren. Da war er Assistenzarzt hier an der Uniklinik und ich Doktorandin in Kunstgeschichte. Gemeinsame Freunde haben uns miteinander bekannt gemacht. Wir hatten ein paar Dates. Er sagte, er würde mich lieben, was natürlich an, dass wir viel über unsere Vergangenheit geredet haben. Falls er Angst gehabt hätte, dass jemand aus seinen früheren Jahren da draußen herumläuft und ihm irgendwann in ferner Zukunft möglicherweise nach dem Leben trachtet, hätte er es, denke ich, doch mal erwähnt. Auch das war, wie Andy unschwer erkannte, gelogen und zielte einzig darauf ab, der Unterhaltung mit der Präzision eines Metzgermessers genau an diesem Punkt ein Ende zu setzen. Aber wer könnte eventuell von so einer Sache wissen? Cynthia starrte Andy Candy unversöhnlich ins Gesicht. Wenn ihr beiden Detektiv spielen wollt, nur zu, findet es heraus. Als noch einmal ein Moment des Schweigens eintrat, hielt sich Andy Candy nicht länger zurück. Ehrlich gesagt, klingt das alles nicht danach, als ob sie Ed jemals geliebt hätten. Aber sie sind ja auch noch ein halbes Kind. Was wissen sie schon von Liebe? Ohne eine Antwort abzuwarten, zeigte sie ihnen die Tür. Cynthia, bitte, warf Moth hastig ein. Hat er jemals davon gesprochen, dass er sich wegen irgendeiner Sache schuldig fühlte oder dass in seiner Vergangenheit mal etwas passiert ist, das ihm zu schaffen machte oder das dir seltsam und verdächtig erschien. Bitte, Cynthia, du hast ihn gut gekannt, hilf mir auf die Sprünge. Cynthia überlegte einen Moment. Ja, sagte sie schließlich und noch unversöhnlicher als davor. Es gab vieles in seiner Vergangenheit, das ihn verfolgt hat, jedes für sich genommen, eine hinlängliche Erklärung für seinen Tod. Aber auf die eine oder andere Weise gilt das wohl für jeden von uns. Eine letzte unmissverständliche Handbewegung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Deine Zeit ist um, Und ihre auch, Miss X. Martin wird euch nach draußen begleiten. Bitte lass dich hier nie wieder blicken. Im Auto bekam Andy Candy plötzlich Atemnot, als müsste sie mit letzter Kraft jedes bisschen stickig heiße Luft in die Lungen saugen. Sie keuchte wie nach einem Wettlauf oder einem Tauchgang, bei dem sie den Weg an die Oberfläche unterschätzt hatte und das Gefühl bekam, als platzten ihr die Lungen. Als sie den letzten Blick zum Haus hinüber warf, sah sie Martin den Buchhalter Liebesklaven pflichtbewusst am Eingang stehen, um sicherzustellen, dass sie das Grundstück schleunigst verließen. Sie widerstand der Versuchung, ihm zum Abschied den Aber sie wäre fürs erste Mal die richtige Kandidatin gewesen. Moth nickte, doch Andy hatte den Eindruck, als hätte sich eine dunkle Wolke auf ihn herabgesenkt. Er konnte nur den einzigen Gedanken fassen, was für ein trauriges, schweres Leben sein Onkel so viele Jahre lang ertragen hatte. Andy sagte nichts. Noch eine weitere Station für heute, sagte er. Ich wünschte, wir wären vielleicht sind wir klüger, sagte sie, indem sie mehrere Minusfaktoren zu einem Plus addierte. Ich muss das alles noch ein bisschen sacken lassen, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass sie uns gesagt hat, was wir wissen wollten. Moth nickte, dann setzte er sich plötzlich Kerzen gerade auf. Buchstützen, sagte er, auf beiden Seiten, ein Mensch, der ihn geliebt hat, ein Mensch, der ihn hasste, und dann noch ich, der ihn idealisiert hat. Gut, sagte Andy Candy mit ironischem Lächeln, und jetzt fahren wir zu dem Menschen, der ihn verstanden hat. Andy verstummte, während sie Moths Bemerkung nachhing. Liebe, Hass, idealisieren, verstehen. Ein paar Wörter fehlten ihnen noch, um sich von Ed Warner ein Bild zu machen, das seiner Persönlichkeit einigermaßen nahe kam und ohne, dass sie ihre Suche vergessen konnten. Sie legte den Gang ein und fuhr los. Manche Leute, dachte Moth, sitzen hinter einem Schreibtisch und verschanzen sich hinter einer Barriere der Autorität. Andere dagegen nehmen das Möbelstück, das zwischen ihnen und dem Besucher steht, selbst kaum war und machen es für ihr Gegenüber unsichtbar. Die Person vor ihnen gehörte offenbar zur zweiten Kategorie, ein durchtrainierter Mann sich. Er hatte die Angewohnheit, sich unentwegt die Brille auf der Nase zurecht zu rücken. Dank einem Nackenband ließ er sie gelegentlich ganz auf die Brust herunter gleiten, um sie am Ende eines Gedankengangs wieder aufzusetzen, meist ein wenig schief, sodass er sie abermals zurecht rücken musste. Es tut mir wirklich leid, Timothy, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen und Miss Martin bei ihren Nachforschungen weiterhelfen kann. Vertraulichkeit zwischen Arzt und Patient, sie kennen das ja. Die mit dem Tod des Patienten erlischt, hielt Moth dagegen. Sie klingen eher wie ein Anwalt, Timothy, aber sie haben natürlich recht, vorausgesetzt sie legen mir einen richterlichen Beschluss auf den Tisch, was sie nicht getan haben. Sie haben sich als Privatperson herbemüht, um mir Fragen zu stellen. Nach dieser Richtigstellung beschloss Moth, die Sache behutsam anzugehen, auch wenn er nur eine vage Vorstellung davon hatte, wie. Also leitete er das Gespräch mit denselben Fragen ein, die er an diesem Tag schon zwei anderen Menschen aus dem engeren Umfeld seines toten Onkels gestellt hatte. Ist Ihnen irgendeine Person bekannt oder hat mein Onkel irgendwann einmal jemanden erwähnt, der einen Norseville-Doktor, einen Groll, der in Gewalt ausgeartet sein könnte. Der Psychiater legte eine Denkpause ein, bevor er antwortete, ein Manierismus, der Mord von Onkel Ed vertraut war. Nein, da muss ich passen. Gewiss niemand, den Ed in den Jahren unserer Therapie erwähnt hat. Sie würden sich bestimmt erinnern. Ja, wenn im Lauf einer Sitzung etwas zur Sprache kommt, das eine mögliche Bedrohung darstellt, prägt sich das ein und man macht sich eine entsprechende Notiz. Zum einen ganz offensichtlich aus Sicherheitsgründen, zum anderen, weil eine objektive oder subjektiv empfundene Gefahr von dritter Seite im Rahmen einer Therapie von zentraler Bedeutung ist. Abgesehen davon, dass wir als Therapeuten unter Umständen moralisch verpflichtet sind, einen solchen Fall der Polizei zu melden. Der Psychiater lächelte. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen doziere. Er schüttelte den Kopf. Um es auf den Punkt zu bringen, nein. Hatte ich zu irgendeinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Ed in Gefahr schwebt? Nein. Das Risiko, dass er in den früheren Jahren durch seine Lebensweise eingegangen ist, der Alkohol, der anonyme, ungeschützte Sex, das bag beträchtliche Gefahren. Aber das war irgendwann plötzlich vorbei. Danach kam er eigentlich nur noch her, um zu verstehen, was er durchgemacht hatte. Eine Menge, wie Sie wohl wissen. Glauben Sie, er hat sich umgebracht, platzte Andy heraus. Der Psychiater schüttelte den Kopf. Ich hatte ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber am Ende seiner Therapie konnte ich nicht die geringste suizidale Neigung bei ihm erkennen. Sicher, die Polizei hat recht, wenn sie bei der Befragung mit Eifer darauf hinwies, dass er besser als die meisten Menschen in der Lage gewesen wäre, seine Gefühlslage zu verbergen, auch vor mir. Trotzdem, ich glaube nicht. Die typisch umständliche Ausdrucksweise seines Berufsstandes, um juristisch keine offene Flanke zu bieten. Wieder schwieg der Arzt, bevor er seinerseits eine Frage stellte. Sie haben ihn gut gekannt, Timothy. Was meinen Sie? Nie und nimmer, erwiderte Timothy. Der Psychiater grinste. Die Polizei hält sich gern an harte Fakten und Beweise und an das, was bei Gericht und Eid ans Licht tritt. In dieser Praxis und in der ihres Onkels geht man den Dingen anders auf den Grund. Wie sieht das in ihrer Zunft aus, Timothy? Fakten sind Fakten, antwortete Moth, auch für den Historiker. Aber mit den Jahren ergibt sich ein anderes Bild. Das Material ist ein bisschen wie feuchter Ton. Der Doktor lachte. Treffender Vergleich, sagte er, deckt sich mit meiner Überzeugung. Es sind gar nicht mal die Fakten, die sich ändern, sondern unsere Wahrnehmung, unser Blick darauf. Der Arzt griff zu einem Stift auf dem Schreibtisch. Er tippte ein paar Mal mit der Spitze auf ein Blatt Papier und begann mit ein paar Kritzeleien. Er sich gemacht, sagte der Doktor. Eine interessante Wortwahl, besonders für einen Psychiater. Was sagt Ihnen das? Es kommt mir fast so vor wie die Antwort auf eine Frage. Ja, bestätigte der Psychiater. Aber war das eine Frage, die ihm gestellt worden ist, oder eine, mit der er gerechnet hat? Bei diesen Worten drückte er so fest mit der Miene auf, dass ein dicker schwarzer Fleck entstand. Wie verfahren Sie als Geschichtsstudent mit einem Dokument, von dem Sie sich Aufschluss über ihr Thema erhoffen? Nun, der Kontext spielt eine wichtige Rolle, sagte Moth. Eigentlich meinte er der Ort, die Umstände, der Zeitpunkt. Wenn Wellington murmelt, ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen, so spricht daraus die Einsicht, dass in diesem Moment Sieg oder Niederlage auf der Kippe standen. Wenn Ed schreibt meine Schuld, dann steckt darin der Verweis auf größere Zusammenhänge. Ich hätte noch eine Frage, sagte Moth. Der Arzt sagte nichts, sondern lehnte sich nur ein wenig vor. Wieso war Ed im Besitz zweier Schusswaffen? Oder auch nur einer? Der Therapeut öffnete ein wenig den Mund und dachte nach, bevor er sich zu der Frage äußerte. Sind Sie sich da sicher? fragte er dann. Ja. Erneutes Schweigen. Das ist mir ein Rätsel, sagte er dann. Passt nicht zu Ed. Eine Weile schien er seinen Überlegungen nachzuhängen, als ob zwei Waffen für eine Facette von Eds Persönlichkeit stünden, zu der er nicht vorgedrungen war. Und diese Notiz, dieses meine Schuld, wo genau befand sie sich auf dem Tisch? Moth hatte nicht darauf geachtet und so antwortete er langsam und zögerlich. Ein wenig links von der Mitte, soweit ich mich ins Sinne. Nicht rechts? Nein. Der Arzt nickte. Er griff zum Rezeptblock und hielt ihn mit der Hand fest, als wollte er etwas darauf schreiben. Dann zeigte er darauf. Aber Sie sagen, er befand sich hier, wobei er links statt rechts von der Moth an. Ich denke, sie beide müssen mehr sein, als nur neugierig, sagte er. Mit diesem Rat beendete er das Gespräch, denn er erhob sich aus seinem Sessel. Andy Candy hatte schweigend zugehört. Wenn wir schon bis jetzt nicht wissen, vor wem Ed Angst hatte, stellt sich vielleicht zuerst die Frage vor was? Der Psychiater lächelte anerkennend. Ach, eine kluge Frage, sagte er. Trotz seiner Bildung und seiner fachlichen Kompetenz fürchtete Ed wie viele Alkoholiker und andere Suchtkranke seine Vergangenheit. Andy nickte. Shakespeare, überlegte sie, spricht von sieben Menschenaltern, vom Kleinkind über die Kindheit und Jugend bis hin zum Alten und schließlich dem Greisen Menschen. Die letzten Stufen waren Ed nicht mehr vergönnt gewesen und die frühesten bleiben wahrscheinlich selbst einem Historiker wie Moth verborgen. Folglich sollten wir uns auf die Phasen konzentrieren, in denen Ed erwachsen wurde. Wissen Sie, was ihn nach Miami brachte? Der Doktor überlegte, bevor er antwortete, ja, in etwa zumindest. Er ist viele Jahre lang vor dem davon gelaufen, was er war. Dabei hat er versucht, seine Familie hinter sich zu lassen, die größten Wert auf die Lorbeeren, ersten Universitäten im Lande legte. Es sollte schon Harvard oder Yale oder Columbia sein, der gebührende Rahmen. Ich vermute mal, Timothy ist dieser Druck nur allzu vertraut. Das Gleiche gilt für seine Heirat. Tu, was andere von dir erwarten, nicht, was du dir wünschst. Das ist in Miami kein ungewöhnliches Phänomen. Ich weiß, dass wir ein großartiger Zufluchtsort für Flüchtlinge aus aller Sie kannte diesen Blick an ihm. Er sieht etwas, dachte sie. Zumindest hoffte sie, dass sie seinen Ausdruck richtig deutete. Student Nummer fünf war frühmorgens auf der Holzterrasse hinterm Haus bei seinen Yoga Übungen. Da kam ein Bär durch den Garten gelaufen. Als er ihn sah, erstarrte er mitten in seiner Asana, um das Tier nicht zu erschrecken. Auch wenn ihm vor Anstrengung die Muskeln zitterten, wagte er nicht, sich langsam auf den abgewetzten Holzboden niederzulassen und das Raubtier durch eine verräterische Bewegung oder ein Geräusch doch noch auf sich aufmerksam zu machen. Der Schwarzbär, ein Brocken von fast 200 Kilo Lebend Gewicht mit der Grazie eines VW Käfers, schien so in seiner Suche nach einem umgefallenen Stamm mit einem proteinreichen Larvenhappen vertieft als Appetitmacher nach dem langen Winterschlaf, dass er im nächsten Moment wieder im Unterholz zwischen den dicken Bäumen verschwand, das an das bescheidene Grundstück von Student Nummer 5 angrenzte. Leichte Beute, dachte er. Drinnen im Haus hatte er eine Winchester Kaliber 30 06, ein ideales Jagdgewehr. Allerdings hätte es ein tödlicher Schuss sein müssen. Herz oder Hirn. Großes Tier, stark, gesund, durchaus in der Lage im Todeskampf noch wegzulaufen und sich bis tief in den Wald hineinzuschleppen, um dort Elend zu verenden, ohne dass ich es aufspüren und von seiner Qual erlösen kann. Er fühlte sich an das Mantra der Scharfschützen bei den Marines erinnert, ein Schuss, ein Toter. Er musste an sich halten, um nicht von der Veranda ins Haus zu kriechen, das Gewehr zu holen, anzulegen und zu feuern, um nicht aus der Übung zu kommen. Er sah zu, wie der Bär ein paar verfaulende Leckerbissen inspizierte und scheinbar angewidert verwarf, von seinem bärenhaften Achselzucken schüttelte sich sein ganzer prächtiger Pelz. Das wilde Tier drehte ab und wandte sich wieder dem Wald zu, um etwas Ordentliches zwischen die Zähne zu bekommen. Er bahnte sich einen Weg durchs Gestrüpp, wenig später gerieten ein paar Büsche im tiefer gelegenen Dickicht in Bewegung und der unverhoffte Besucher war verschwunden. Student Nummer fünf blickte in die zarten grauen Nebelschleier, in die endlosen Wälder auf der Rückseite seiner Behausung, früher einmal Rodungsfläche, doch schon längst ein weiträumiges Wildreservat auf sanft gewähltem Grund. Streng genommen war sein Haus, trotz der kleinen Holzveranda, die er an die Küchenseite angebaut hatte, ein in die Jahre gekommenes Wohnmobil von doppelter Breite, das er auf Betonsteinen aufgebockt hatte. Zur Eingangsseite hin waren es keine hundert Meter bis zu einer Biegung im Deerfaird River, von dem so früh am Morgen die feuchte Nachtluft aufstieg, bevor sie mit den ersten kräftigen Sonnenstrahlen verdunsten würde. Ein paar Sekunden lang horchte er angestrengt auf Er schnappte so heftig nach Luft, als hätte er zu lange getaucht. Ein prüfender Blick den Waldrand entlang, doch außer ein paar Tatzenspuren auf dem taufrischen Boden war von dem Eindringling nichts mehr zu sehen. Er verzog das Gesicht zu einem spöttischen Grinsen. Wir sind uns ähnlich, dachte er, ich und der Bär, ein Raubtier aus dem Winterschlaf erwacht und auf Beute zog. so schnell wie seine. Ich bin ein Raubtier. Ich kann geduldig warten. Dann schlage ich zu. In der Küche hinter ihm klingelte ein altmodischer Aufziehwecker. Ende der Frühgymnastik. Student Nummer fünf stand auf, lockerte die Glieder und kehrte zügig ins Haus zurück. Selbst in einer so urtümlichen Umgebung in unmittelbarer Nachbarschaft von Bären legte Student Nummer fünf großen Wert auf seine Fitnesseinheit fünfundvierzig Minuten vorgesehen, dann hörte er erst auf, wenn die Zeit um war. Keine Minute weniger, keine Minute länger. Um zehn Uhr vormittags war er damit beschäftigt, in einem Laden mit angegliederter freier Essensausgabe die Eingänge aus Altkleidersammlungen zusammenzufalten und die gespendeten Konservendosen in Regale einzusortieren. Die Verkaufsstelle der Heilsarmee befand sich am Stadtrand, in einem trostlosen Einkaufszentrum mit einem Baumarkt, einem McDonald's sowie einem verwaisten Laden, in dem eine Buchhandlung dichtgemacht hatte. Immer wenn er in Massachusetts war, half er ehrenamtlich in dem Laden aus. In einem weiten Umkreis seines dortigen Domizils gab es Gegenden mit Armutsvierteln und die kleine Stadt hatten die Krisenjahre seit der Rezession immer wieder schwer getroffen. Den anderen Verkäufern und Helfern im Laden hatte er die Geschichte aufgetischt, seine Brötchen verdiene er im 20 Meilen entfernten Veteran Army Hospital, wo er angeblich Betten machte und die Pfannen ausleerte. Doch da man einen so zuverlässigen und gewissenhaften Mitarbeiter nicht verlieren wollte, stellte man ihm nicht allzu viele Fragen. Wenn irgendjemand bereit war, schwere Möbel zu tragen oder eine Leiter hochzuklettern, um an die oberen Regale zu kommen, dann er. Von Zeit zu Zeit legte Student Nummer Fünf eine kleine Pause ein und warf einen prüfenden Blick auf die Kundschaft, die hereinkam. Neben dem einen oder anderen Studenten der umliegenden Colleges, die sich nach Winterkleidung zum Schnäppchenpreis umschauten, gab es noch andere junge Leute, die Secondhand schick fanden, doch bei den meisten kündeten die Sorgenfalten von den harten Zeiten. Diesen Leuten gehörte sein Interesse. Kurz vor seiner Mittagspause sah Student Nummer Fünf wie eine Frau das große lagerhausartige Gebäude betrat. Er hätte nicht sagen können, was an ihr seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Vielleicht das etwa siebenjährige Kind, das sie dabei hatte, oder ihr unschlüssiger scheuer Blick. Er beobachtete, wie sie durch die breite automatische Glastür eintrat und stehen blieb. Es kam ihm so vor, als hielte die Frau sich an der Hand des Mädchens fest, statt umgekehrt. Er war gerade in der Herrenabteilung beschäftigt, wo er die gespendeten, aus der Mode gekommenen Anzugjacken auf eine Stange hängte und sicherstellte, dass alle Jacketts und Hosen mit Preisschildchen versehen waren. Sie führten viele Kleidungsstücke in ausgefallenen Größen. Während sich alles zwischen Größe 48 und 52 mit den breiten Revers und abstoßenden Farben mühelos ins 2-gradiger Fettleibigkeit. Er beobachtete, wie die Frau und ihr Kind in die angrenzende Kinderabteilung hinübergingen. Er fand sie ungewöhnlich schön, die hohen Wangenknochen eines Models und ein rastloser Blick in den Augen. Das ebenso auffällig hübsche Kind hatte diese unwiderstehliche Mischung aus Schüchternheit und Freude, wie sie nur Kinder zu Wege bringen. Die Kleine zeigte auf einen Pullover in fröhlichem Pink mit einem eingestickten tanzenden Elefanten auf der Vorderseite. Die Frau warf einen Blick auf das Preisschild und schüttelte den Kopf. Das kleine Wörtchen Nein schien der Frau wehzutun. Hättest nie für möglich gehalten, dass dir so etwas mal passieren könnte, dachte er. Willkommen im Club der unbezahlbaren Rechnungen und der enger geschnallten Gürtel. Nicht lustig, oder? Student Nummer fünf stand nur drei Meter entfernt und so brauchte er nicht einmal lauter zu sprechen. Wir können den Preis herabsetzen, sagte er. Die Frau drehte sich zu ihm um. Sie hatte tiefblaue Augen und eine rötlich-blonde widerspenstige Mähne, die ihn an den Wildwuchs hinter seinem Wohnmobil erinnerte. Das Kind war ein Abziehbild der Mutter. Nein, nein, nicht nötig. Weiter kam die Frau nicht, doch in den wenigen Worten schwang die Bitte mit, zwing mich nicht zu erklären, wie ich in diese Lage gekommen bin. Student Nummer fünf ging lächelnd zu ihnen hinüber, streckte dem Kind die Hand entgegen und fragte, wie heißt du? Das Kind nahm zögernd seine Hand und erwiderte leise, Susi. Hallo Susi, ein hübscher Name für ein hübsches Mädchen. Du magst gern Rosa? Susi nickte. Und Elefanten? Wieder ein Nicken. Also Susi, eins darfst du mir wirklich glauben. Du bist seit Wochen die einzige junge Frau, die hier in den Laden kommt und Rosa und Elefanten gleichermaßen mag. Wir hatten schon ein paar junge Damen mit einer Vorliebe für Rosa und wir hatten auch ein paar, die offenbar Elefanten mochten. Aber beides zugleich, das gab's noch nie. Mit diesen Worten nahm Student Nummer fünf den Pullover von der Stange. Auf dem gelben Preisschild stand sechs Dollar. Er zog einen großen schwarzen Filzstift aus der Hemdtasche, strich die Zahl durch und zeichnete das Schildchen mit fünfzig Cents aus, bevor er den Pullover Susi in die Arme drückte. Dann griff er in die eigene Hosentasche und zog sein Portemonnaie heraus, erreichte dem kleinen Mädchen einen Dollarschein. Hier, sagte er, jetzt kannst du ihn dir selber kaufen, weil ich unheimlich auf Elefanten stehe und auf diese tolle Farbe auch. Vielen Dank, aber das wären wirklich nicht, stammelte die Mutter. Er schüttelte den Kopf. Zum ersten Mal hier, fragte er. Ja. Nun, wenn man hier zum ersten Mal reinkommt, kann das ganz schön deprimierend sein. Brauchen sie vielleicht auch Lebensmittel? Besser nicht, ich meine, wir kommen schon klar. Doch dann überlegte sie es sich anders. Ein paar Lebensmittel wären hilfreich, gab sie zu. Ich heiße Blair, sagte Student Nummer fünf und deutete auf ein Namensschild an seinem Hemd mit dem Decknamen, unter dem er in West Massachusetts lebte. Angenehm, Shannon, erwiderte die Frau. Sie schüttelten sich die Hand, eine scheue Berührung. Armut schleicht sich meistens an, nach und nach nisten sich die Zweifel und Ängste ein. Wenn man einen Job hat, wird der Handschlag wieder fester. Also dann, Shannon und Susi, ich zeige Ihnen mal, wie das an der Lebensmittelausgabe funktioniert. Alles, was Sie da drüben sehen, bekommen Sie kostenlos. Falls Sie einen kleinen Beitrag geben können, dann freut das die Leute, aber nötig ist es nicht. Vielleicht können Sie auch später wiederkommen und eine kleine Spende geben. Ich gehe mal voraus. In der Lebensmittelabteilung beugte er sich zu dem Kind herunter. Magst du Spaghetti? fragte er. Halb hinter dem Bein ihrer Mutter versteckt, nickte sie. Rosa? Elefanten? Spaghetti? Ich muss schon sagen, Susi, du bist hier genau richtig. Er besorgte für seine beiden Schützlinge einen kleinen Einkaufskorb und lief mit ihnen die Gänge ab. Bei den Fertiggerichten sorgte er dafür, dass sie zwei große Dosen mit einer Fertigmischung aus Spaghetti und Hackfleisch Bällchen nahmen. Danke, sagte Shannon. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich mache nur meinen Job, erwiderte Student Nummer Fünf in unbekümmertem Ton. Entspricht nicht ganz der Wahrheit, dachte er mit einem Schmunzeln. Ich komme bald wieder auf die Beine, sagte Shannon. Aber natürlich. Wir sind mein eine – sie hielt inne und suchte nach dem richtigen Wort – mistliche Lage geraten. Hab ich mir schon gedacht, erwiderte Student Nummer Fünf. Er legte eine kurze Pause ein, um ihr mehr zu entlocken. Immer wieder beeindruckend, wie man den Leuten mit ein bisschen Schweigen die Zunge löst, stellte er fest. Ich wäre ein ausgezeichneter Seelenklempner geworden. Er hat uns einfach sitzen lassen, sagte sie mit einem unhörbaren Anflug von Bitterkeit, hat das Bankkonto leer geräumt und ist mit dem Wagen davon gefahren. Sie verstummte, er sah, wie sie sich auf die Unterlippe biss. Hat uns eiskalt erwischt, sagte sie. Besonders Susi, die das alles natürlich noch nicht versteht. Schauen Sie, da drüben an der Kasse war Verein, finden Sie eine Liste mit sozialen Diensten und Einrichtungen, die Ihnen helfen können. Die haben auch Psychologen, ziemlich fähige Leute. Sollten Sie wirklich in Anspruch nehmen, sprechen Sie mit einem von denen, die helfen Ihnen, bestimmt. Sie nickte. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, aber ich, sagte er, Stress, Depressionen, Wut, Trauer, Ratlosigkeit, Ängste. Und das ist nur der Anfang. Versuchen dich zu werden. Als sie zur Kasse kamen, reichte Susi der Frau stolz ihren Dollarschein und zählte ihr Wechselgeld sorgfältig nach. Student Nummer Fünf griff hinter die Theke und zog ein bedrucktes Formular aus einer Schachtel, auf dem die Telefonnummern von Sozialarbeitern sowie einige Namen von Therapeuten aufgelistet waren, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellten. Er drückte sie der Mutter immer besser, wenn man seine Probleme an der Wurzel anpackt, fügte er in Gedanken hinzu. Als Mutter und Tochter zur Bushaltestelle liefen, winkte er ihnen vom Eingang aus noch einmal hinterher. Vor ewigen Zeiten bin ich einmal angetreten, Menschen wie diesen beiden zu helfen, überlegte er, bis ein paar Leute nichts dabei fanden, mir mal ebenso meine Zukunft zu zerstören. Nachdem er sich mit einem kurzen unauffälligen Blick vergewissert hatte, dass ihn niemand hören konnte, flüsterte er, den bohrenden Blick auf den rosa Pullover gerichtet, Tschüss, kleine Susi. Hoffentlich kommst du nie wieder einem Mörder so nahe. Ich habe mich wie der letzte verängstigte alte Trottel benommen, aber ich konnte nicht anders. Kaum hatte der nächtliche Anrufer aufgelegt, war Jeremy Hogan felsenfest davon überzeugt, dass der anonyme Mörder tatsächlich draußen um sein Haus schlich. In panischer Hast war er die Treppe hinunter gelaufen, in sein Wohnzimmer gestürzt und hatte als kümmerliche Barrikade den nächstbesten Sessel herangezogen, um sich dahinter zu ducken. Von seinem Posten aus hatte er sämtliche Außen- und Innentüren in Augenschein genommen, vor allem aber das große Panoramafenster, hinter dem er den Mörder vermutete. Von dieser Seite aus hatte der Unbekannte wahrscheinlich jede seiner Bewegungen verfolgt. Nachdem sich an dieser Hausfront im Dunkeln nichts zu hören schien, hatte er sich mit einem gusseisernen Schürhaken bewaffnet in die Diele geschlichen und neben der Haustür gelauert, um zuzuschlagen, sobald der Kerl das Schloss aufbrach, womit Hogan jeden Moment rechnete. Als auch hier nichts geschah, horchte er auf das leiseste Geräusch im gesamten Haus, das Klären einer Scheibe, das kaum hörbare Aufschnappen eines Riegelschlosses, das Nahen kaum hörbarer Schwette. Dann Hollywood Reif auf den keuchenden mörderischen Atem des Widersachers in seinem Nacken, vielleicht das letzte Geräusch, das er noch hören würde, bevor der Mann seinen Mordplan in die Tat umsetzte. In seiner Angstattacke hatte er wie selbstverständlich angenommen, dass der Unbekannte die billige Alarmanlage in seinem Haus mühelos umgehen würde und ihm bis zur tödlichen Konfrontation nur noch wenige Sekunden blieben. Mit ein bisschen Glück erwischte er die Gestalt im Dunkeln vielleicht noch mit dem Eisenhaken, bevor der Killer ihn zur Strecke brachte. Er gibt dich nicht kampflos, flüsterte er wie ein Mantra vor sich hin. So hatte er reglos ausgeharrt, bis das erste zarte Morgengrauen durch die Fenster drang und er begriff, dass er immer noch am Leben und immer noch allein war. Seine Finger hatten sich so fest um den Schürhaken gekrallt, dass er sie nur mühsam lösen konnte. Die Eisenstange fiel scheppernd zu Boden und als könnte das Geräusch den Mörder am Ende doch noch auf den Plan rufen, umbückte er sich hastig und hob sie auf. Wie ein Husar den Degen zum Duell trug er den Schürhaken wehrhaft zum Kamin zurück. Wer weiß, Doktor, vielleicht schleiche ich ja in diesem Augenblick irgendwo draußen um ihr Haus herum. Jeremy spielte die Worte des Mörders im Geiste noch einmal ab und fragte sich, wie bewusst jedes einzelne gewählt war. Wie gut kennt er sich darin aus, Angst und Schrecken zu verbreiten. Eine solche Woge der Panik hatte Jeremy noch nie erlebt. Verzweifelt wehrte er sich gegen den Ansturm furchterregender Zwangsvorstellungen, die Nachhut der stundenlangen Angst, ein Feuerwehrmann, der hört, wie über ihm Decken einstürzen, ein Schiffbrüchiger, der sich allein auf stürmischer See an die lebensrettende Holzplanke klammert, ein Buschpilot, der die Hand auch dann noch um den Steuerknüppel krallt, als er hinter sich das letzte Stottern der Motoren hört. Das alles hinterließ einen bitteren Fadengeschmack in seinem Mund und er fragte sich, hast du gerade etwas überlebt oder war das nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt? Wohl eher der Vorgeschmack, räumte er ein. Als die Sonne bereits in die letzten Winkel des Farmhauses flutete, zitterte er immer noch und es gelang ihm nicht, seinen verkampften Magen zu entspannen. Nur mit äußerster Willenskraft konnte er der Versuchung widerstehen, sich hinter einen Sessel oder das Sofa zu kauern, wenn nicht gar im Schrank zu verstecken. Er kam sich wie ein Kind vor, das aus einem Albtraum erwacht und nicht ganz glauben kam, dass sich die Gardine zur Seite um hinaus zu sehen. Nichts. Ein ganz gewöhnlicher sonniger Morgen. Auf Zehenspitzen schlich er sich in die Küche und starrte zu den Fenstern über dem Spülstein hinaus. Da war die Natursteinterrasse, auf der seine Frau gemalt hatte, dahinter die kleine Rasenfläche, schließlich die hohen Bäume an der Grenze zum Naturschutzgebiet. Jede Baumgruppe, jedes dichtige Strüpp darunter bot einem Mörder die perfekte Deckung. Alles, was eben noch vertrautes Terrain gewesen war, konnte lebensgefährlich sein. Woran merkt man, dass man observiert wird? Abgesehen von diesem bedrohlichen Gefühl, den Schweißausbrüchen und dem rasenden Puls, fiel Jeremy nichts ein. Könnte nicht schaden, auf diese Frage eine plausible Antwort zu finden, und zwar lieber gestern als heute. Er ging zum Herd und bereitete sich einen Becher Kaffee, der hoffentlich seine Lebensgeister wecken würde. Als sich seine Nerven ein wenig beruhigt hatten, schleppte er sich, den dampfenden Kaffee in der einen, den Schürhaken in der anderen Hand, wieder die Treppe hoch in sein Arbeitszimmer, sackte auf seinen Schreibtischstuhl und griff erneut zu seinen Notizen. Während er versuchte, sich in seine Gedankengänge vom Vorabend hinein zu finden, wunderte er sich über seine Begriffsstutzigkeit. Er fühlte sich nicht nur ausgelaugt, sondern am ganzen Körper so schmutzig, als hätte er von morgens bis abends im Garten geschuftet. Er brauchte nicht in den Spiegel zu schauen, um zu wissen, dass er blass und verschwitzt war. Mit einer fahrigen Bewegung strich er sich durchs zerzauste Haar, mit beiden Händen rieb er sich die Augen, als hoffte er, dass der Spuk vorüber wäre, wenn er sie wieder öffnete. Bist du bereit, eine weitere Frage zu beantworten? Ihm stellten sich sämtliche Nackenhaare auf. Und wie lautet die Frage, Doktor? Der innere Dialog halte ihm wie ein Echo durch den Kopf. Wirst du ohne weitere Vorwarnung sterben? Oder ruft er erst noch einmal an? Jeremy Hogan saß an seinem Schreibtisch, ohne zu merken, wie die Zeit war an. Noch nie hatte er sich einer Situation mit derart ungewissem Ausgang gegenüber gesehen, auf die er so wenig Einfluss hatte. Und so fühlte er sich, als stünde er mitten in einem wildfremden Land, dessen Sprache er nicht verstand und mit einem Stadtplan, er nicht entziffern konnte, an einer Kreuzung. Er hatte keine Ahnung, wo es lang ging. Wieder bestürmten ihn die Bilder des Feuerwehrmanns, des Ertrinkenden, des Bruchpiloten. Hoffnungslos. Kein Ausweg. Gebe auf. Oder gib niemals auf. Er stellte sich der entscheidenden Frage. Hatte er eine Chance, am Leben zu bleiben? Und wenn ja, war es die Qualen, die er jetzt schon durchstand, wert? Ich bin alt. Ich bin allein. Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Hab ein paar ganz interessante Dinge gemacht, war an ungewöhnlichen Orten, hab eine Menge erreicht, hab einiges an Liebe erfahren, ein paar unvergessliche Momente gehabt. Alles in allem ist es verdammt gut gelaufen. Ein paar triftige Argumente, um diesen Killer, wenn er auf der Matte steht, willkommen zu heißen. Ei, wie geht's alter Freund? Sagen Sie, könnten wir die Sache zügig hinter uns bringen? Ich hasse es, unnötig Zeit zu vergolden. Mal nüchtern betrachtet, wie viel Zeit würde er mir stehlen? Fünf Jahre, zehn? Und wie sähen diese Jahre aus? Einsam? Wie ein fleichender Verlust? Jeden Tag ein bisschen mehr? Was habe ich demnach zu befürchten? Jeremy folgte dieser Argumentation, als säße er in einem Hörsaal und hörte einer akademischen Debatte zu. Und hier das Abstimmungsergebnis, eine klare Mehrheit ist dagegen sich zu wehren. Nein, doch nicht, die Ja-Stimmen gewinnen, ums Überleben kämpfen. Er schnappte so heftig nach Luft, dass ihm beinahe schwindelig wurde. Das hier ist mein Zuhause. Einen Teufel werde ich tun, einen Fremden hier rein zu lassen. Langsam kam er wieder zu sich. Er starrte auf seinen Kaffeebecher. Als sein Blick auf den Schürhaken fiel, griff er zu und hieb damit ein paar Mal in der Luft auf den unsichtbaren Angreifer ein. Er sah vor seinem geistigen Auge, wie die Eisenstange mit voller Wucht auf menschliches Fleisch niederging, eine Schädeldecke zersplitterte, Knochen brach, Haut aufschlitzte. Gut, stellte er mit Genugtuung fest. Aber nicht annähernd gut genug. Wie kommst du so nah an ihn heran? Wenn er dir so nah kommt, bist du wahrscheinlich schon tot. Ihm war bewusst, dass er für seine Wahl Hilfe benötigte. Andererseits wusste er nicht, wie er seine Bitte um Fachmännischen Rat formulieren sollte. Zwei andere Männer schritten langsam eine Vitrine ab, in der Waffen aneinander gereiht waren. Vermutlich kannte sich jeder Kunde, der in den Laden kam, besser mit Schoßwaffen aus als er. Allein an der Wand hingen, durch ein Drahtseil gesichert, mindestens hundert Schrotflinten und Gewehre mit zunehmender Durchschlagskraft. Es war kein großer Laden. Die wenigen Regalreihen waren bis unter die Decke mit Jagdkleidung vollgestopft, vorwiegend in Tarnfarben, hier und da aber auch zum Schutz vor Verwechslung mit einem Stück Wild in Signal Orange. Zwischen Hightech-Armbrüsten hingen zu Zierde und Inspiration auch ausgestopfte Hirschköpfe mit Glasaugen und mächtigen Geweihen. Von der Größe und den Enden hatte Jeremy keinen blassen Schimmer. Immerhin wusste er genug, um die Ironie darin zu erkennen, dass ein solches Wild, je stattlicher es wurde, umso verwundbarer war. Einmal Psychologe, immer Psychologe, nahm er sich in Gedanken selbst auf die Schippe, während er schwunzelnd zur Theke ging. Der einzige Verkäufer weit und breit stapelte Munition, während er einen der anderen Kunden beriet, der mit Bewunderung eine übel aussehende Übergewicht, trug er einen drahtigen Bürstenschnitt und ein US-Marine-Core-Tattoo auf dem Schweinshaxen-ähnlichen Unterarm. Ein Schulterholster, aus dem der Kolben einer halbautomatischen Pistole ragte, sowie ein graues T-Shirt mit dem sattsam bekannten Spruch der Schusswaffenvereinigung »Wer Schusswaffen verbietet, überlässt sie den Verbrechern«, vervollständigten sein Erscheinungsbild. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« fragte er und sah recht freundlich zu dem neuen Kunden auf. »Ja«, erwiderte Jeremy, »ich glaube, ich brauche etwas, um mein Heim wirksam zu schützen.« »Das gilt heutzutage für die meisten von uns«, sagte der Angestellte. »Man muss schon selbst dafür sorgen, dass einem im eigenen Haus nichts passiert. Woran hatten sie denn gedacht?« »Wenn ich das wüsste«, fing Jeremy an. »Also eine Alarmanlage haben Sie schon?« Jeremy nickte. »Gut«, sagte der Verkäufer. »Einen Hund?« »Nein.« »Wie viele Personen leben außer Ihnen noch im Haus? Ich meine, kriegen Sie oft Besuch von Kindern, Enkelkindern? Und Ihre Frau? Regelmäßiger Lesezirkel bei Ihnen? Bekommen Sie viele FedEx-Sendungen zugestellt? Ich meine, wie viel Kommen und Gehen gibt es an Ihrer Haustür? Ich lebe allein und bekomme auch keinen Besuch mehr. Was für ein Haus? Was für eine Wohngegend? Wie weit ist die nächste Polizeistation entfernt? Jeremy fühlte sich zunehmend wie in einem Kreuzverhör. Die zwei anderen Kunden, die inzwischen beide ungeladene Gewehre in Händen hielten, sahen von ihren Trophäen auf und belauschten ihr Gespräch. Ich lebe draußen auf dem Land. Es ist sehr einsam, altes Farmhaus im Naturschutzgebiet gelegen. Keine nennenswerte Nachbarschaft, zumindest keine in einem Radius von hundert Metern und keine, mit der ich so vertraut bin, dass jemand mal eben vorbeischauen und nach dem Rechten sehen würde. Außerdem ist das Haus ziemlich weit von der Straße zurückgesetzt. Jede Menge Bäume und Gebüsch, landschaftlich sehr reizvoll. Von der Straße aus können sie mein Haus kaum sehen. Autsch, sagte der Verkäufer mit einem schiefen Grinsen und drehte sich wie zur Bestätigung zu den anderen beiden Kunden um. Als beide nickten, fuhr er fort, das klingt nicht gut, gar nicht gut. Falls da was passiert, sitzen sie aber richtig in der Scheiße, Mann. Ich rede nicht lange herum, wissen sie, aber verdammt gute Entscheidung, dass sie heute gekommen sind. Der Mann schien Jeremys Domizil wie ein potenzielles Schlachtfeld zu taxieren. Dann lassen sie uns mal über die möglichen Gefahren reden. Was könnte ihrer Meinung nach passieren? Hausfriedensbruch, versuchte Jeremy die Lage zu entschärfen. Ich bin ein alleinstehender alter Mann, ziemlich leichte Beute für so ziemlich jeden. Haben sie Wertsachen im Haus oder ihr Geld unter der Matratze? Eigentlich nicht. Verstehe. Der Mann nickte, während er sich seine nächste Frage überlegte. Aber ich vermute mal, ihre Hütte kann sich sehen lassen, gehobenes Niveau. Was machen sie beruflich? Ich bin Arzt, sagte Jeremy wahrheitsgemäß, als hätte er einen Eid geschworen. Psychiater. Der Verkäufer verzog das Gesicht. Oh, Seelenklempner kriegen wir hier nicht alle Tage zu Gesicht. Soweit ich mich entsinne, habe ich noch nie einem eine Knarre verhökert. Orthopäden, klar, alle Nase lang, aber von ihrer Sorte nee, das wüsste ich. Stimmt das eigentlich, dass sie, wenn sie einen Typen so reden hören, ihm auf den Kopf zusagen können, was er in Wahrheit denkt? Nein, sagte Jeremy, das wäre Gedanken lesen. Ha, lachte der Verkäufer, ich gehe jede Wette ein, dass sie das können. Ist auch egal. Wie sieht's mit einem teuren Schlitten aus? Der Mann nahm seinen Dienst am Kunden ernst. Der BMW da draußen. Naja, das ist ungefähr so, als würden sie ein großes Schild mit Leuchtschrift über ihre Haustür hängen, hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann, möchte sich einer der anderen beiden Kunden ein, ein junger Mann in Harley-Davidson Lederjacke, in Jeans, mit Pferdeschwanz und einem Tattoo am Hals. Der Verkäufer schmunzelte. Also, wenn ich mal zusammenfassen darf, Doc, wohnen sie in einem schönen Haus in der Nachbarschaft von Börsenmaklern und Hausfrauen, die sich als Immobilienmakler ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und sie legen es geradezu darauf an, beklaut zu werden. Ja, ja, sagte Jeremy, leider wahr. Wozu würden sie mir raten? Gewehr oder Handfeuerwaffe? Wenn sie mich so fragen, beides Doc, aber es ist ihr Geld. Was ist ihnen ihr Seelenfrieden denn wert? Der Typ mit dem Halstattoo beugte sich vor, als sei er auf die Antwort gespannt, während Kunde abgewandt hatte, um sich mit weiteren Pistolen im Angebot zu befassen. Ich wollte das nur mit dem Profi hier besprechen, erteilte Jeremy der allzu unverblümten Neugier eine Abfuhr. Wozu würden sie mir denn raten, wenn sie sich meine Situation vor Augen führen und wenn wir den Kostenfaktor mal außer Acht lassen? Der Waffenverkäufer strahlte. Als Gewehr entweder ein Remington oder ein Mossberg. Nicht zu schwer, kurzläufig für den Gebrauch auf engem Raum und kurze Distanz. Einfache Handhabung. Klemmt nicht, rostet nicht, hält was aus, wenn es mal drunter und drüber geht. Ich hab ein Mossberg, bekräftigte das Halstattoo die Empfehlung des Verkäufers. Hat außerdem eine saukoole Vorrichtung für eine Taschenlampe. Echt hilfreich. Warum dieses extra hilfreich war, verstand sich von selbst. Der Verkäufer nickte. Stimmt, die Modelle mit sechs oder neun Schuss. Und wenn sie es wirklich ernst meinen mit dem Selbstschutz, würde ich das Gewehr mit einem Colt Python .357 Magnum Revolver kombinieren. Packen sie Scharflade Geschosse rein und sie bringen damit einen Elefanten zur Strecke. Der Cadillac der Handfeuerwaffen. Als das Halstattoo schon wieder seinen Senf dazugeben wollte, hob der Verkäufer die Hand. Ja, ja, schon gut, eine Glock 9 oder 45 bietet eine schnellere Feuerkraft. Er grinste. Aber für diesen Herrn sollte es lieber handlich und benutzerfreundlich sein. Ruhig was bewährtes statt das Neueste auf dem Markt. Anlegen und abfeuern, statt sich erst mit einem Magazin rumzuplagen und durchzuladen. Sie, sowas will ich auch. Aber eine richtig gute Pistole, ich meine alte Wertarbeit, die können Sie in den Dreck fallen lassen oder als Hammer benutzen, wenn Sie am Wochenende am Haus rumbasteln oder so. Und sie funktioniert immer noch. Denke, das wäre das Beste für sie. Zusammen mit den anderen beiden Kunden folgte er dem Verkäufer eine Treppe hinunter ins Keller Geschoss, wo sich ein bescheidener Schießstand mit zwei Bahnen befand. Der Verkäufer wies dem ersten der anderen beiden Männer eine Bahn zu, dann drückte er jedem von ihnen eine Schachtel Munition in die Hand. Binnen Sekunden ging der andere Mann leicht in die Hocke, zielte geübt und feuerte mit einer Halbautomatik auf ein Ziel in etwa zwölf Metern Entfernung. An der Decke war eine Art Flaschenzug angebracht, beide Bahnen verfügten über einen Tisch und waren durch einlagige Gips Karton Platten voneinander getrennt. Das Schnellfeuer der Halbautomatik dröhnte ihm so laut in den Ohren, dass Jeremy seinen Gehörschutz zurecht rückte, was den unerträglichen Lärm ein wenig dämpfte. Der Verkäufer brüllte unablässig Instruktionen, zuerst für das Mossberg, dann für die Pistole. Laden, Schießstellung, Grip, behutsam korrigierte er Jeremy's Haltung und die Position der Waffe. Jeremy klemmte sich das Gewehr fest in die Schulterbeuge. Es sei extrem wichtig, den Kolben richtig zu positionieren, brüllte der Verkäufer in die unablässige Kanonade auf der Bahn nebenan. Jeremy hörte ihn nur bruchstückhaft. Sie wollen sich schließlich nicht die Schulter brechen, verstand er in dem Getöse. Dann bediente der Mann die Flaschenzuganlage, so dass von einem Haufen Sandsäcken an der Rückwand eine weiße Zielscheibe mit einem schwarzen Mittelpunktring herunterkam. Mit einem Mal erschien ihm die Waffe wie eine Verlängerung seines Körpers. In der Sekunde, als er den Finger um den Abzug krümmte, schienen die Jahre von ihm abzufallen und er fühlte sich der Situation gewachsen, seinem Gegner ebenbürtig. Er nahm das Ziel ins Visier, holte vorschriftsmäßig Atem, hielt ihn an und drückte ab. Der Rückstoß der Waffe war so heftig wie der gekonnte Treffer eines Profiboxers. Zuerst blieb ihm die Luft weg, doch als er die zerfetzte Scheibe sah, war der Schock vergessen. Er spannte erneut, so dass er die leere Patronenhülse ausstieß und drückte gleich wieder ab. Diesmal war ihm die Abfolge schon vertrauter. Mit wachsender Sicherheit bewegte er den Vorderschaft zurück und vor, drückte ab, hörte die nächste Patrone auf den Boden fallen und feuerte ein drittes Mal. Inzwischen war von der Scheibe kaum noch etwas übrig. Sie hing an einer primitiven alten Wäscheklammer und drehte sich hin und her, obwohl sich in dem Kellerraum kein Luftzug regte. Nicht schlecht, sagte er. Ist jeden Penny wert. Ein bisschen fühlte er sich wie ein Kind nach einer Fahrt mit der Achterbahn. Da er nicht wusste, ob der Verkäufer ihn hören konnte, lächelte er triumphierend. Und jetzt die Handfeuerwaffe. Der Mann reichte ihm die Pistole. Der andere Kunde mit der Halbautomatik nebenan, der nicht die geringste Absicht hegte, die Waffe mit der Erschoss zu kaufen, legte ansehnlicher Schuss, Doktor, räumte Student Nummer fünf ein. Aber so weit werde ich es erst gar nicht kommen lassen. Das steht nicht in meinem Drehbuch. Mit Schwung schob er wie hunderte Male zuvor ein volles Magazin ein und musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Der Mann, von dem ihn nur die dürftige Riehgipswand trennte, hatte ihn nicht wiedererkannt, nicht Die Vorstellung, dass er dem letzten Kandidaten auf seiner Liste bis in ein Waffengeschäft hinein gefolgt war und in diesem Moment nur ein, zwei Meter von ihm entfernt stand, während der bemitleidenswerte Mann mit der geladenen Waffe aufs falsche Ziel schoss, ließ er sich gleichsam auf der Zunge zergehen. Du könntest dich einfach um neunzig Grad herumdrehen, Doktor, und dich hier und jetzt aus deinem Dilemma befreien. Er hob die Waffe und zielte. Ich natürlich auch, aber so einfach mache ich es uns beiden nicht. Er drückte ab und landete vier Schuss genau in der Mitte seiner eigenen Scheibe. Sie wussten beide, dass der toxikologische Befund negativ war, doch ein paar Druckbuchstaben auf Papier waren nicht dasselbe wie die Bestätigung aus erster Hand. Moth war mit Andy zu einem Luxushotel gefahren. Bist du sicher? fragte sie. Wenn du willst, kann ich allein da rein und mich umhören, wenn du hier im Wagen auf mich wartest. In diesem Moment dämmerte ihr die Gewissheit, dass sie unter anderem dazu da war, Moth vor sich selbst zu beschützen. An diesen Gedanken musste sie sich erst gewöhnen. Nein, ich muss. Das bin ich ihm schuldig, sagte er. Wie du willst, dann gehen wir zusammen. Er hatte nichts dagegen. Er entging nicht, Moth beim Betreten der Hotelbar ein wenig zu zittern begann. Drinnen herrschte warmes, gedämpftes Licht, hell genug, um die exklusiven Materialien der Ausstattung zur Geltung zu bringen. Im Hintergrund spielte leiser Soft Jazz. Der geschmackvolle Luxus verbannt sich mit anheimelnder Behaglichkeit, bequemen Ledersesseln und niedrigen Sofatischen unter den gemächlich rotierenden Deckenventilatoren. Die Bar war in dunklem Mahagonie gehalten, der Tresen auf Hochglanz poliert. An der Wand dreiten sich teure Spirituosen aneinander wie Soldaten bei der Festparade. Passend zum vornehmen Ambiente wurden die Martinis in funkelnden Behältern geschüttelt und mit lässigem Schwung in eisgekühlte Kristallkelche gegossen. Ein Bier zu bestellen wäre ein Fauxpas gewesen. Hier feierten die Reichen und Mächtigen ihre Geschäftsabschlüsse, während nebenan, mit dicken Kordeln abgeschirmt, berühmte Sportler in Begleitung teurer Schmuck behängter Escort Ladies mit Geld um sich warfen. Dafür ging der Bar der Hype und die knisternde Atmosphäre eines Nachtclubs an der South Beach ab. Hätte sie einen Champagner bestellt, dachte Andy, hätten sie ihr mit Sicherheit einen Dom Perignon serviert. In dieser Bar, so Moth Erzählung, hatte sich Ed einmal fast zu Tode gesoffen. Er und Moth waren Flasche Fusel auf der Straße enden, dann doch lieber mit Glanz und Gloria und einem Chateau Lafitte Rothschild seinen Abgang machen. Sobald sie über die Schwelle traten, wussten Andy Candy und Moth, dass sie hier fehl am Platze waren. Die beiden Barkeeper, wohl wenige Jahre älter als Moth, trugen Fliege, ihre Kollegin eine eng anliegende weiße Baumwollbluse mit großzügigem Dekolleté. Einer der Männer eilte zu ihnen herüber. Hier gibt es eine Art Dresscode, Leute, sagte er in entgegenkommendem Ton. Dann lehnte er sich über den Tresen und fügte etwas leiser hinzu. Und es ist teuer, mächtig teuer. MX Gold, wenn ihr wisst, was ich meine. Zwei Blocks weiter gibt's eine gemütliche kleine Sportbar, bei College Studenten ziemlich angesagt. Auch Andy Augen für die Flaschen hinter dem Tresen hatte. Wir kommen nicht, um etwas zu trinken, sagte sie. Nur ein, zwei kurze Fragen und wir sind wieder draußen. Sie schenkte dem Barkeeper ein Lächeln und zeigte sich von ihrer verführerischsten Seite. Was für Fragen, entgegnete der Keeper ein wenig verblüfft. Sie kommen aber nicht von so einem Klatsch- und Tratschportal über Promis, oder? Nein, beruhigte ihn Andy und winkte energisch ab. Nichts dergleichen. Und was dann? Unser Onkel, der Einfachheit halber reklamierte sie Onkel Ed auch für sich, wird vermisst. Vor vielen Jahren war das hier sein Stammlokal. Wir wollten uns einfach mal umhören, ob ihn vielleicht irgendjemand in den letzten vier, fünf Wochen hier gesehen hat. Der Barkeeper nickte. Es war nicht das erste Mal, dass jemand aus seiner Klientel spurlos verschwand und er wusste, was hinter dem harmlosen Wörtchen vermisst tatsächlich stand. Kann ich mal ein Foto sehen? Moth reichte ihm sein Handy mit einem recht aktuellen Foto von einem grinsenden Ed Warner am Swimmingpool. Der Mann an der Bar betrachtete es einen Moment lang intensiv, schüttelte dann den Kopf und winkte seine beiden Kollegen heran. Alle erklärte der erste Keeper. Sie müssen sich ihn betrunken vorstellen, warf Andy hastig ein. Sie spürte, wie sich Moth neben ihr verspannte. Ein betrunkener Psychiater und unter den gegebenen Umständen vermutlich auch ein bisschen laut. Erneut schüttelte der Befragte den Kopf. Zumindest einer von uns müsste sich erinnern, sagte er. Wenn wir hier an der Bar eins wirklich drauf haben, fügte gehört zum Beruf. Genauso wichtig, wie die Drinks zu servieren. In dem Moment, wo einem Gast ein fünfzig Jahre alter Scotch auf der Zunge brennt, ist er kein Fremder mehr. Selbst hier drin. Und wenn jemand ein Gläschen zu viel kippt, nun sagen wir mal, wir sind sehr diskret. Aber das heißt nicht, dass wir es von der Festplatte löschen. Er verzog das Gesicht zu einem nachsichtigen Grinsen. Und deshalb noch mal. Der Dresscoat. Business Casual nennt sich das. Und ihr zwei Hübschen. Andy Candy packte Moth am Ellenbogen. Vielen Dank, sagte sie. Ehe Moth begriff, wie ihm geschah, manövrierte sie ihn zur Tür hinaus. Und Andy Candy kam sich vor wie eine Reha-Schwester, die einem Soldaten nach dem Verlust eines Beines bei den ersten Ich glaube, ich muss jetzt dringend zur Redeemer One. Mehr brachte er nicht heraus. Ihr kam ein Song von Eric Clapton in den Sinn und sie summte ihn leise vor sich hin. Susan Terry kam zu den Treffen in der Redeemer One grundsätzlich ein paar Minuten zu spät, was ihr selbst ein Rätsel war. Pünktlichkeit war ihr Markenzeichen, ob bei Gerichtsverhandlungen oder Sitzungen oder den nebensächlichsten Terminen. Die Gruppentreffen der Suchtkranken in der Kirche dagegen lösten bei ihr so komplizierte Gefühle aus, dass sie draußen geradezu zwanghaft von einem Bein aufs andere trat, bevor sie sich zusammenriss und hineinging. Zaudern war gewöhnlich nicht ihr Ding. Ungestimm umso mehr. Manchmal empfand sie den Kampf gegen ihre Sucht wie eine Gratwanderung. Auch wenn sie ihre Sucht nach Kokain zügeln musste, es befeuerte ihre beinharten Plädoyers und kaltblütigen Analysen eines Tatorts, an denen ihre Karriere hing. Manchmal wünschte sie sich, sie könnte wenigstens ein kleines bisschen drogenabhängig bleiben. Vielleicht wäre sie dann noch glücklich verheiratet und nicht allein. Sie stand an der geöffneten Wagentür. In Miami kündigten sich die Abendstunden oft etwas zaghaft an, als täte es ihnen leid, sich über den strahlend blauen Himmel zu senken. Während sie weitere Minuten verstreichen ließ, blickte sie den anderen regelmäßigen Teilnehmern hinterher, die zum Portal der Kirche eilten. Wie gewohnt parkte sie am stockdunklen hinteren Ende des Parkplatzes, gute acht Meter von den Lampen entfernt. Auch dieser Tick passte zu ihrem Non-Konformismus. Die allermeisten Frauen strebten instinktiv zum Licht, das ihnen Schutz vor zwielichtigen Gestalten versprach. Es war, als suchte Susan den Nervenkitzel der Ungewissheit, ob irgendwo im Gebüsch ein Vergewaltiger mit Skimaske lauerte. Jetzt gerade. Volles Risiko. Auch damit konnte sie sich identifizieren. Architekt, Ingenieur, Zahnarzt. Einer nach dem anderen strebten sie zum Treffen. Die meisten schienen es eilig zu haben, manche nahmen zwei Eingangsstufen auf einmal. Alle trieb derselbe Instinkt, das Bedürfnis, einmal dieser beharrlichen Stimme freien Lauf zu lassen, der sie überall sonst strenges Redeverbot erteilten. Sie trat mit dem Schuh gegen einen Kieselstein und sah zu, wie er um ein Haar eine Eidechse traf, die sich in einen Baumstumpf rettete. Am Morgen hatte sie verloren. Verloren beschrieb Den ganzen Tag über war sie sich wie eine der tragischen Figuren in Hamlet vorgekommen, wo am Ende alle tot auf der Bühne lagen. So etwa empfand sie den Ausgang eines Falls, der von Anfang an unter einem schlechten Vorzeichen gestanden hatte. Ein 13-jähriger Junge, mit dem ersten Pflaumen im Gesicht, gerade mal im Stimmbruch, hatte seinen Vater mit dessen heißgeliebter Flinte erschossen. Bei der die Wildenten Jagd im maßgeschneiderten Tweed zu handgenähten Kalblederstiefeln. Bis vor kurzem hatte sie im ländlichen Texas und der Upper Peninsula in Michigan zuverlässig Federwild zur Strecke gebracht. Ein Jagdgewehr, keine Präzisionswaffe für Mord. Bei den Befragungen am Familiensitz in der bewachten Wohnanlage Coco Plum im exklusiven Coral Gables hatten die schluchzende Ehefrau und die verängstigte kleine Schwester mit ihrem unablässigen Gewimmer sie wie eine hängen gebliebene Schallplatte völlig aus dem Konzept gebracht. Inmitten dieses Chaos hatte Susan nicht bemerkt, wie zwei Detektives sich den Jungen schnappten und mit ihm zu einer aggressiven Vernehmung in einem Nebenzimmer verschwanden. Entschieden zu aggressiv. Zwar verlasen sie dem jugendlichen Mörder seiner Rechte, hielten es aber nicht für nötig, einen Erwachsenen als Zeugen hinzuzuziehen. Stattdessen griffen sie tief in die uralte Trickkiste der Polizei. Na, mein Junge, wieso hast du das getan? Uns kannst du's ruhig sagen. Wir sind deine Freunde, wir wollen dir nur helfen. Dein Dad war ein Mistkerl, so viel steht schon mal fest. Erzähl einfach der Reihe nach, wie es gewesen ist. Red dir das Ganze von der Seele nur den Mörder gesehen. Das Rechtssystem sei jedoch das Kind. Um diese Unterscheidung zu treffen, war Susan persönlich zum Tatort gekommen, doch dann passierte sozusagen vor ihren Augen, was sie hatte verhindern wollen. Sie hatte auf der ganzen Linie versagt. Und so kam es, wie es kommen musste. Im Prozess am Bezirksgericht hatte ein Richter das eiskalte Geständnis des Jungen, obwohl einer der Polizisten es ordnungsgemäß mitgeschnitten hatte, vom Tisch gefegt. Und ohne dieses Geständnis war es höllisch schwer, wenn nicht unmöglich, über jeden begründeten Zweifel erhaben zu beweisen, was sich tatsächlich in jener tödlichen Nacht zugetragen hatte. Die Mutter würde nicht gegen ihren Sohn aussagen, die Schwester nicht gegen ihren Bruder. Die Purdy wimmelte von Fingerabdrücken der ganzen Familie. Als ob das nicht genügte, wusste sie, dass die Familie nicht nur einen der besten Strafverteidiger engagiert hatte, sondern eine ganze Phalanx an Zeugen aufmarschieren lassen würde, von Lehrern über Psychologen und Schulfreunden des Jungen, die alle in den Chor einstimmen würden, wie der tote Vater das ganze Haus in Angst und Schrecken versetzt hatte. Und dann würde besagter Anwalt einer Jury Unfall. Wie hundertmal zuvor schlug der Vater gerade die Mutter, als der Sohn dazwischen ging und ihn mit dem Gewehr bedrohte, damit er von der Mutter abließ. Der Junge verteidigte nur seine Mutter. Netter Zug, edelmütig. Hätten wir nicht alle dasselbe getan? Das arme Kind wusste nicht einmal, dass die Waffe geladen war, und dann löst sich plötzlich dieser Schuss. Ein starkes Argument, so recht nach dem Geschmack einer mitfühlenden Jury. Da konnte man die Eiseskälte in den Augen des Sohnes schon mal leicht übersehen und die Schadenfreude überhören die Mitschwang, wenn er ohne Not die Verfolgung seines Vaters durch viele Zimmer des Hauses beschrieb, so wie sich vermutlich der Vater auf den umliegenden Wiesen an Moorhühner herangepirscht hatte. Money can't buy your love, summte Susan vor sich hin. Besonders wenn es um einen gewohnheitsmäßigen Gewalttäter geht, fügte sie in Gedanken hinzu. Sicher bei dem Toten handelte es sich um einen prominenten stinkreichen Geschäftsmann mit dickem Mercedes und eigenem Rennboot an der privaten Anlegestelle, der in keinem Vorstand oder Ausschuss fehlte und jedem Wohltätigkeitsverein seinen Namen lieh, und einen Mann, der in seiner Familie regelmäßig die Fäuste schwang. Scheiß auf den Kerl. Und jetzt kommt der Junge ungestraft mit seinem Mord davon. Scheiß auf den Jungen und scheiß auf mich. Die Geschichte würde Konsequenzen haben. Wenn es gut für sie lief, stand eine gehörige Gardinenpredigt an. Im schlimmsten Fall hieß es für einige Monate ab ins Gericht für Verkehrsdelikte und Drogenmissbrauch. Sie hasste komplizierte Verbrechen. Sie hatte es lieber schlicht und einfach. Der Böse, das unschuldige Opfer. Die Cops nehmen den Bösen fest, hier bitteschön die Tatwaffe. Ein detailliertes Geständnis auf Band, eine ansehnliche Reihe verlässlicher Zeugen, forensische Beweise in Hülle und Fülle, keine Zweideutigkeiten. Genug in der Hand, um im Gerichtssaal aufzustehen und mit dem heiligen Zorn der Puritanerin den Finger gegen die angeklagte Hexe zu erheben. Doch mehr als alles andere hasste sie es zu verlieren, selbst dann, wenn sie in ihrer Niederlage einen Funken Gerechtigkeit sah. Wenn sie aber einen Fall verlor und obendrein gedemütigt wurde, meldete sich wieder die Sucht. Ein Tütchen Kokain und die Niederlage war Schnee von gestern. Ein kurzer Höhenflug und der ganze Druck fiel von ihr ab und traf die Bösen, die sie bekämpfte. »When your day is done and you wanna run«, sang Eric Clapton. So suchte sie am Abend ihre fatalen Niederlage, bei der die Wahrheit auf der Strecke geblieben war, die Gesellschaft der anonymen Alkoholiker. Mit einem Seufzer gestand sich Susan Terry ein, dass sie lange auf den Lippen trott sie aus dem Dunkel. In ihrem Kopf spulte sich die Gerichtsverhandlung vom Morgen immer wieder ab. »Verfluchter Mist«, sagte sie laut, »ich bin selber schuld.« Bei dem Wort schuld zuckte sie zusammen, da sie genau in diesem Moment Moth zur Kirchentür hinein verschwinden sah. Als sich Susan unauffällig in den Raum schlich und auf einem der Stühle in der Nähe des Ausgangs Platz nahm, sprach Moth bereits zu den anderen. Nach wenigen Sekunden hatte sie begriffen, dass er diesmal nicht über Alkohol oder Drogen redete. »Hallo, ich bin Timothy und heute seit 22 Tagen nöchtern. Leises Klatschen, Glückwunsch Gemurmel. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass sich mein Onkel nicht erschossen hat. Ich habe sein Im Raum herrschte absolute Stille. Moth blickte in die Runde, um den Leuten von den Augen abzulesen, wie sie seine Worte aufnahmen. Er wusste, dass er sich jeden Satz gut überlegen musste. Wenn er diese Weggefährten überzeugen wollte, dann nur durch einen logisch strukturierten, präzisen Vortrag. Doch schon nach dem ersten zaghaften Versuch spielten ihm die Gefühle einen Streich und er wusste nicht mehr, wo Anfang und Ende war. Wir alle hier wissen doch, und das geht selbst für mich, den Jüngsten in dieser Runde, was alles zusammenkommen muss, um diesen letzten Entschluss zu fassen, sich ins Gesicht zu sagen, ich kann nicht mehr. Wir alle wissen ganz genau, wie tief das Loch sein muss, in das man fällt, ohne wieder herauszukommen. Wir alle wissen, welche Fehler einen so weit bringen können. Auf das Wörtchen Fehler legte er besondere Betonung, da bei jedem dieser Treffen klar war, wie viel an diesem einen Wörtchen hing. Verzweiflung, Scheitern, Drogen und Alkohol, Verlust und unerträgliche Qualen. Um diesen Gedankenraum zu geben, hielt er eine Weile inne. Höchstwahrscheinlich war der Gedanke an den Freitod keinem der Anwesenden gänzlich fremd, auch wenn sich die meisten vielleicht davor scheuten, das Wort Selbstmord in den Mund zu nehmen. Also noch mal, wem, wenn nicht uns, wäre klar, wie tief man fallen muss, um keinen anderen Ausweg mehr zu sehen? Während er sprach, hatte Moth das seltsame Gefühl, als regte sich in dem geschlossenen Raum ein Luftzug, der jedem wie ein kalter Wind ins Gesicht blies. Moth überlegte, was kann ich mit absoluter Sicherheit über meinen Onkel sagen? Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass der Ed, den ich gekannt habe, nichts so sehr hasste wie Geheimniskrämerei, dass er Lügen hasste. Mit all dem hatte er abgeschlossen. Als er in die gespannten Gesichter der anderen blickte, sah er sich daran bestätigt, dass dies der Moment war, um Täuschung und Unaufrichtigkeit hinter sich zu lassen. Das gab es nicht mehr. Nicht für Ed. Ganz bestimmt nicht in seinen letzten Tagen, nicht einmal in seinen letzten Wochen oder Monaten oder Jahren. Das lässt nur einen logischen Schluss zu, den ich in der Minute gezogen habe, als ich nach seinem Tod wieder nüchtern war. In der Stille versuchte er jedem Einzelnen persönlich in die Augen zu schauen. Ich brauche Hilfe. Als er von Hilfe sprach, schien ein Ruck durch die Versammlung zu gehen. Welche Art von Hilfe sich alle normalerweise von dem Treffen erwarteten, lag auf der Hand. Doch Moth schwebte offenbar eine andere Art von Hilfe vor. Niemand wagte das anhaltende Schweigen, das auf Moths Ansprache folgte, als erster zu brechen. Susan Terry versuchte die Reaktion der anderen Süchtigen im Raum abzuschätzen. Also, fasste Moth seine Bitte zusammen, sagt mir, wo ich nach dem Mörder suchen soll. Es dauerte eine Weile, bis die erste zaghafte Antwort kam, in Form einer Frage. Wann hat das mit dem Alkohol bei ihm angefangen? fragte der Ingenieur. Ich meine, die Abhängigkeit. Etwa drei Jahre, nachdem er sich auf diese unmögliche idiotische Ehe eingelassen hatte. Er glaubte wohl, er bräuchte sie als eine Art Tarnung oder er redete sich ein, wenn er erst einmal verheiratet wäre, würde sich das mit dem Schwulsein schon irgendwie richten. Jedenfalls hat er spätestens dann mit dem Lügen angefangen und sich selbst wie allen anderen etwas vorgemacht. Zu der Zeit kam seine Praxis gerade in Schwung und die Aussichten schienen rosig, nur dass es für ihn alles andere als rosig war. Da hat er also angefangen, sich systematisch umzubringen, bemerkte der Ingenieur. Eine knallharte Einschätzung, aber treffend. Und irgendwann kam der Moment, fuhr der Ingenieur fort, als er sah, wo das enden würde und er das erste Mal hierher kam. Richtig, bestätigte Moth. Jetzt erhob sich der Philosophie Professor halb vom Stuhl, nahm jedoch wieder Platz und sprach in lebhaftem Ton, dabei unterstrich er jeden Gedanken mit einer theatralischen Geste. Wenn du all die Jahre zurückgehst, bist du dem Moment, als Ed so wie du oder ich oder jeder andere hier Alkoholiker oder Drogensüchtig wurde, naja, ich frage mich, aus welchem Grund irgendjemand einen Menschen töten sollte, der das systematisch selbst besorgt? Zustimmendes Gemurmel. Demnach ergibt es nur Sinn, einen solchen Menschen heute zu ermorden, wenn das Motiv dafür weiter zurückliegt als Eds Alkoholproblem. Dass er längst trocken ist, schon seit Jahren, und was er geleistet hat, wie erfolgreich er beruflich war, muss für den Mörder ein Affront sein, eine Zumutung. Ich denke, für denjenigen passt das nicht ins Bild. Es hat wahrscheinlich seine ganze Welt auf den Kopf gestellt, fuhr der Professor fort. Es war kein Raubmord, so viel wissen wir. Deiner Meinung nach auch kein Selbstmord, Moth. Auch kein Familienzwist oder irgendeine Sexgeschichte, keine Dreiecksaffäre. Das alles können wir streichen. Nichts mit Geld und nichts mit Liebe. Abgehakt. Was bleibt dann noch? Der Zahnarzt meldete sich zu Wort. Er rieb sich aufgeregt die Hände. Moth drehte sich zu ihm um. Ein schmächtiger Mann, die spärlichen Haare quer über die Glatze gegelt und wie viele Ärzte seiner Fachrichtung Experte zum Thema Suizid. Rache, platzte er heraus. Darauf wollte ich auch hinaus, pflichtete der Philosophie Professor bei. Susan Terry saß gerade aufgerichtet da. Was ihr in den letzten paar Minuten zu Ohren gekommen war, klang wie der reine Irrsinn. Sie musste an sich halten, um nicht laut in die Runde zu brüllen, wie blöd man eigentlich sein könne, einen abgeschlossenen Fall eigenmächtig und stümperhaft wieder aufzurollen und reinen Hirngespinsten freien Lauf zu lassen. Wieso verwiesen sie Moth mit seinen wilden Spekulationen nicht in die Schranken? Geschwirrten dutzende Warnungen gegen Argumente Einwände durch den Kopf. Seid ihr alle Meschugge? Sie warf einen unauffälligen Blick auf den Zahnarzt. Jetzt schüttelte er auf einmal den Kopf. Allerdings nicht, wie es schien, weil er anderer Meinung war als der Rest, sondern nach seinem Grinsen zu urteilen, weil er etwas unheimlich komisch fand. Ich habe eine Menge Krimis gelesen, bekannte er. Hier und da ertönte leises Kichern, bis der Professor sagte, Hauptsache die Kollegen von der Fakultät erfahren nichts davon. Unter leisem Gemurmel steckten die Leute in der Redeemer One die Köpfe zusammen. Das Stichwort Rache fiel hier zum ersten Mal. Dann meldete sich zum ersten Mal die makellos frisierte Dame aus der Rechtsabteilung einer großen Firma. Wem hat dein Onkel etwas getan? Wahrscheinlich gingen sie alle in diesen Sekunden die langen Listen der Menschen durch, denen sie viel Kummer bereitet hatten, wenn auch jeder im Stillen. Die Juristin senkte die Stimme, doch jeder konnte sie klar und deutlich hören. Oder tastete sie sich an einen Gedanken heran, aus dem Moth die Frage destillierte, hat er sich etwas wirklich Schlimmes zu Schulden kommen lassen? Es war eine berauschende Erfahrung gewesen, neben seinem Opfer zu stehen. Riskant, doch es hat er sich gelohnt, wie eine rasante Fahrt auf regennasser Autobahn, dieses prickelnde Gefühl, wenn die Räder über den Straßenbelag schlittern und wie von Zauberhand im letzten Moment wieder Bodenhaftung gewinnen. Keine fünf Stunden nachdem Jeremy Hogan mit seinem Waffen Arsenal erster Güte vor seinen Augen vom Parkplatz des Waffenladens gefahren war, saß Student Nummer fünf wieder in Manhattan an seinem eigenen Schreibtisch. Manchmal deutet alles darauf hin, sinnierte er, dass ein Mord vom Schicksal gewollt ist. Es war Zufall, dass ich mitbekommen habe, wie meine Zielperson das Haus verließ. Mein Glück, dass ich mich unbemerkt ranhängen konnte. Ein seltsames Zusammenspiel, dass ein Ausflug ausgerechnet dazu diente, sich Waffen zu besorgen und geradezu ein Wink des Schicksals, dass ich schließlich unerkannt auf armes Länge an ihn herankam. Er verzog das Gesicht zu einem höchst zufriedenen Lächeln. Dieser Tod wird etwas ganz Besonderes. Diesmal reizte ihn die Gefahr. Mach dich noch näher an ihn ran, auch wenn du jedes Mal riskierst aufzufliegen. Er musste an sich halten, um nicht zum Telefon und der kleinen Vorrichtung zu greifen, die seine Stimme elektronisch verzerrte, um Dr. Hogan's verdutzte Reaktion zu genießen. Warte, lass es dir noch ein bisschen auf der Zunge zergehen. Er wippte auf seinem Schreibtisch Sessel, sprang auf, lief in seiner Wohnung hin und her, ballte die Hände zu schaffte sich Student Nummer Fünf ein. Halt dich an dem Plan. Du hast die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Diese und ähnliche kluge Zitate aus Sonsis »Die Kunst des Krieges« standen auf Postkarten an einer Pinnwand neben seinem Schreibtisch. Gib dich unterlegen und verleite deinen Feind zum Übermut. Wenn du deinem Feind nahe bist, wiege ihn in dem Glauben, du seist noch weit entfernt, bist du noch weit von ihm entfernt, erwecke den Eindruck, du wärst zum Greifen nahe. Überrumple ihn mit deinem Angriff, stell dich ihm entgegen, wo er dich nicht erwartet. Natürlich war es wichtig zu wissen, auf welchen Strecken Jeremy Hogan zu welchen Zielen fuhr, wie er seinen Tag einteilte, welche eingefleischten Gewohnheiten er nicht ablegen Wie weit wäre der Doktor in der Lage, sich um Veränderungen in seinem Tagesablauf und in seinen Verhaltensmustern zu bemühen, um seinem Verfolger zu entwischen? Allzu viel traute er Jeremy Hogan nicht zu. Die wenigsten Menschen waren zu drastischen Veränderungen in der Lage. Es lag in der Natur des Menschen, sich an das Bewährte und Vertraute zu halten und daraus ein hohes Maß an Sicherheit zu schöpfen. Diese und ähnliche Erkenntnisse hatte er seinen umfangreichen Studien entnommen. Die Beschäftigung mit diesen Themen reichte bis in die Jahre zurück, als er noch glaubte, ihm winke eine steile Karriere als Seelenarzt. Er hätte gedacht, dass die Psychologie des Tötens und die des Helfens so nah beieinander liegen. Als er dem alten Mann auf dem Weg vom Waffengeschäft zu seinem Wagen gefolgt war, hatte es ihm wahrhaftig in den Fingern gejuckt, ihn beim Tragen seines brandneuen Arsenals behilflich zu sein. Nichts weiter als eine nette, hilfsbereite Geste. Doch Student Nummer fünf wusste, dass er an diesem Tag schon genug riskiert hatte, indem er seiner Zielperson so nahe gekommen war. Als er im Geschäft den Eigentümer um Erlaubnis bat, eine Waffe auszuprobieren, hatte er nicht einmal die Stimme verstellt. keine Reaktion gezeigt. Er hatte auch keine erwartet, was ihn noch zuversichtlicher machte. Streng genommen ist der ganz natürliche Alterungsprozess die allerbeste Tarnung. Ein paar Augenfältchen, ein wenig abgespeckte Wangen, die berühmten grauen Schläfen, eine Brille als Zeichen nachlassender Sehkraft und schon lässt uns das Gedächtnis im Stich. Genauso wichtig waren natürlich der Anlass des Wiedersehens und die Umgebung. dass der junge Mann, dem er einmal schweres Unrecht zugefügt hatte, ihm dreißig Jahre später als erwachsener Mann höflich die Tür aufhält. Wie hätte er darauf kommen sollen, dass er in diesem Moment seinem Mörder für die freundliche Geste dankte? Ganz einfach, weil er nie und nimmer damit rechnen konnte, mir in diesem Moment zu begegnen. Manchmal ist keine Tarnung die beste Tarnung. In diesem Moment suchten den Studenten Nummer fünf die eigenen Erinnerungen heim und er kramte in seinen Schreibtisch Schubladen, bis er auf ein kleines Fotoalbum aus geprägtem rotem Leder stieß. Er schlug es auf. Da stand er, als Highschool-Absolvent und auf der nächsten Aufnahme Arm in Arm mit seinen Eltern bei der feierlichen Übergabe des College-Abschluss Zeugnisses. Ein Bild der Unschuld und des Optimismus. Menschen, deren Namen ihm längst entfallen waren, oder von Freunden, die sich vor Jahrzehnten aus seinem Leben verabschiedet hatten. Für einen Moment stieg in ihm die alte Wut hoch. Solange du normal bist, sind alle glücklich und zufrieden. Bist du es nicht, wenden sie sich entsetzt von dir ab. Sie haben tatsächlich Angst vor dir, obwohl in Wahrheit du jeden Grund hast, dich zu fürchten. Die Leute begreifen das einfach nicht. Wenn du den Verstand verlierst, kannst du deine Hoffnung gleich mit begraben. Er holte Tiefluft. Die Erinnerungen trübten seine Stimmung und die Traurigkeit verwandelte sich in Wut. An der Schreibtisch Kante fand er Halt. Er wusste nur zu gut, dass er die Vergangenheit unter dem Deckel halten musste, wenn er an einem Plan arbeitete. Auch wenn keine Fehler machen wollte. Keiner von ihnen hat mich auch nur ein einziges Mal in der Anstalt besucht. Als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Keine Freunde, keine Familie, kein Mensch. Sie haben mich mit meinem Wahnsinn ganz allein gelassen. Aus den Monaten in der Psychiatrie gab es keine Fotos, ebenso wenig wie nach seiner Entlassung. Schließlich blätterte er zur letzten Seite des Albums um zum wichtigsten Foto von allen. Sie hatten es im Innenhof des Instituts für Psychiatrie aufgenommen. Fünf lächelnde Gesichter, alle in derselben Uniform, weiße Laborkittel über dunkle Hose oder Jeans. Mit untergehakten Armen waren sie dicht zusammengerückt. Er selbst stand in der Mitte. Haben Sie damals schon geplant, mir meine Karriere zu ruinieren? War Ihnen klar, wie Sie mir die Zukunft versauten? Wo blieb Ihre Sympathie? Ihr Verständnis? Ein Mindestmaß an Solidarität? Auf dem Bild trug er eine wilde, ungepflegte Mähne, und bei genauerem Hinsehen bemerkte man den unsicheren Blick, den er mit seinem Lächeln kaschierte. Er sah seinem früheren Ebenbild an, wie wenig Schlaf er bekommen, wie viele Mahlzeiten er ausgelassen hatte. Seine Schultern waren nach vorn gesackt, seine Brust eingefallen. Er sah schmächtig aus, fast als hätte ihn jemand verprügelt oder zusammengeschlagen. Geisteskrankheiten konnten einen Menschen ebenso auszehren wie ein Krebsgeschwür. Wieso habe ich gelächelt? Er sah genauer hin. Aus seinem Blick sprachen Ratlosigkeit und Verletzung. Dieser Schmerz war die Wahrheit. Ihre Umarmung, die freundlichen Gesichter, ihr Geist, all das war gelogen. Student Nummer fünf zog das Foto unter der Schutzfolie hervor und hielt es vor sich hin. Dann griff er nach einem roten Marker. Er packte den Stift wie ein Messer und strich nacheinander die Gesichter aus. Sein eigenes Inklusive. Mit dem entstellten Schnappschuss eilte er in die Küche. In einem Kistchen fand er eine Streichholz Schachtel. Er trat an den Ausguss, steckte ein Streichholz an und ließ die Flammen über den Rand des Fotos züngeln. Dabei drehte er das Bild langsam zwischen den Fingern um, bis die Flammen alle Seiten erfasst hatten. Erst dann ließ er es ins Becken fallen und sah zu, wie es verkohlte und zur Asche zerfiel. Jetzt sind alle auf diesem Foto tot, stellte er fest. Indem ich töte, werde ich wieder normal. Er wedelte mit den Händen über dem Ausguss, um nicht den Rauchmelder auszulösen. Andy Candy hatte eine unruhige Nacht mit auffüllenden Träumen, von denen sie immer wieder schweißgebadet erwachte. Während des Tages zerfraßen sie, außer in den Stunden, die sie mit Moth verbrachte, Zweifel und Selbstvorwürfe. Unversehens hatte sie sich auf etwas eingelassen, das möglicherweise richtig war, vielleicht aber auch ein kolossaler Fehler. Wie sollte sie sagen, was von beidem zutraf? Dabei machte es die Situation nicht gerade leichter, dass sie von Zeit zu Zeit ohne äußeren Anlass wie aus heiterem Himmel eine große Wut erfasste und sie hilflos ein ums andere Mal durchlebte, was ihr bei dieser College-Party zugestoßen war. Jedes Mal versuchte sie in selbst Folgen abzuwenden. Manchmal drängte sich ihr der Gedanke auf, an jenem Abend bin ich gestorben. Die Musik war viel zu laut, ohrenbetäubend laut, Stücke, die sie nicht kannte, Rap-Texte, die sie nicht verstand über Zuhälter, Nutten und Knarren, Bässe, die einem bis ins Mark gingen, stampfende, hämmernde Rhythmen. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten. Um sich Gehör zu verschaffen, musste sie dem Anderen so laut ins Ohr brüllen, dass sie nach kurzer Zeit heiser war. In dem Studentenwohnheim herrschte ein solches Gedränge, dass man sich nur mühsam Schritt für Schritt bewegen konnte. Schon nach kurzer Zeit herrschte eine unerträgliche Hitze. Schweiß, gelalte Worte, kreisende Gestalten, flackerndes Discolicht, rotglühende Lampen, Plastikbecher mit Bier oder Wein, brüllendes Gelächter und sogar vereinzelte schrille Schreie, ob Jubel oder Panik war nicht auszumachen, die sich für einen Moment gegen die gnadenlose Musik behaupteten. Dutzende Flaschen Schnaps machten die Runde und wurden wie Wasser heruntergekippt. Auf der Suche nach dem Jungen, der sie eingeladen hatte, kämpfte sie sich zu einem kleineren Raum durch, um dem viel zu dichten Gedränge der Körper zu entkommen und tief durchzuatmen, während eine warnende eigenen Rat gehört. Auch in diesem Nebenzimmer herrschte drangvolle Enge, doch hier standen die Studenten an den Wänden, um in der Mitte eine kleine freie Fläche wie die Arena für einen Gladiatorenkampf freizulassen. Sie hatte den Hals gereckt, um zu sehen, was für ein Schauspiel alle so in Atem hielt und im selben Moment ein wildes ungezügeltes Stöhnen gehört, das wie bei einem Sportereignis in Hochrufen unterging. In der Mitte saß ein muskulöser, vollständig nackter Junge auf einem Metallklappstuhl. Er hatte die Beine weit gespreizt. Sie erinnerte sich, dass er an einem Arm ein Tattoo trug, das allgegenwärtige Tribal-Armband, das bei Jungen beliebt war, denen jegliche Fantasie abging oder die zu zugedröhnt waren, um sich etwas Originelles auszudenken, wenn sie in ein Tätowierstudio stolperten. Einen Moment lang hatte sie auf dieses Tattoo gestarrt, bevor ihr Blick auf das erigierte Glied des Jungen fiel. Es war beachtlich und erhielt es wie ein Schwert. Vor ihm tanzte ein nacktes Mädchen. Sie drehte und wendete sich in eindeutigen erregenden Posen vor dem stöhnenden Jungen. Andy Candy kannte das Mädchen nicht. Was dem Jungen seine Muskeln war dem Mädchen von vielleicht 19, 20 Jahren die perfekte Model Figur. Flacher Bauchgroße Brüste lange Beine und eine dichte dunkle Mähne, die sie im Takt zu den hämmernden Rhythmen schüttelte. In einer Hand hielt sie eine Flasche Scotch, aus der sie sich in Abständen ein paar Tropfen über die Brust goss, bevor sie sich die Finger ableckte und die Hüften nach vorne warf, als lade sie die Zuschauerrunde ein, ihr wenig, sodass ihr der Scotch zwischen den Lippen hervorquoll. Wieder stöhnte der Junge, der jetzt dem Mädchen seine Erektion entgegenstreckte. Um dem Publikum noch mehr einzuheizen, zeigte das Mädchen mit dem Finger auf sein Geschlecht und dann auf ihre Lippen, als stellte sie der Meute eine stumme Frage, die mit lauten Rufen beantwortet wurde. Ja, mach schon, besorg's ihm. Jetzt trat ein dritter Student mit einer Videokamera dazu und umkreiste das Paar, als das Mädchen wie ein Star dem Mob zuwinkte und sich vorbeugte, um ihren Gespielen zu verschlingen. Einige Sekunden lang bewegte sich ihr Kopf rhythmisch auf und ab. Dann richtete sie sich auf und blickte in die Runde, etliche begeisterte Mädchen zwischen der überwältigenden Mehrheit der einer publikums wirksamen Geste verschränkte sie die Arme hinter dem Kopf, um ihre eigene Kraft zu unterstreichen, bevor sie eine schwungvolle Drehung vollführte und sich langsam auf dem Jungen niederließ. In ihrem Gesicht spielte ein erregtes Lächeln und sie gab lustvolle Laute von sich. Die orgiastische Darbietung der jungen Frau und der Kuss den sie hinterher schickte galten der Kamera und den Zuschauern im Raum. Mehr als mit dem muskulösen Jungen unter ihr trieb sie es mit dem Publikum. Jeder Stoß, jedes Kreisen stachelte den Mob zu immer wilderem Gejohle an. Schließlich klatschten die Leute im Takt ihrer rhythmischen Bewegung. Andy Candy wandte sich von der Show ab, bevor sie zu Ende war. Sie war nicht prüde, und dies war auch nicht die erste Party am College, die außer Kontrolle geriet. Selbst Sexspektakel hatte sie schon gesehen, doch dies drohte in eine Hemmungslosigkeit auszuarten, die ihr Unbehagen bereitete. Vielleicht lag es daran, dass etwas Intimes so übertrieben theatralisch zur Schau gestellt wurde. Für einen Moment fragte sie sich, ob das drängende Glied und die glattrasierte Charme sich überhaupt mit Namen kannten. Als sie sich gerade zum Gehen wandte, entdeckte sie den Jungen, der vorgegeben hatte, sie zu dieser Party einzuladen. Er kämpfte sich bis zu ihr durch und erhaschte über ihre Schulter hinweg einen Blick auf die Schau im Nebenzimmer. Oha, sagte er, das geht ab und verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen. Bis dahin hatte sie den Jungen eigentlich recht nett gefunden, zuvorkommend und höflich, sogar sensibel. Als sie wegen einer Magenverstimmung das Seminar über den Roman große Erwartungen verpasste, hatte er ihr seine Notizen zum Charles Dickens Kurs geliehen. Er kam aus einem reichen Vorstadtviertel. Sein Vater war ein staubtrockner Anwalt für Körperschaftsrecht und von seiner freigeistigen Mutter geschieden, die mit ihrer neuen Familie auf einer Avocado Farm in Kalifornien gezogen war. Einmal hatte der Junge sie zum Essen ausgeführt, nicht etwa in eine Pizzeria, sondern in ein chinesisches Restaurant, in dem sie bei einem köstlichen Mushu über den Creative Writing Kurs geredet hatten, den sie beide im letzten Semester ihres Abschlussjahres belegen wollten. Er gestand ihr seine Liebe zur Poesie. Als er sie zu Hause absetzte, gab er ihr ein Küsschen und fragte sie, ob sie vielleicht Lust hätte, am Wochenende mit ihm zu einer Party zu gehen. Über die näheren Einzelheiten schwieg er sich aus, doch soweit sie den Jungen bis dahin kannte, wirkte er vertrauenswürdig und harmlos. Ich möchte jetzt gehen, hatte sie gesagt. Na klar, kein Problem, nichts wie raus hier, scheint alles ein bisschen außer Kontrolle zu geraten, aber du siehst aus, als könntest du vorher etwas Stärkeres vertragen. Sie nickte. War das der Anfang vom Ende? Nein, Party einladen zu lassen. Hier, nimm erst mal meinen, ich besorg mir nachher einen neuen Drink, braucht eine Weile, bis man sich zur Bar durchgekämpft hat. Meinen, hatte er gesagt, aber es war nicht seiner. Dieser Drink war von Anfang an für mich und nur für mich bestimmt gewesen. Er hatte einen großen Plastikbecher mit Ginger Ale und reichlich billigem Scotch of Ice in die Hand gedrückt, wahrscheinlich dieselbe Marke, die das nackte Mädchen trank. Dabei fand ich Scotch schon immer abscheulich. Wieso hab ich ihn genommen? Vertrauen. Sie hatte die erste Regel für College Partys missachtet. Trink grundsätzlich nichts, das nicht vor deinen Augen geöffnet und eingeschenkt wird. Durstig wie sie war, hatte sie das Zeug in einem Zug herunter gekippt. Die Hitze. Ich hatte schrecklichen Durst. Ich hätte nicht so gierig trinken sollen, hätte ich wenigstens nur einen kleinen Schluck genommen und ihm den Rest zurück gegeben. Der Junge hatte gelächelt. Der Vergewaltiger. Wie sieht ein Vergewaltiger aus, wieso tragen sie nicht ein besonderes Hemd oder irgendein anderes Erkennungszeichen? Wie wär's mit einem scharlachroten V? Oder mit einer auffälligen Narbe, meinetwegen auch einer Tätowierung, irgendeiner Warnung vor dem, was mir bevorstand, sobald ich bewusstlos war. Also, sagte er, fürs Erste gestärkt, du siehst ein bisschen blass aus. Komm, deine Jacke liegt oben in meinem Zimmer, lass uns hochgehen und dann von hier verschwinden, vielleicht irgendwo auf einen Kaffee? Kaffee? Kaffee hatte er in dieser Nacht von Anfang an nicht eingeplant. Nach einigen Minuten hatten sie sich durch die schwitzende Menge gewühlt und als sie die Treppe erreichten, wurde ihr zum ersten Mal flau. Die Musik kam ihr noch lauter vor, dröhnende E-Gitarren, hämmerndes Schlagzeug, wildes Kreischen. Hey, alles in Ordnung, fragte sie der nette Junge, der sie eingeladen hatte auf der Treppe. Fürsorglich, aber nicht überrascht. Das hätte mich stutzig machen sollen. Mir ist ein bisschen schwummerig, sagte sie. Fühl mich irgendwie seltsam. Muss wohl die Hitze und die schlechte Luft sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine schwere Zunge, obwohl ich nicht betrunken war. Daran erinnere ich mich ganz genau. Sie hatte sich am Geländer festgehalten. Da war es dringend frische Luft, sagte er. Komm, lass dir helfen. Nett, höflich, für ein wahrer Gentleman. Er hat gesagt, er liebe Poesie. Er nahm sie am Arm, um ihr zu helfen, nur, dass sie nicht nach draußen gingen, sondern nach oben in sein Zimmer. Sie lächelte nach frischer Luft, doch das musste warten, jedenfalls für einige Zeit. Ich hätte ihn hinter Gitter bringen sollen, den Campus Wachdienst informieren, zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, mir einen Anwalt nehmen. Und warum hast du's nicht getan? Keine Ahnung, ich wusste nicht weiter, ich war überfordert, völlig verwirrt, ich war mir nicht mal richtig im Klaren, was mit mir passiert war. Und so hast du ihn vom Haken gelassen. Ja, kann man wohl so sehen. Umso besser konnte sie sich an den nächsten Morgen erinnern. Sie litt unter entsetzlicher, schwindelerregender Übelkeit und heftigem Erbrechen bis die reine Galle kam. Und dann, nach etwas über einem Monat, das Ganze von vorne. Erbrechen ohne Ende. Noch etwas sah sie so deutlich vor sich, als wäre es gestern gewesen. Die Schwester in der Klinik sagte die ganze Zeit Liebchen zu ihr, als sie ihr auf den Untersuchungsstuhl half. Die Instrumente waren aus Edelstahl, blitzten jedoch so heftig in dem gleißenden Licht an der Decke, dass sie das Bedürfnis hatte, die Hand über die Augen zu legen. Sie hatten sie beruhigt und ihr versichert, sie würde keine Schmerzen spüren und sie dann in Narkose versetzt. Das heißt, sie spürte keine physischen Schmerzen. Die andere Art blieb. Die Schuldgefühle brachten sie zum Weinen. Mit der Zeit wurde es besser, doch immer wieder traten ihr ohne irgendeinen Anlass die Tränen in die Augen. Die Grenzen zwischen Recht und Unrecht verschwammen und ballten sich tief in ihrem Inneren zu einer unvorstellbaren Ladung zusammen und obwohl sich die Anspannung nach und nach legte, würde sie der Konflikt noch lange begleiten. Gab es nicht irgendeine Abkürzung aus dem Wirrwarr der Gefühle, in dem sie sich verfangen hatte? Ja, dachte Andy Candy, vielleicht sollte ich einfach zur Uni fahren und den Burschen zur Strecke bringen. Vielleicht hilft mir Moth dabei, wenn er erst einmal den Kerl getötet hat, hinter dem er her ist. Und der Gerechtigkeit wäre Genüge getan. Moth wartete draußen vor seiner Wohnung auf sie. Er wirkte unsicher, als versuchte er, sich über etwas klar zu werden und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Als sie neben ihm anhielt, stieg er nicht sofort ein, sondern wartete, bis sie die Scheibe heruntergekurbelt hatte und lehnte sich zu ihr herein. Sofort drang ein Schwall heiße Luft durchs Fenster. Hey, sagte sie leise. Wo soll's heute hingehen? Er schüttelte den Kopf. Keine Ahnung. Dann fügte er hinzu. Ich kann nicht mal sagen, ob ich überhaupt weiterkomme. Sie liefen Seite an Seite. Den Passanten mussten sie wie ein junges Paar erscheinen, das über eine wichtige Entscheidung diskutierte, die erste gemeinsame Wohnung oder der erste Besuch des einen bei den Eltern des anderen. Dabei hätte der flüchtige Beobachter übersehen, dass sie zwar dicht nebeneinander liefen, sich jedoch nicht berührten. Moth klang ratlos. Er wirkte bedrückt und pessimistisch. Nach der Energie, die sie beide in den ersten Tagen ihrer Nachforschungen beflügelt hatte, schien es, als wäre an diesem Morgen plötzlich die Luft raus. Komm, sag schon, brach sie in einem sanften Ton das Schweigen, mit dem man eher einen Liebhaber zu trösten versuchte als einen Ex. Was ist los? Mitten im strahlenden Sonnenschein von Miami sah Andy Candy Moth wie hinter einer dichten Nebelwand, unnahbar und verschlossen. Sie wollten in einen kleinen Park, um unter den Bäumen etwas Schatten zu finden. Auf einem nahegelegenen Spielplatz tummelten sich die Kinder auf Schaukeln und Klettergerüsten. Sie waren laut und übermütig, und das ungetrübte Vergnügen der Kinder stand in umso schärferem Kontrast zu Moth entmutigter Miene. Ich stecke fest, sagte er gedehnt. Sie spürte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte, und so lief sie schweigend neben ihm her. Moth blieb stehen und trat gegen einen vertrockneten braunen Palmbädel, der auf dem Fußweg lag. Sie fanden eine kleine Bank und setzten sich hin. Als er endlich den Mund aufmachte, klang es wie der gequälte Monolog eines jungen Professors bei seiner Antrittsvorlesung über ein Thema, an das er sich gerade erst herantastete. Wenn sich ein Historiker mit Mord befasst, geht es entweder darum, den politischen Kontext zu analysieren, klassisches Beispiel, der Mord von Sarajevo, der im Dominoeffekt den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, oder um die gesellschaftlichen Implikationen. Zum Beispiel als Robert Ford Jesse James von hinten erschoss, während der Bandit gerade dabei war, in seinem Haus ein Bild aufzuhängen. In unserem Fach sehen wir uns eiskalt die Sachlage an und dekonstruieren sämtliche Faktoren, um die Hintergründe des Mordes zu verstehen. A² plus B² gleich C². Eine Gleichung des Todes. Selbst wenn wir dazu 11.000 Dokumente analysieren müssten. Aber der Tod von Onkel Ed, da müssen wir sozusagen rückwärts denken. Ich weiß auch nicht, wie ich's ausdrücken soll. Ich sehe die Antwort, er ist tot, aber nicht die Gleichung, die zu diesem Ergebnis führt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich nach den dazugehörigen Faktoren suchen soll. Doch das wissen wir, antwortete Andy Candy nachdenklich. Am liebsten hätte sie Moth bei der Hand genommen und sie gedrückt, doch sie unterließ es. Die Faktoren sicher, leicht gesagt, fragt sich nur wo. Was sagte die Logik? Das ist es ja gerade, ich kann in dem Ganzen keine Logik erkennen, andererseits wirkt alles, als hätte es jemand mit messerscharfer Logik geplant. Komm schon, Moth, er zögerte. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll und wie. Das sehe ich anders, erwiderte Andy Candy. Wir suchen nach Hass, grenzenlosem, völlig außer Kontrolle geratenem Hass, einer Art Hass, die jahrelang weiterschwählt. Wird mir das auch so gehen? Werde ich auch jahrelang einen solchen Hass ausbrüten? fragte sie sich plötzlich. Außer Kontrolle geraten? Ich weiß nicht, antwortete Moth. Naja, irgendwie schon. Derjenige ist von seinem Hass getrieben, andererseits dazu fähig, seine Rache über viele Jahre aufzuschieben. Ich frage mich, wie das zusammen geht. Er verstummte und lächelte schwach. Fragen, Fragen, Fragen. Wäre ganz nett, zur Abwechslung einmal Antworten zu finden, sagte er. Sie erwiderte sein Lächeln und folgte seinem Blick über den Park zu den spielenden Kindern. Ich habe darüber nachgedacht, wann und warum ich trinke. Es sind immer Situationen wie jetzt gewesen. Solange ich einen Abgabetermin für ein Referat hatte oder eine Hausarbeit, was auch immer, ging es mir gut, egal unter welchem Stress ich stand. Erst wenn ich unsicher war, wenn ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte oder gezweifelt habe, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, habe ich zu einem Drink gegriffen oder auch zehn oder mehr, denn dann hörst du ziemlich schnell mit dem Zählen auf. Moth lachte, doch es klang eher hilflos als amüsiert. Erst kommen die Zweifel, dann der Alkohol. Ziemlich einfache Gleichung, Andy, bei Lichter betrachtet. Onkel Ed hat mir mehr als einmal gesagt, es gäbe viele Dinge im Leben, mit denen die Leute nicht zurecht kämen, aber Ungewissheit wäre vielleicht das Schlimmste. Moth drehte sich zu Andy Candy um. Was ist mit dir? fragte er in eindringlichem Ton. Bist du dir bei dieser Sache, die wir hier durchzuziehen versuchen, auch so unsicher wie ich? Sicherheit war für Andy Candy in diesem Moment ein Fremdwort, doch sie schüttelte den Kopf. Du meinst, ob mir bei dem, was wir hier tun, Zweifel kommen? Ja. Andy Candy war sich bewusst, dass ein Ja ebenso wie ein Nein gelogen wären. Moth, derzeit gibt es in meinem Leben überhaupt gar nichts, worin ich mir sicher wäre, außer vielleicht, dass die Hunde meiner Mutter mich immer noch lieben. Meine Mutter wahrscheinlich auch, obwohl wir uns momentan eher aus dem Weg gehen. Und wenn mein Dad noch am Leben wäre, würde auch er mich noch lieben. Da stehe ich also. Und ich bin immer noch da. Moth nickte. Und was nun? Wo in aller Welt kann jemand einen solchen Hass auf einen anderen entwickeln? Bei ihren eigenen Worten kam mir der Junge aus dem Studentenheim in den Sinn. Wieso habe ich sein Lächeln nicht durchschaut? An Moth gewandt, sagte sie, im College, an der medizinischen Fakultät. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir in Eds späteren Lebensabschnitten niemanden finden konnten, der einen mörderischen Hass auf ihn hätte, außer vielleicht seine Ex. Aber die scheint mir zu sehr von Gucci in Beschlag genommen, um sich die Zeit zu nehmen. Moth lachte. Wo du recht hast, hast du recht. Er überlegte. Adams Haus, sagte er. Adams Haus in Harvard, da hat er sein Erststudium abgeschlossen. In dem Studentenheim hatte er zwei Mitbewohner, vielleicht rufen wir mal bei denen an. Andererseits, beim Medizinstudium kommt mir ein Gedanke. Für einen Moment versagte ihm die Stimme, dann hatte er sich wieder gefasst. Wer eine Überlegung währt, sagte er. Gib mir ein bisschen Zeit, ich glaube, mir kommt da gerade eine Idee. Andy Candy sah ihn neugierig von der Seite an. Plötzlich saß er kerzengerade auf der Parkbank und schlug sich mit der rechten Faust in die linke Hand. Susan Terry saß an ihrem Schreibtisch und tippte mit dem gespitzten Bleistift auf die Akten, die sich vor ihr türmten. Ein erschossener Tankwart, einige bewaffnete Raubüberfälle, ein häuslicher Streit mit Todesfolge und drei Vergewaltiger. Damit sollte sie für die nächsten Wochen ausgelastet sein. Sie hielt einen Moment inne, knallte den Stift auf die Platte und beobachtete, wie er über die Kante rollte und zu Boden fiel. Sie stand auf, trat ans Fenster und blickte hinaus. Gerade aus wiegten sich Palmwedel in einer leichten Brise und als sie darüber den blauen Himmel betrachtete, folgte ihr Blick einem Jumbo-Jet beim Anflug auf den internationalen Flughafen Miami. Weiter rechts erstreckte sich der nahegelegene Parkplatz, auf dem sie wie gebannt einen schwarzen Porsche beobachtete, der sich zwischen den anderen Autos hindurchwand und auf dem Highway verschwand. Als sie ihn aus den Augen verlor, hielt sie sich mit beiden Händen an der Fensterbank fest und stieß ein Schnellfeuer an Flüchen aus, eine wahllose Mischung aus Gottverdammt Scheißkerle und Fuck, 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 bis sie außer Atem war. Schließlich sagte sie etwas lauter, Was denkt sich der Bursche eigentlich dabei? Das ist nicht nur eigenmächtig, sondern obendrein selbst destruktiv und gefährlich. Bei der Erinnerung an die letzte Begegnung mit Moth in der Redeemer One kam erneut die Galle hoch. Wieso kapiert der Junge das eigentlich nicht? Der Fall ist geschlossen. Selbstmord tut uns allen entsetzlich leid, schlimm genug für ihn. Wieso legt er seinem Onkel nicht einfach ein paar Blumen aufs Grab und sieht zu, dass er trocken bleibt und sein Leben in den Griff bekommt? Der Junge bringt sich in Gefahr, meldete sich dieselbe Stimme, die ihr seit dem Abend in der Runde der Alkoholiker keine Ruhe mehr ließ, auch wenn sie nicht den leisesten Schimmer hatte, wo diese Gefahr lauerte. Ihren eigenen Erfahrungen zufolge enthielt ein Mord immer etwas Explosives. Der Drogendeal, der schief gegangen war, ein Ehemann, dem mit einem Schlag klar wird, dass er die ständige Mäkelei dicke hat und der hinterher selbst nicht mehr täglich vorbeikam, um einzusammeln, was erledigt war, doch aus irgendeinem Grund hatte sie den Ordner im letzten Moment wieder heruntergezogen und auf den Stoß mit Tötungsdelikten, Raubüberfällen sowie anderen schweren Straftaten gepackt, die ihren Terminplan bis zum äußersten strapazierten. Normalerweise wurde der Papierkram zu den geschlossenen Fällen geschreddert, die elektronischen Kopien wurden dagegen auf dem Computer archiviert. Takte mit dem Burschen redete. Einen Mann, der dem Kerl Kraft seines Amtes in knallharten Worten die Botschaft steckte, bis hierher und nicht weiter. Jetzt hör mir mal gut zu, Junge, misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen und von denen du keine Ahnung hast. Wenn du uns weiter ins Handwerk pfuschst, machst du alles nur noch schlimmer. Wir haben uns den Fall gründlich Andererseits war ihr klar, dass eine solche Holzhammer-Methode bei den Leuten von der Redeemer One nicht gut ankommen würde. Und so ungern sie es sich eingestand, war sie mehr denn je in ihrem Leben auf diese Treffen angewiesen, da sie außer dem Beruf nichts anderes im Leben hatte, auch wenn sie sich in der Runde nur selten einmal zu Wort meldete und sich lieber in irgendeinen Winkel verkroch. Mit ungläubigem Staunen wurde ihr in diesem Moment bewusst, wie überlebenswichtig es für sie war, den anderen zuzuhören. Na schön, sagte sie in nachdrücklichem Ton, auch wenn sie niemand hören konnte. Keine Kops, schau dir die Schose selber nochmal an, auch wenn es dir noch so stinkt und natürlich reine Zeitverschwendung ist. Nur damit du dir hundertprozentig sicher bist. Also ging sie zu dem Aktenschrank, holte den Ordner herunter und ließ sich wieder auf ihren Drehstuhl fallen. Autopsie, Toxikologie, Spusi-Bericht. Läuft alles auf dasselbe hinaus. Sie las sämtliche Verhörprotokolle zum x-ten Mal. Ex-Ehefrau, Lebenspartner, Therapeut. Darüber hinaus hatten die Detectives sich mit allen aktuellen Patienten von Ed Warner in Verbindung gesetzt, sich sogar die Mühe gemacht, ein paar Jahre zurückzugehen und ehemalige Patienten zu befragen. Sie hatte persönlich Ed Warners Sprechstunden- untergelesen, um auszuschließen, dass sie irgendwelche Hinweise des Psychiaters übersahen. Doch sie war nicht auf einen einzigen plötzlichen Therapieabbruch gestoßen, etwa von einem Patienten, der sich das Honorar nicht mehr leisten konnte oder in Rückstand geraten war, und zum Schluss hatte sie auch noch jeden aufgeführten Patienten mit Ed Warners Diagnosen abgeglichen. Eine Upper-Klas- Neurose nach der anderen, jede Menge Angst, Depressionen ohne Ende, ein gewisser Prozentsatz an Drogen- und Alkoholmissbrauch, doch nirgends zügellose Wut und absolut nichts, was auf Mord schließen ließ. Susan Terry beugte sich über den Stapel Papiere und las sie mit einer Engelsgeduld, die nicht gerade zu ihren Stärken zählte, Blatt für Blatt, von oben bis unten. Als sie zur letzten Seite kam, lehnte sie sich erschöpft zurück. Nichts, sagte sie. Nada, rien du tout. Eine volle Stunde für die Katz, sagte sie frustriert. Die hättest du sinnvoller nutzen können. Die Papiere waren quer über ihren Schreibtisch verstreut und so machte sie sich daran, sie einzusammeln, um sie wieder in den Fächerordner mit der Aufschrift in schwarzer Tinte »Ed Warner Selbstmord« sowie dem Datum zurückzustecken. Als sie den letzten Bericht, den von der Gerichtsmedizin hineinschob, schoss ihr siedend heiß ein Gedanke durch den Kopf. Die haben doch hoffentlich, führte sie ihr Selbstgespräch fort. Sollten sie eigentlich? Ach, aber wetten, sie haben sich das gespart? Gütiger Himmel! Sie zog den Autopsiebericht wieder heraus und überflog ihn zum tausendsten Mal. Das Dokument setzte sich aus einer Vielzahl von Einträgen auf einem Formular sowie einem diktierten Bericht des Pathologen zusammen. 59-jährige männliche Leiche in insgesamt gutem Zustand. Mist! platzte sie heraus. Das, wonach sie suchte, war nicht dabei. Mist, Mist, Mist! ist der wie es gewesen sein musste. Sie stand auf, zog ein paar Kreise um ihren Schreibtisch und plumpste wieder auf ihren Stuhl. Komm schon, redete sie sich gut zu. Was besagt das schon? Na schön, Sie haben meinen Test vergessen, noch dazu einen nicht sonderlich wichtigen, davon geht die Welt nicht unter. Sowas passiert jeden Tag. Sämtliche übrigen Beweise lassen nur einen einzigen Schluss zu. Sie merkte, dass ihr gutes Zureden sie selbst nicht überzeugte. Susan Terry befahl sich, den Ordner wieder auf den Schrank zurückzulegen, damit ihn die Sekretärin am nächsten Morgen mitnahm, das Papier schräderte und die elektronische Akte auf irgendeinem Speicherplatz verschwand, wo sie Susan nicht mehr bei ihrer Arbeit stören, sondern vor sich hinmodern konnte oder was auch immer das elektronische Äquivalent dafür war. Verfluchte Scheiße! Sie hätte sich in den Hintern beißen können. Jemand, der Ed damals am College so gehasst hat, dass er ihn Jahrzehnte später umbringt? Undenkbar. Larry, was meinst du? Ah, lächerlich! Moth und Andy Candy hatten eine Telefonkonferenz mit Ed Warners zwei Mitbewohnern in Harvard arrangiert. Frederick war Investmentbanker in New York und Larry Professor für Politikwissenschaften am Amherst College. Obwohl beide sie darauf hinwiesen, beruflich sehr eingespannt zu sein, hatten sie aus Respekt gegenüber dem toten Freund aus ihrer Studentenzeit dem Gesprächstermin zugestimmt. Aber, hakte Moth nach, können sie sich nicht an irgendwelche Konflikte oder Streitigkeiten erinnern? Es gab nur einen, mit dem Ed damals im Widerstreit lag, er selbst. Dazu zu stehen, wer er war, damit hat er sich herumgeschlagen, sagte der Politologe, eine Umschreibung für den Konflikt mit seiner Homosexualität. Seine Freunde wussten davon oder haben es zumindest vermutet und es war, glaube ich, auch wenn es eine Weile her ist, allen von Herzen egal. Das sehe ich genauso, sagte der Investmentbanker. Allerdings würde ich sagen, falls es da tatsächlich eine Ablehnung oder einen mörderischen Groll gegeben hat, dann muss er etwas mit Ed's angespanntem Verhältnis zu seiner Familie zu tun haben. Er kam mit denen so wenig zurecht wie die Familie mit ihm. Jede Menge Erfolgsdruck. Wehe, wenn er es im Leben nicht weit brächte. Da waren ständig diese lähmenden Forderungen, auch wenn sie sich nur selten sahen. In Harvard war das fast die Regel und in unserem Alter führte dieses Muster sehr häufig entweder zur Rebellion oder in die Depression. Beide Männer schwiegen, bevor der Banker hinzufügte. Sie hätten mal unsere Frisuren sehen sollen und die Musik, die wir gehört haben und die Substanzen, die wir uns eingeworfen haben. Die Stimmen am Telefon klangen dünn, doch bei der Erinnerung an ihre wilden Jahre waren sie kaum zu bremsen. Etwa kein bisschen anders als wir, sagte der Politologe. Es gab einige Kommilitonen, denen der Druck in Harvard ziemlich zu schaffen machte, eine ganze Reihe, die es nicht packten und ein paar, bei denen sich das Studium in die Länge zog. Und dann natürlich die traurigen Einzelfälle, die den Verzweifelten Ausweg suchten. Selbstmord oder versuchter Selbstmord war durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber Ed hatte keine größeren Probleme als die meisten und er hat auch nichts getan, womit er einen derart irrationalen Hass ausgelöst hätte, wie sie ihn beschreiben. Während Moth krampfhaft überlegte, ob er eine wichtige Frage ausgelassen hatte, herrschte in der Leitung Schweigen. Ihm fiel nichts mehr ein, und als Andy Candy sein ratloses Gesicht sah, dankte sie den beiden und legte auf. Andy Candy konnte in seinem Gesicht lesen wie in einem Buch, und sie las nur ein einziges Wort, Entmutigung, wieder eine Sackgasse. Doch auch bei ihr selbst meldete sich eine Stimme. Lass nicht zu, dass er aufgibt, sonst bringt es ihn um. Und so ließ sie ihn erst gar nicht zu Wort kommen, sondern stand auf und sagte forsch, also dann, auf zur medizinischen Fakultät. Irgendein Riecher sagt mir schon die ganze Zeit, dass das entschieden aussichtsreicher ist. Moth ließ sich eine glaubhafte Lüge einfallen. Mein Onkel ist gestorben und ich versuche, seine früheren Kommilitonen zu erreichen, um sie von seinem Tod in Kenntnis dem auch eine entsprechende Verfügung in seinem Testament gewidmet ist. Er und Andy Candy teilten sich die Arbeit und mit derselben Masche begründeten sie ihre Anrufe am städtischen Krankenhaus von Miami, an dem Ed Warner seine Facharztausbildung in Psychiatrie absolviert hatte. Im Zuge dieser Telefonate kam mithilfe einer Sekretärin im Alumni-Büro eine stattliche Liste mit 127 Namen zusammen, inklusive E-Mail-Adressen und einigen Websites zu den Praxen der ehemaligen. Ed hatte sein erstes Ausbildungsjahr zum Facharzt für Psychiatrie zusammen mit fünf anderen in Miami absolviert. Andy und Moth saßen in einer Arbeitsnische der Hauptbibliothek in Moths Fachbereich. Sie hatten jeder einen Laptop vor sich und verfügten über Internet Zugang. Eine Menge Namen, flüsterte Andy Candy. In ihrer Nähe Papier und schrieb Chirurgen, Internisten, Radiologen, Mörder. Moth nahm seinen eigenen Stift und strich jede der Fachrichtungen auf Andys Blatt einzeln durch. Dahinter schrieb er nur Seelenklempner. Aus Sicht des Historikers ergab das keinen Sinn. Wer eine Epoche verstehen oder einordnen wollte, durfte keine Faktoren ausklammern und vermutlich kam ein orthopädischer Chirurg genauso als Mörder in Frage wie ein Dermatologe. Andererseits erschien es ihm am sinnvollsten, sich auf Onkel Eds Beruf zu beschränken. Ein guter Historiker fängt mit seinen Recherchen bei einem eng umrissenen Thema an und weitet es aus. Er schrieb Krankenhaus Zuordnung. Andy Candy nickte. Die medizinische Fakultät hatte ihnen eine Liste geschickt, aus der hervorging, welchen Krankenhäusern und Kliniken die Graduierten zur Facharztausbildung zugeordnet worden waren. Eds Name stand fast am Ende mit dem Zusatz Psych. Andy ging die Liste noch einmal von oben durch und notierte sich 13 Namen mit derselben Kennzeichnung und die jeweiligen Ausbildungsplätze. Von diesen 13 war Ed der einzige frischgebackene Arzt, der nach Miami kam. Andy nahm sich sechs, Moth sieben davon vor und sie googelten die Kandidaten. Die Informationen, an die sie auf diese Weise kamen, waren teils umfangreicher, teils spärlich und bruchstückhaft, Praxen, Auszeichnungen, Stipendien und Mitgliedschaften, eine Festnahme wegen Trunkenheit im Steuer, eine gerichtlich ausgefochtene Scheidung. All diese Einzelheiten waren uninteressant. Doch was sie schließlich entdeckten, war so schockierend, dass Andy einen schrillen Schrei unterdrücken musste, um nicht jeden in der Bibliothek aufzuschrecken. Sie hatte sich zum Moth umgewandt und sah, dass er stocksteif und kerzengerade auf seinem Stuhl saß. Er war blass geworden und seine Finger zitterten ein wenig über der Tastatur. Wie groß ist die statistische Wahrscheinlichkeit, flüsterte er fast unhörbar, drehte seinen Computer zu ihr um und ging mit dem Finger die Liste durch. Dass von vierzehn Leuten vier schon tot sind. Gering, dachte Andy Candy, nachdem sie sich gefasst hatte. Äußerst gering. Gegen Null. Und fügte in Gedanken hinzu. Mörderisch gering. Das dritte Gespräch Jeremy Hogan hatte ein tödliches Aufgebot an Waffen auf dem Esstisch ausgebreitet. Ein Gewehr, einen Revolver, Schachteln mit Munition, den Schürhaken, eine Auswahl an Tranchiermessern aus der Küche, eine Taschenlampe aus schwarzem Stahl mit sechs Batterien, die sich auch als Schlagstock eignete und die Nachbildung eines Reitersäbels für zeremonielle Zwecke, ein Geschenk der Militärakademie in Vermont, zum Dank für einen Vortrag vor rund 15 Jahren. Er hatte über das Thema posttraumatisches Stresssyndrom bei Opfern von Verbrechen gesprochen und wünschte, er könnte sich erinnern, was er damals erzählt hatte. Er wusste nicht, ob der Säbel scharf genug war, um tatsächlich durch die Haut zu dringen, vielleicht genügte es schon, wenn er ihn bedrohlich schwang. Er übte das Laden und Herausnehmen der Munition, sowohl am Revolver als auch am Gewehr. Er war nicht gerade fix. Manchmal hatte er Mühe, die Patronen einzulegen und fürchtete, sich in den Fuß oder ins Bein zu schießen. Als er eine scharfe Patrone aus dem Magazin auswarf, fiel sie auf den Boden und rollte unter einer antike Kredenz. Er musste auf die Knie gehen und halb unter das Möbelstück kriechen, um sie hervorzuholen, erwischte sie aber schließlich mit dem Zeremoniensäbel in der quastenverzierten Scheide und zog beides staubbedeckt hervor. Am späteren Vormittag bastelte er sich eine Art Schießbudenfigur, in dem er Lumpen, ausgefranste Handtücher und eine eingerollte Zeitung in ein Oberhemd stopfte. Ein paar Scheite aus dem Korb neben dem Kamin verliehen seiner Zielperson Gewicht und mithilfe eines alten zerbrochenen Stuhls vom Speicher bekam sie die richtige Höhe. Das Gebilde schleppte er nach draußen, über die Natursteinterrasse in den Garten, der zwischen dem Haus und dem dicht bewaldeten Wildpark auf dem früheren Farmgelände lag, die Landschaft, die seine Frau früher so geliebt und in leuchtenden Aquarellen festgehalten hatte. Nachdem er auch die Waffen herausgetragen hatte, schritt er eine Distanz von zehn Metern ab und nahm Haltung an. Zuerst der Revolver. Doch als er gerade schießen wollte, merkte er, dass er die Ohrstöpsel drinnen auf dem Tisch vergessen hatte, legte den Revolver ins feuchte Gras, ins Haus zurück, steckte sich die Stöpsel in die Ohren, trottete wieder hinaus und nahm die Schießstellung ein, die ihm der Waffenhändler beigebracht hatte. So in etwa musste es richtig sein, beide Hände an der Waffe, die Füße leicht gegrätscht, das Gewicht auf den Vorderfuß verlagern. Er federte ein wenig vor und zurück, bis er eine Haltung fand, in der er sich nicht verkrampfte. Das hatte der Mann ausdrücklich betont. Tief einatmen. Der flüchtige Gedanke, wie kann ich mich umbringen will? Dann gab er drei Schuss ab. Alle gingen daneben. Vielleicht ist die Distanz ein bisschen zu groß, überlegte er und ging mehrere Meter näher heran. Immerhin wird er doch ziemlich dicht vor mir stehen. Oder auch nicht. An was für eine Wild-West-Schießerei hast du denn gedacht, ne? Jeremy spitzte die Lippen, hielt die Luft an, zielte wesentlich sorgfältiger und feuerte die übrigen drei Schuss ab. Die Waffe ruckte heftig in seinen Händen, doch diesmal hatte er sie schon besser im Griff. Ein Schuss streifte den Hemdkragen, einer ging vorbei, der dritte traf genau in die Mitte und die Zielperson kippte um. Na bitte, geht doch, sprach er sich Mut zu, auch wenn er wusste, dass das gelogen war. Er legte den Magnum zur Seite, lief zu seinem Ziel, richtete es wieder auf und kehrte zur Zehn-Meter-Marke zurück. Nachdem er erneut in Schießstellung gegangen war, stemmte er das Gewehr an die Schulter und drückte ab. Der Rückstoß war so heftig, dass er ein wenig zur Seite stolperte, doch dann sah er, dass sein Ziel den Löwenanteil abgekriegt hatte. Das Hemd war zerfetzt, Holzsplitter und Papier flogen durch die Luft, bevor die ganze Attrappe taumelte und zu Boden ging. Jeremy ließ das Gewehr sinken. Wirklich nicht übel, sagte er, sagte er, ich werde gefährlich. Das Gewehr ist besser, brauche damit nicht annähernd so genau zu zählen. Er pulte sich die Stöpsel aus den Ohren und spürte ein Kribbeln in der Schulter. Für eine Sekunde war er verwirrt, weil es so klang, als sei das Echo des Schusses immer noch zu hören, bis er begriff, dass im Haus das Telefon klingelte. Gedämpft, doch beharrlich. Die Waffe in der Hand eilte er in die Küche. Wie zuvor gab es keine Anrufererkennung. Ich weiß auch so, wer es ist. Er nahm nicht ab, sondern starrte einfach nur auf den Hörer, als könnte er das Klingeln sehen. Es verstummte. Ich weiß, wer das ist. Wieder klingelte es. Jeremy hatte schon die Hand am Hörer, hielt jedoch abrupt inne. Ein Klingelton. Zwei. Drei. Die meisten normalen Anrufer geben da schon auf, sprechen eine Nachricht auf Band. Telefonwerber lassen es maximal vier- oder fünfmal leuten, bevor sie genervt aufgeben und beschließen es später noch einmal zu versuchen. Ja, sechsmal. Sieben. Acht. In meiner Kindheit, lange bevor die Anrufbeantworter kamen und die Handys mit Abweistaste, Videokonferenzschaltung, Cloud-Daten-Speicherung und derlei Schnickschnack, hatten die Leute noch ein Telefon an der Wand, so wie ich bis heute in der Küche. Oder auf dem Schreibtisch, so wie ich bis heute oben in meinem Arbeitszimmer und da gab es ein paar Anstandsregeln. Es galt als höflich, es zehnmal läuten zu lassen, bevor man auflegte. Nicht länger. Heutzutage sind die meisten schon nach drei, viermal frustriert. Nein, zehn, elf, zwölf. Das Telefon klingelte weiter. Jeremy schmunzelte. Und somit habe ich wieder etwas gelernt. Er hat sehr viel Geduld. Doch dann drängte sich ein zweiter unheimlicher Gedanke auf. Er weiß also, dass ich zu Hause bin. Wie denn? Unmöglich. Unmöglich. Nein. Nicht unmöglich. Er nahm den Hörer. Dreizehntes Klingeln. Ob das Unglück brachte? Wer ist schuld? Die Frage kam nun wirklich nicht überraschend. Jeremy holte Tiefluft, wappnete sich mit dem geballten Fachwissen von Jahren und konterte wie aus der Pistole geschossen. Ich natürlich, woran auch immer. Völlig zwecklos, Ihnen in diesem Punkt zu widersprechen. Und wenn wir uns in dem Punkt schon mal einig sind, hätte ich meinerseits eine Frage. Wäre es vielleicht möglich, dass ich mich Ihrer Sichtweise anschließe, mich überschwänglich bei Ihnen entschuldige, von mir aus auch in aller Öffentlichkeit Asche über mein Hauptstreue, vielleicht eine stattliche Spende an eine Hilfsorganisation Ihrer Wahl überweise und Sie mich dafür nicht ermorden? Für seine Gegenfrage griff er zu einem schnippischen, vielleicht ein wenig lächerlichen Ton. Über den richtigen Ton hatte er sich das Hirn zermartet. In seiner prekären Situation war jede kleine Entscheidung ein Wagnis. Stachelte er den Mörder vielleicht dazu an, kurzen Prozess mit ihm zu machen, wenn er sich unerschrocken gab? Konnte er Zeit gewinnen, wenn er verschreckt und eingeschüchtert klang? Wofür sollte er sich entscheiden? Ihm schwirrte der Kopf. Mit welcher Taktik konnte er seinen Tod lange genug hinausschieben, um etwas dagegen zu unternehmen? Und was würde er unternehmen, falls es ihm gelang? Falls er das überhaupt wollte? Er wusste es nicht. Den Hörer in der Hand ging Jeremy in Sekundenschnelle seine Möglichkeiten durch. Jedes Wort, das er sagte, stellte eine Entscheidung dar. Ein Schauspieler auf der Bühne geht in der Figur auf, die er darstellt und spiegelt mit seiner Mimik und mit seinem Tonfall die Emotionen in seinem Text. Method Acting. Den Unterschied zwischen Darsteller und Dargestelltem verwischen. Er schnappte nach Luft. Wie heißt das noch beim Poker? All in. In der Leitung war es eine Weile still. Dann hörte er ein kurzes, leises Lachen. Was würden Sie sagen, Doktor, wenn meine Antwort lautete, ja, es gibt eine Chance? Jeremy zitterte plötzlich am ganzen Leib. Die Angst koch ihm in die Glieder, als sei der Mörder mit ihm im Raum. Die Stimme am Telefon schien die strahlende Morgensonne, die zu den Fenstern hereinschien, wie ein schwarzes Loch zu schlucken, und je länger er mit dem Mann, der ihm nach dem Leben trachtete, sprach, spürte er, wie diese unsichtbare Schwerkraft ihn selbst aufzusaugen drohte. Sprich mit fester Stimme, lass dir ja nicht die Panik anmerken. Locke ihn aus der Deckung, provoziere ihn zu einer unbedachten Äußerung. Also, fing er an, als hätte er dem Unbekannten das Ergebnis reiflicher Überlegungen zu verkünden. Ich denke, dann könnten wir uns vernünftig darüber unterhalten, was Sie von mir erwarten. Wir könnten uns auf die Spenden einigen, über Schritte, die ich unternehmen soll, um wenigstens zu versuchen, das Unrecht gut zu machen, das ich Ihnen Ihrer Meinung nach angetan habe. Jeremy legte eine kurze Pause ein, dann sagte er, »Natürlich setzt das eine vernünftige Unterhaltung voraus, dass Sie nicht an irgendwelchen psychotischen Zwangsvorstellungen leiden und all Ihre Drohungen und Begründungen das Produkt Ihrer überspannten Fantasie sind. Falls dem so wäre, könnte ich Ihnen natürlich Medikamente verschreiben, die Ihnen helfen würden und mit Sicherheit einen guten Therapeuten empfehlen, der sich Ihre Probleme annimmt.« Das alles sagte er im nüchternen Habitus des Arztes. Wieder trat Stille ein, wieder folgte leises Lachen, dann die scheinbar nachdenkliche Frage, »Glauben Sie, dass ich an einer Psychose leide, Doktor?« »Nun, nicht auszuschließen, eventuell ein Grenzfall, auch wenn Sie es in Ihrem Sprachduktus verbergen können. Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen helfen könnte.« Damit hat er sicher nicht gerechnet, dachte Jeremy. »Wissen Sie, Doktor, Sie erinnern mich ein bisschen an diese Wirtschaftskriminellen, die man in den Nachrichten sieht, die räumütig vor einem Richter stehen und sich erbieten, in einer Suppenküche mitzuhelfen, statt für die Millionen, die sie gestohlen haben und dafür, dass sie zahllosen Leuten das Leben kaputt gemacht haben, in den Knast zu wandern.« Jeremy leckte sich die Lippen, er fragte sich, warum sie so trocken waren. »Ich bin keiner von denen,« erwiderte er. »Oh, schwach, schwach, schwach!« Er hätte sich ohrfeigen können. »Meinen Sie?« »Interessante Frage. Vielleicht können Sie mir eine andere beantworten. Was ist das gerechte Strafmaß für jemanden, der einem anderen Menschen das Leben ruiniert hat? Was macht man mit demjenigen, der einem jede Hoffnung genommen, jeden Traum im Leben zerstört, jede Chance, seine Ziele zu verwirklichen, genommen hat?« »Es gibt graduelle Unterschiede an Schuld, selbst vor dem Gesetz.« Oh, erbärmlich, kraft- und saftlos, Lendenlarm. »Aber wir sind ja auch nicht vor Gericht, Doktor, oder?« Plötzlich kam Jeremy ein Gedanke, der ihm einen Funken Hoffnung gab. »Habe ich Sie mit einem Gutachten ins Gefängnis gebracht? Habe ich bei einem Prozess gegen Sie ausgesagt? Werfen Sie mir eine Fehldiagnose vor?« Kaum war er mit diesem Fragenkatalog herausgeplatzt, bereute er seinen Mangel an Feinfühligkeit. Hier war psychologisches Fingerspitzengefühl angesagt, doch sein Anrufer machte es ihm wahrlich nicht leicht. »Nein, das wäre zu offensichtlich. Und davon abgesehen, würde wahrscheinlich sogar ein Psychotiker einsehen, dass Sie nur Ihre Pflicht getan haben.« »Nein, würde er nicht,« erwiderte Jeremy. Er überlegte angestrengt, um sich aus den wenigen Bruchstücken, die der Wortwechsel über den Charakter und das Weltbild seines Widersachers verrieten, ein vages Bild von ihm zu machen. »Also nicht vor Gericht. Welcher Teil deiner Arbeit bleibt dann noch?« Er sah die Antwort. Die Leere. Doch bevor er aus seiner Erkenntnis Kapital schlagen konnte, hörte er wieder das spöttische Lachen in der Leitung. »Nun, Doktor, ist damit Ihre Frage, ob ich psychotisch sei geklärt?« »Ach, ausgehebelt. Komm schon, streng dich an.« Wieder legte der Anrufer eine Pause ein. »Es ist interessant, mit Ihnen zu plaudern, Doktor. Schon seltsam, nicht wahr? Beziehungen, Vater und Sohn, Mutter und Kind, Liebhaber, Arbeitskollegen, alte Freunde, neue Freunde. Erhebliche Unterschiede zwischen diesen Beziehungen, nicht wahr? Aber die zwischen uns beiden, die Beziehung zwischen dem Mörder und seinem Opfer, die findet man so nirgends wieder. Da legt man jedes Wort auf die Waagschale. Die nimmt man ernst. Das hätte von mir stammen können, stellte Jeremy fest. Und dann »Nimm den Faden auf.« Ihre anderen Opfer, falls es sie denn wirklich gibt, Sie verstehen, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Haben Sie mit jedem eine Beziehung aufgebaut? »Kluger Schachzug, Doktor. Sie fordern mich heraus, Ihnen zu beweisen, dass ich nicht zum ersten Mal töte und hoffen, über diese Schiene herauszubekommen, wer ich bin. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Nur so viel. Ich denke, bei jedem Tötungsdelikt kommen mindestens zwei Beziehungsstränge zusammen. Einmal das, was das Bedürfnis oder die Notwendigkeit zu töten ausgelöst hat, und dann der Moment des Todes. Ich schätze, aus Ihrer beruflichen Arbeit sind Ihnen beide Aspekte bestens vertraut. Jeremy ertappte sich dabei, wie er nickte. »Haben Sie mit Ihren anderen Opfern gesprochen, bevor Sie sie getötet haben?« »Mal so, mal so.« »Immerhin etwas«, dachte Jeremy. »In manchen Fällen hat Mr. Wehr ist schuld, das Bedürfnis nach Konfrontation. In anderen Fällen – wer weiß.« Er versuchte weiterzubohren. »Und wie war es für Sie befriedigender?« Verächtliches Schnauben. Beide Varianten waren befriedigend, nur auf unterschiedliche Weise. Aber Ihnen muss ich das doch nicht erzählen, Doktor. »Töten Sie uns alle auf dieselbe Weise?« »Gute Frage. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, Strafrechtler, alle leben erkennbare Verhaltensmuster. Sie suchen nach offensichtlichen Parallelen, um die Details einordnen zu können. Am liebsten sind Ihnen Verbrechen in der Art, wie diese Malblöcke mit Buntstiften, die man kleinen Kindern schenkt. Sie sollen die vorgezeichneten Felder nach Zahlen ausfüllen. Zehn steht für blau, dreizehn für rot, gelb und grün für zwei und zwölf. Und plötzlich erkennen Sie, dass Sie einen Vogel malen oder ein Haus oder was weiß ich. Vermutlich ist Ihnen längst klar, dass so etwas unter meinem Niveau ist. Weit über dem Niveau der meisten Mörder, mit denen ich beruflich konfrontiert war. Was sagt mir das?« Nach kurzem Zögern fügte der Anrufer hinzu. »Geben Sie nicht so leicht auf, Doktor. Ich liebe die Herausforderung. Man muss klar denken, um sich zugleich vage und präzise auszudrücken.« Jeremy sah förmlich das überhebliche Grinsen des Mörders vor sich. »Wenn ich Sie richtig verstehe, ist jeder auf andere Art gestorben?« »Ja.« Er merkte, dass er die Finger so fest um den Hörer krallte, dass sie sich weiß vom schwarzen Plastik abhoben. Dieses Gespräch war wie eine Autofahrt auf Aquaplaning, bei der der Wagen ins Schleudern gerät und er sich mit seiner ganzen Willenskraft wünschte, dass die schlitternden Reifen wieder Bodenhaftung bekämen. Während er äußerlich die Ruhe bewahren und den Wortwechsel in Gang zu halten versuchte, arbeitete sein Gehirn auf Hochtouren, um die vielen versteckten Hinweise zu verarbeiten und für weitere Fragen zu nutzen. Sein Verstand kämpfte gegen die Panik an. »Trifft uns alle die gleiche Schuld?« Damit hatte der Mann offensichtlich gerechnet, denn die Antwort kam prompt. »Ja.« Doch nach einer kurzen Pause fügte er in beinahe freundlichem Plauderton hinzu. »Da hätte ich meinerseits eine Frage an Sie, Doktor. Nehmen wir mal an, Sie schlagen ein, mit Ihren beiden Kumpeln einen Spirituosenladen zu überfallen. Kinderspiel. Sie fuchteln ein bisschen mit der Knarre in die Luft, sacken ein, was die Kasse hergibt und kommen ungeschoren davon. Keine große Sache. Passiert jede Nacht irgendwo in Amerika. Nun nehmen wir an, Sie sitzen draußen bei laufendem Motor hinterm Lenkrad und malen sich schon aus, was Sie mit Ihrem Anteil an der Beute machen wollen, als Sie Schüsse hören und im selben Moment Ihre Kumpel aus dem Laden stürmen. Sie begreifen, dass den beiden die Nerven einen Streich gespielt haben. Einer hat den Ladenbesitzer umgenietet und von einer Sekunde zur anderen ist aus Ihrem harmlosen kleinen Überfall ein Raubmord geworden. Sie fahren wie der Teufel, denn dazu sind Sie ja da, aber nicht schnell genug, denn als Sie aufsehen, stellen Sie fest, dass die Cops schon hinter Ihnen her sind. Wieder dieses Lachen. Und jetzt sagen Sie, Doktor, sind Sie genauso schuldig wie Ihre beiden Kumpel? Jeremy spürte, wie er eine trockene Kehle bekam, doch er setzte alles daran, keinen Fehler zu begehen und kein einziges Wort zu versäumen. Nein, sagte er. Sind Sie sicher? In den meisten Bundesstaaten macht das Gesetz keinen Unterschied zwischen Ihnen im Fluchtauto und Ihrem Freund, der den Finger am Abzug hatte. Ja, räumte Jeremy ein, aber er sprach nicht weiter. Er sah, worauf der Anrufer hinaus wollte und hielt den Mund. Er fühlte sich wie gelähmt, unfähig, auf seine Einsichten aus all den Jahren seiner Berufserfahrung zuzugreifen. Und er fühlte sich schlagartig alt. Er spähte zu seinen Waffen hinüber. Wem mache ich hier eigentlich etwas vor? Nein, meldete sich eine andere Stimme in ihm. Wehre dich! Er holte tief Luft. Was wollte der Anrufer mit dieser abgedroschenen Geschichte sagen? Wie ein Stromschlag durchzuckte ihn die Antwort. Da hat er einen Fehler gemacht. Vielleicht den ersten überhaupt. Jeremy versuchte, seine Nerven unter Kontrolle zu bringen und Kapital daraus zu schlagen. Soll ich daraus schließen, dass ich jemanden zu einem Verbrechen gefahren habe, ohne das zu wissen? Ein Verbrechen, das andere begangen haben und trotzdem soll ich mit dem Leben dafür bezahlen. Sie wären nicht auf diese Geschichte verfallen, wenn sie nicht in irgendeiner Weise deutlich machte, wie sie mein Unrecht einstufen. Interessant. Diesmal war das Zögern in der Leitung spürbar. Das hat gesessen, dachte Jeremy und nutzte seinen kleinen Vorteil. Also, Mister, wer ist schuld? Was Sie mir sagen wollen, verstehe ich so. Ich sollte nach einem Vorfall oder nach Zusammenhängen suchen, zu denen ich eher indirekt als unmittelbar beigetragen habe. Da liegt die Messlatte aber ziemlich hoch für mich. Wir haben es immerhin mit 50 Jahren Berufstätigkeit zu tun. Falls Sie wirklich wollen, dass ich begreife, was ich Ihnen angetan habe, müssen Sie mir schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Schweigen. Dann die kurze Antwort. Wenn ich Ihnen noch mehr helfe, beschleunigt das die Dinge nur. Jeremy lächelte. Er hatte einen Hauch von Zuversicht. Das liegt in Ihrer Hand, aber mir scheint, dass diese Beziehung zwischen Ihnen und mir Ihnen nur dann etwas bringt, wenn ich begreife, wieso Sie mich ermorden wollen. Der Punkt geht an mich, räumte er ein. Und dann die eiskalte Antwort. Da haben Sie wohl recht, Doktor. Aber zu viel Wissen kann tödlich sein. Diesmal fiel Jeremy kein Schlagfertiger konnte ein. Der Anrufer redete weiter mit leiser, eindeutig elektronisch verfremdeter Stimme, doch trotz der technischen Manipulation so giftig wie der Biss eine Klapperschlange. Die Ethik der Gewalt ist ein faszinierendes Thema, nicht wahr, Doktor? Fast so interessant wie die Psychologie des Tötens. Ja. Ihm fiel nichts anderes ein, als zuzustimmen. Ihre Spezialgebiete, richtig? Ja. Auf einmal war er um Worte verlegen. Es ist beängstigend, oder? Wenn einem jemand sagt, man würde ermordet. Ja, nicht lügen. Ja. Plötzlich drängte sich Jeremy eine Frage auf und er platzte einfach damit heraus. Haben all die anderen genauso reagiert wie ich? Wieder eine kluge Frage. Lassen Sie es mich so sagen. Meine Beziehung zu jedem Toten war unverwechselbar. Jeremy versuchte mit aller Macht zu erahnen, worauf der Anrufer mit diesem Gespräch letztlich hinaus wollte. Wie bei einem Gewebe bedeutete der einzelne Faden für sich genommen gar nichts. Erst alle zusammen ergaben ein klares Muster. Haben Sie jedem von uns angekündigt, dass Sie uns töten wollen? Sie werden immer besser. Die Antwort lautet nicht unbedingt. Sie reden demnach mit mir, aber Sie haben nicht mit allen gesprochen, bevor... Er suchte nach der richtigen Formulierung. Bevor Sie getan haben, was Sie mit Ihnen getan haben. Für einen Forensiker eine seltsam verschwommene Ausdrucksweise. Ja. Ganz recht. Aber am Ende bekommen Sie alle, was Sie verdienen. Verstehe. Aber gilt das nicht in gewisser Weise für jeden? Hielt Jeremy in möglichst unbeteiligtem Ton dagegen, demselben Ton wie bei hunderten Vernehmungen von Mördern, der in diesem Fall jedoch wirkungslos verpuffte. Irgendwann müssen wir alle sterben. Ach, er hätte das gedacht, du Trottel. Aber sicher doch, Doktor. Eine Binsenweisheit, aber wer von uns will schon so genau wissen, wann? Heute? Morgen? In fünf Jahren? In zehn? Wer weiß? Wir fürchten den Moment, in dem uns die Frist gesetzt wird, egal ob in der Todeszelle eines Sicherheitstrakts oder in der Praxis eines Onkologen, der sich unsere letzten Untersuchungsergebnisse ansieht. Ein Datum oder eine konkrete Zahl von Wochen, Monaten bestenfalls. Ansonsten haben wir im Leben gerne Gewissheit. Aber wenn es ans Sterben geht, na ja, da lassen wir uns lieber überraschen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es unmöglich ist, mit einem festen Todesdatum klarzukommen. Manche Patienten und auch manche Gefangene bekommen das hin. Bei einigen hilft die Religion. Andere trösten sich damit, ihre Freunde und Angehörigen um sich zu haben. Vielleicht hilft sogar eine Liste von Dingen, die man vor seinem Tod unbedingt noch erledigen will. Aber das alles kann dieses quälende Gefühl höchstens in den Hintergrund drängen, oder? Jeremy wusste, dass eine Antwort von ihm erwartet wurde, er brachte jedoch keinen Ton heraus. Nur im Stillen gab er zu. Ja, und genau daher rührt meine Angst. Wie könnte ich ihm widersprechen? Er fuhr herum und griff nach dem Revolver, der auf dem Küchentisch lag, als könnte er ihn trösten. Er kam ihm plötzlich schwer vor und er wusste nicht, ob er die Kraft hätte, den Arm zu heben und damit zu zielen. Im selben Moment bemerkte er, dass er vergessen hatte, ihn neu zu laden. In Panik blickte er sich nach der Schachtel mit Munition um und sah sie außerhalb seiner Reichweite am anderen Ende des Zimmers auf einem Tisch. Oh, Idiot! Doch ihm blieb keine Zeit für Selbstvorwürfe. Sie glauben, Sie können sich schützen, Doktor. Irrtum. Nehmen Sie sich einen Bodyguard, gehen Sie zur Polizei, melden Sie die Morddrohungen. Ich denke schon, dass die sich dafür interessieren. Zumindest für eine gewisse Zeit. Doch früher oder später sind sie wieder auf sich allein gestellt. Sie könnten sich in einer Festung verschanzen, sich in irgendein gottverlassenes Nest verkriechen. Versuchen Sie sich mit solchen Überlegungen über Wasser zu halten, Doktor, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. So oder so, ich bin immer ganz in Ihrer Nähe. Jeremy wirbelte herum. Er kann mich sehen. Dann schüttelte er den Kopf. Unmöglich. Oder doch nicht. Nichts war mehr so wie vorher. Nichts war mehr so, wie es sein sollte. Er hörte, wie sein Atem flach wurde, beängstigend flach. Ich sterbe, dachte er. Ich sterbe vor Angst. Die Stimme am Telefon unterbrach ihn in seinen Gedanken. War nett, mit Ihnen zu plaudern, Doktor. Sie sind viel klüger, als ich dachte. Und ich habe Dinge gesagt, die ich wohl besser nicht hätte sagen sollen. Aber wie heißt es noch gleich? Alles geht einmal zu Ende. Sie sollten sich seelisch darauf vorbereiten. Es bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit. Ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tage, möglicherweise eine Woche. Der Anrufer überlegte. Theoretisch sogar. Ein Monat? Ein Jahr? Hauptsache, Sie wissen, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Jeremy fuhr ihm dazwischen. Seine Stimme war schwell, zum Zerreißen gespannt. Sagen Sie mir, was zum Teufel ich Ihnen getan haben soll. Nach einer weiteren Pause erwiderte der Anrufer nur Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Jeremy brüllte. Wann? Doch da war die Leitung schon tot. Er hielt den Hörer immer noch am Ohr, auch wenn ihm nur Stille entgegenschlug. Fast kam es ihm so vor, als sei der Mann ein Gespenst oder er selbst sei das naive, begriffssturzige Opfer eines Zaubertricks geworden. Puff, futsch, Ende der Vorstellung. Hallo, rief er, eine instinktive Reaktion. Hallo! Das Wieso interessierte ihn jetzt nicht einmal mehr ansatzweise. Das war's, dachte er. Keine Anrufe mehr. Was habe ich gesagt? Er horchte in die Stille. Obwohl ihm längst klar war, dass sein Mörder aufgelegt hatte, wiederholte er die einzig entscheidende Frage. Wann? Und dann? Diesmal sehr leise, mehr an sich selbst als an den Killer gerichtet, der schon auf dem Weg zu ihm war, ein drittes Mal. An. Eins, zwei, drei, vier. Es geht niemand ran. Versuch's weiter. Ja. Fünf, sechs, sieben. Da tut sich nichts. Ich glaube, er ist nicht zu Hause. Kein Anrufbeantworter? Seltsam. Acht. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Wo? fing Moth an. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie noch einmal anrufen. Gereizte, mühsam beherrschte, äußerst angespannte Stimme. Äh, Dr. Horgan? Schweigen. Ja. Am Apparat. Wer ist da? Abgehackte Worte schroff. Moth stammelte etwas zur Antwort. Der Ton am anderen Ende der Leitung hatte ihn so verwirrt, dass er nicht wusste, woher den Mut nahm, trotzdem sein Anliegen vorzubringen. Timothee Warner, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie zu Hause störe, aber das ist die Nummer, die ich bekommen habe. Ich bin auf der Suche nach bestimmten Informationen über meinen Onkel, Ed Warner. Er hat vor vielen Jahren bei Ihnen studiert. Er hat ihre Vorlesung über forensische Psychiatrie besucht. Wieder schlug ihm Schweigen entgegen, ein vielsagendes Schweigen, eine Stille, die Moth im Schädel drönte. Er überlegte, was er sagen sollte, nur um den Bann zu brechen, doch dann meldete sich langsam und stockend der Professor zu Wort. Und jetzt ist er tot, sagte Jeremy Hogan. Ja, platzte Moth heraus. Ein einziges Wort, doch so fassungslos, dass Andy Candy, die ihn beobachtete, glaubte, er hätte etwas Schockierendes gehört. Moth's Miene erstarrte. Aber es ist nicht meine Schuld, sagte Jeremy Hogan langsam. Nichts von alledem war meine Schuld. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Andererseits offenbar doch. Was auch immer es war. Als er etwas von »Meine Schuld« hörte, saß Moth senkrecht auf dem Beifahrersitz. Er hatte eine staubtrockene Kehle und griff mit der Hand ins Leere, als versuchte er etwas zu fassen, das außer seiner Reichweite lag. Er sah sich zu Andy Candy um, nickte und machte ihr ein Zeichen, das sie nicht verstand. Doch plötzlich raste ihr Puls, und sie lehnte sich vor. »Sie erinnern sich an meinen Onkel?« »Nein«, erwiderte Jeremy Hogan. »Sollte ich vielleicht, aber bedauerlicherweise nein. Zu viele Vorlesungen und Seminare, zu viele Studenten, zu viele Noten und Empfehlungsschreiben und Prüfungsergebnisse und Referate. Nach so vielen Jahren verschwimmen die Gesichter. Tut mir wirklich leid.« »Er war ein ausgezeichneter Therapeut.« »Nur nicht mein Fachgebiet.« »Hören Sie, junger Mann, was hat er getan? Was hat er sich zu Schulden kommen lassen?« Die Frage schien ihm unter den Nägeln zu brennen. »Ich weiß nicht«, antwortete Moth. »Genau das frage ich mich auch.« »Und sein Tod?« fing der alte Psychiater plötzlich an. »Was können Sie mir darüber sagen?« »Er hat Selbstmord begangen.« »Glaubt jedenfalls die Polizei«, fiel ihm Moth etwas zu hastig ins Wort. »Ja, das weiß ich. In Miami. Ich hab's in der Zeitung gelesen.« »Woher wissen Sie davon, Doktor?« »Jemand hat mich aufgefordert, den Nachruf zu lesen.« »Verzeihung, was sagen Sie da?« »Jemand hat Ihnen davon erzählt?« »Wer?« Jeremy zögerte. In seiner mehr als bizarren Situation ergab dieser Anruf auf verblüffende Weise einen Sinn. »So genau weiß ich das nicht«, sagte er bedächtig. Plötzlich fühlte sich Moths Handy so heiß wie glühende Kohlen an. »Mein Onkel«, fing er an und kam dann allmählich in Fahrt. »Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Ich glaube, jemand hat ihn getötet.« »Getötet?« »Es war Mord.« »Aber in der Zeitung stand, die Zeitung hat geirrt.« »Woher wollen Sie das wissen?« »Ich kannte meinen Onkel.« Die kurze Erklärung kam mit solcher Überzeugungskraft heraus, dass sie keinen Zweifel zuließ. »Und die Polizei denkt«, »Selbstmord.« »Alle sagen, es war Selbstmord.« »Das ist die offizielle Version.« »Ich sage, der Selbstmord war fingiert.« »Wiederschweigen.« »Ja«, erwiderte Jeremy Hogan nach einer Weile und es schien, als wöge er jedes Wort sorgsam ab, während er eins und eins zusammenzählte.« »Freitod passte nicht in die Gleichung.« Mord umso mehr. »Das würde einiges erklären.« »Ich glaube, Sie haben recht.« Moth wusste nicht weiter. Fieberhaft überlegte er, wie er das Gespräch fortsetzen sollte. Die Fragen, die er an Professor Hogan hatte, kamen alle auf einmal und steckten ihm im Halse fest. Er suchte nach Antworten und brachte kein Wort heraus. So sicher er war, sich auf der richtigen Spur zu befinden, hatten ihm alle befragten Personen bisher nicht die ersehnten Fakten oder Zeugen liefern können. Doch diese Stimme in der Leitung war anders. Sie hatte Gewicht. »Vielleicht sollten wir persönlich miteinander reden«, sagte Jeremy Hogan. Sein Ton war vollkommen anders als zuvor. Leise, nachdenklich, wehmütig und so mitfühlend, als bedauerte er, dass ihn sein Gedächtnis im Stich ließ. »Ich weiß nicht, was mich, abgesehen davon, dass er bei mir studiert hat, mit Ihrem Onkel verbindet. Aber es muss etwas geben. Können Sie herkommen? Allerdings müssen Sie sich beeilen, weil ich selber jederzeit damit rechne, umgebracht zu werden.« Mit ihrer Mutter sprach sie kaum ein Wort. Sie kaute ein paar Hundeohren und eilte in ihr Zimmer. Sie holte einen kleinen Koffer vom Schrank und packte hastig frische Wäsche sowie einen Kulturbeutel mit dem Nötigsten ein. Sie wusste nicht, wie lange die Fahrt dauern würde. Vorsichtshalber warf sie eine Jeans, ein paar Pullover und eine warme Jacke in den Koffer. Es ging weder zur Uni noch auf eine Ferienreise. Sie hatte keine Ahnung, was für Gepäck für eine Unterhaltung über Mord zweckmäßig war. »Du fährst weg?« »Ja, mit Moth. Nicht für lange.« »Andy.« »Bist du sicher?« Sie fiel ihre Mutter zum zweiten Mal ins Wort. »Ja!« Sie wusste selbst, dass sie ihr mehr sagen sollte. Doch ihre unvorhergesehene Fahrt nach Norden würde genügend schwierige Gespräche mit sich bringen, und so war sie entschlossen, schnell zu verschwinden und ihre Kräfte zu schonen. Um weitere Fragen im Keim zu ersticken, verfiel sie in den kurz angebundenen Teenagerton, den sie schon vor Jahren abgelegt hatte, und der ihrer Mutter sagte, das geht dich nichts an. »Welche ist die echte Andy Candy?« fragte sie sich für einen Moment. »Wer bist du?« Die häufigste Frage, die man sich in ihrem Alter stellte. Umso schwerer, die richtige Antwort zu finden. Glücklich? Traurig? Wie besessen? Sie listete die raschen Veränderungen auf, die sie in den letzten Wochen durchgemacht hatte. Das Mädchen, das umgänglich, unbeschwert und unternehmungslustig war, hatte sie tief in sich begraben. Die neue Andy Candy war wortkarg und äußerst verschlossen. »Sag mir wenigstens, wo du hin willst,« sagte ihre Mutter am Ende ihrer Geduld. »Nach New Jersey.« Ihre Mutter sah sie ungläubig an. »New Jersey?« »Aber wir sind mit einem Psychiater verabredet.« Ohne weitere Erklärungen kam die Wahrheit einer Lüge gleich. Ihre Mutter überlegte. »Wieso in aller Welt wollt ihr bis nach New Jersey fahren, um zu einem Psychiater zu gehen?« fragte sie. Miami wimmelte doch von Psychiatern. Sie gab sich wenig Mühe, ihre Zweifel zu kaschieren. »Er ist der Einzige, der noch übrig ist und uns helfen kann,« erwiderte Andy. Ihre Mutter hakte nicht nach, und Andy Candy dachte nicht daran, die naheliegende Frage zu beantworten. »Helfen, wobei!« »Helfen, wobei!«